Herzlich willkommen zu Tag 3 von Rustalot, Staffel 3. Es ist viel passiert, wir haben gestern angefangen zu scammen und ich habe mir über Nacht ein paar Dinge überlegt, was ich gerne machen möchte, denn Lise Grümel hat ja gestern ein Pferd gekauft, nachdem jemand fast gestorben wäre, als sie zu spät kam. Und sie hat gestern sehr viel Geld verdient, sehr viel Geld. Und nun hat Lise den Plan, mehr Geld auszugeben, um noch mehr Geld zu bekommen. Und wir haben, was ist das? Oh, das ist mein Brief, den kenne ich schon, das ist der Brief von unserem werten Vater, der 2000, oh mein Gott, wir haben mehr Geld bekommen. Chat, wir haben mehr Cash gekriegt. Oh mein Gott! Warte, 600, 700, 800, 900, 1000, 1300, 1325, wir sind quasi fast angekommen schon. Plus, wir haben fucking Glitzersteine, kann ich die rausholen? Nee, okay. Was ist das? Funkelnder Stein, glitzernder Stein. Oh mein Gott! Mit funkelnden Steinen und glitzernden Steinen können wir nämlich die Leute heute scammen. Wir können Heilsteine verkaufen, es wird ein Fest. Außerdem habe ich überlegt, dass ich dem König eine Rechnung stelle für den Trank des Vergessens und dann einfach behaupte, er hätte vergessen, dass er diesen Trank bekommen hat. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, das müssen wir noch sehen. Es bleibt aufregend. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt und ich bin sehr dankbar, dass die Spielleitung, erst mal kurz eine Kartoffel essen, dass die Spielleitung bei diesem Schabernack dabei ist und mir gerade ernsthaft Glitzersteine ins Inventar gelegt hat. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das wird ein guter Tag in Rastalot. Und das ist Daddy, mein Pferd, auf dem reite ich ganz viel. Ich wollte gestern noch Cash in die Truhe legen, aber ich nehme es jetzt mit, weil wir jetzt shoppen gehen, tatsächlich. Das heißt, äh, 700. Die Mühle malt, okay. So. Schauen wir mal, ob Rana aufsteht. Irgendwas? Okay. Sie schläft immer noch. Können ja mal darüber gucken. Rana hat wieder verschlafen. Können mit dem Pferd ins Fenster gucken. Ach, hier schläfst du gar nicht. Hier schläfst du auf der anderen Seite. Damn it! Scamme ich den Müller? Aber der hat halt kein Cash, ne? Ist halt ein armer Müllermann. Nee, ich will heute erstmal ordentlich Kleidung kaufen. Schauen wir mal, ob der Frosch hier aufwacht. Rana? Natürlich schläft sie noch. Hallo! Ich kann sie nicht aufmachen, die Tür. Die ist abgeschlossen. Habe ich meine Tür zugemacht? Da ist viel Cash drin. Da darf nichts passieren, liebe Leute. Kann ich den Wurm essen? Kann mein Pferd den Wurm essen? Weil das Pferd braucht ja auch was zu essen. Guck jetzt mal hier hinten rein. Die schläft noch. Guckt sie euch an. Die liegt gar nicht in ihrem Bett. Rana liegt nicht in ihrem Bett. Wo ist sie denn? Guter Einwand-Twitch-Chat. Ich kann den Wurm auch als Ohrkur verwenden. Eine hervorragende Idee. Eine hervor... Chat. Wirklich ohne den Twitch-Chat wäre ich nur auf den halben Scam gekommen. Ich glaube, wir sind noch einmal. Rana? Ach, guck mal, die schläft da. Die ist nicht mal ins Bett gegangen. Die ist einfach hier vorne zusammengebrochen. Ha. Nun. Hm. Schade. Schade. Naja. Dann bereiten wir vielleicht mal unsere... Badefläche vor. Wir wollen ja noch heiliges Wasser verkaufen. Heiliges Badewasser. So. Das wäre... Huch. Da, hier. Das ist mein heiliger Tümpel. Der Tümpel der Heilerin. Daraus kann man sehr gut trinken auch. Und man fühlt sich sehr wohl. So. Ich habe auch ein Pferd mit zwei Sitzplätzen übrigens. Weil ich viel Geld dafür ausgegeben habe. Nicht. Die Sache ist halt jetzt, wenn ich jetzt an Rana rankommen könnte, könnte ich sie ausrauben. Oh, ich könnte auch die Leute wirklich erzählen, dass sie die Heilsteine regelmäßig in meiner Quelle aufladen müssen. Ach Gott. Wisst ihr, ich dachte schon, ich wäre gut im Scam, aber dann lese ich die Vorschläge im Twitch-Chat und denke mir, okay. No. They are on a whole different level. Huh. Huh. Hm. Hm. Nun. Ich weiß auch nicht. Dann, äh, würde ich sagen, Rana findet uns schon. Und wir galoppieren mal vorweg zum Machtplatz. Oh, was ist denn hier los? Alles in Ordnung mit euch? Seid gegrüßt. So. So. Morgenroutine. Okay. Okay. Morgenroutine. Klar. Man kennt's. Die, die gute Morgenroutine. So. Wir sollten auf jeden Fall uns ein paar Kartoffeln holen in der Taverne. Oder ein paar Körben. Körbisse. Und ich möchte gerne mal einen Blick auf die Tafel werfen. Guten Morgen. Guten Morgen. Habt ihr alle gut geschlafen? Mal schauen, was es gibt. Ich bin in der Kirche auch. Ich bin ausgeregt. Oh, es wird geheiratet. Heute steht die Hochzeit. 19. in der Glockenschlag. Oh, es gibt eine Hochzeit. Ich freue mich auch, aber trotzdem ist ja auch aufgeregt. Oh, oh. Estella wird sich von Mauritius scheiden lassen. Das ist ja, vielleicht geht ihr nachher doch die Sonne auf. Mal schauen. Ich denke auch, es wird vielleicht noch aufklaren. Guten Morgen. Wir haben ja zum Glück gedacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Sei gegrüßt. Grüße. Aber das ist ja schon sehr holprig. Wir heiraten und danach gibt es die Scheidung von Estella Weberlichen. Ach, das habe ich doch gar nicht gelesen. Ach, Estella Weberlichen. Die haben letztens ja angegraben. Steht da, was passiert ist? Die gestern angegraben. Das ist Drama und Willibald Erben von Wohmhoff. Der hat sich sehr bezieht. Oh. Oh, guck mal. Wer ein Schriftstück aufsetzen möchte oder eine Beglaubigung mit dem königlichen Siegel benötigt, mag sich beim Hofchronisten und Notarmagister Steinikus am Schlosstor melden. In der Kirche, genau. Meint ihr, ich kann dem erzählen, dass er mir eine offizielle Beglaubigung meiner Heilkräfte ausstellt. Zwischen der Hochzeit und der Scheidung oder sozusagen nach der Scheidung. Ich glaube, nach der Scheidung. Ich glaube, wir sitzen dann einfach alle schon in der Kirche. Dann wird Estella noch geschieden und dann geht es zum Freien. Die richtige Hexe Grimmsucht, mutige Seelen. Ja gut, ich meine, man kann es ja so und so sehen. Magische Pilze. Wenn es nicht mehr gut läuft, dann ist so eine Scheidung vielleicht auch ein Grund zu feiern. Weiß ich jetzt nicht. Gewerbewappen. Wenn sie eh schon mit dem von Wohmhoff da Satire-Staschung des Königs ist ein Schritt verboten. Okay, na gut. Na gut. Wo sind die Schneiderinnen? Der Herr Bohnhoff hat sich da irgendwie, aber naja gut, ich weiß es nicht. Der Herr Bohnhoff, der hat 28 Kinder. Ach, tatsächlich. Ja gut, dann bin ich da so nicht so falsch. Okay, okay. Das war der, der uns einreden wollte, 28 Kinder. Man bekommt so Sachen mit und denkt sich, das könnte sein, aber bei mir war ja diese Nacht nicht. Nicht in Ihrem Bett? Nein, nicht in meinem. Wissen Sie, es ist, ähm, er meinte gestern, ach, komm mit, komm mit und dann habe ich ihn verloren und dann, okay. Okay. Ich weiß nicht mehr, wo er hin ist. Ist ja, manchmal reite ich so an Leuten vorbei oder laufe ich an Leuten vorbei und frage mich, was ist das für ein RP-Strang? Ich habe Fragen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. So, wir gucken jetzt mal, ob Rana mittlerweile aufgewacht ist, weil die findet ohne uns nicht zum Dorf. Äh, das ist die falsche Richtung. Ich finde auch nicht zum Dorf. Wo muss ich hin? Wartet, da ist die Taverna. Wir sind sowas wie Trinkbrüder. Huch. Genau. Oh. Daddy, komm aus dem Wasser. Wir haben uns gestern ordentlich in den Rhein gesucht. Oh. Ich habe mein Pferd in den Brunnen gestellt. Wenn man vom Teufel spricht, da ist ja der Alchemist. Oh, reiß da. Ähm. 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 Okay, ich kam raus. Auf bald. So. Dann gehen wir mal zur Schneiderin, würde ich sagen. Dann. was bei Rana immer noch lädt. Was war die denn? Sollten Sie noch einen Wunsch haben, melden Sie sich gerne bei mir. Gleicherei. Äh. Äh. Ich bin bereit. Nur nicht zu spät, nicht, dass denn zu knapp wird. Schneiderei. Ja, stimmt, stimmt. Ach, guten Morgen, liebe Lise. Guten Morgen. Guten Morgen, Dragonia. Guten Morgen, Hasel. Ich hoffe, ihr habt gut gemächtet. Willst du mich zur Schneiderin? Durchaus, durchaus. Ich möchte gerne ein paar Kleidungsstücke äh, stehen. Sehr schön. Wie schön. Die auch für die Hochzeit heute. Wir wollen eventuell im Partnerlook hin. Oh, wie schön. Also nicht unsere Hochzeit, sondern die Hochzeit von Bekir und Horst. Ja, ja, zum 19. den Glockenschlag, nicht wahr? Genau, genau. Wie schön. Die letzte Hochzeit, auf der ich war, war die eure. Ist schon wieder ein bisschen her. Ich glaube, das war auch die letzte Hochzeit in ganz Rasterlaut, um ehrlich zu sein. Die Liebe ist hier nicht gerade verbreitet, nicht wahr? Guten Tag. Das stimmt. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr seht wunderbar aus in diesem Kleid. Ja, doch. Dankeschön. Es sieht fantastisch aus. Schön wie immer. Würde ich dann die Kosten festsetzen? Ich hätte eine kleine Frage. Und zwar, bei eurer Hochzeit hattet ihr ein Blumenpoket in der Hand. Ja. Richtig. Wo war denn das her? Sie solltet es ja nicht planieren, nicht wahr? Also, es gibt da so eine Person, die heißt Discordius. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ja, und da kann man dann so was wie, naja, so einen Auftrag erstellen lassen und dann kümmert sich jemand darum. Wunderbar, dann weiß ich Bescheid, weil das hatte ich gestern irgendwie noch vergessen. Verstehe. Bei einer Hochzeit hat man ja eh so viel im Kopf, das passt schon. Das stimmt, das stimmt. Kann dann mal passieren. Seid ihr alle für die Schneiderin hier? Ja. Für die Hochzeit. Ja, ja, ja. Ah, ja, alle. Okay, ich muss auch noch was abholen für die Hochzeit. Da hoffen wir, dass sie bald erwacht. Ich klopfe mal, ich glaube, es ist vor uns schon jemand hineingegangen. Aha. Äh, Dragonia? Oh, ja? Ähm, hast du gestern noch, äh, Geld eingesammelt? Ja, in der Tat. Ich hab vergessen, wie man klopft. Nun. Äh, ja. Ich gebe es dir so gleich. Perfekt, ich danke dir. Oh, Katschi. Ich würde dich freuen. Ich hab bereits eine Rede vorbereitet. Ich saß die ganze Zeit. Hallo? Love it. Ich freu mich darauf. Ich freu mich auch sehr schön. Schneiderin. Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag. Schönen guten Tag. Die Schneiderin ist gerade selbst noch in der Umkleide beschäftigt. Ähm, deshalb muss ich die Tür schließen, um sie nachher in den anderen reinzulassen. Ich, äh, hoffe, dass es aktuell in Ordnung ist. Natürlich. Natürlich, natürlich. Ich habe gerade aktuell noch Kunden, aber, ähm, ich hoffe, wir sind gleich fertig. In Ordnung. Ich brauche nicht so lange, hab Dank. In Ordnung. Bis gleich. Fantastisch. Dank, hab Dank. Nun, das war fast abzusehen. Ich grüße euch. Du bist fertig. Verzeiht. Wir haben sehr viel Kutscher vor der Tür. Ich sehe es, ich sehe es. Ich grüße euch. Wie kann ich euch helfen? Die Türe öffnen wäre ein Anfang. Ich glaube, es sind schon Leute drin, oder? Ich suche schon etwas Kleidung für Ihnen raus. Sie können sich schon mal in die Umkleide begrenzen. Carolina, kurz, 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 wartet einen Moment. Also geht ruhig schon in die Umkleide. Ich habe heute Zeit damit verbracht, hier alles zu sortieren. Bitte schaust dir genau an. Wir haben eine sehr, diese Truhe hier unten ist noch frei, aber ansonsten habe ich eine Umhang-Truhe. Ich möchte irgendwas Fanci-Ges, aber ganz weiß, damit die Leute mich mit der Braut verwechseln. Eine für Röcke, eine für weibliche Oberteile, ganz oben, hier, ganz oben, diese grüne besondere Truhe, ist voll mit Tüten und Kopfbedeckungen. Ich kann beim König anschreiben lassen, wenn ich behaupte, dass das Gewand fürs Königshaus ist, damit ich dort nicht so schäbig auftrete. Ich lasse einfach alles beim Meister anschreiben, was ich mir kaufe. Oh, ich werde die Leute so scammen, von vorne bis hinten und oben bis unten, alles einmal durchgescammt. Scamme, die scamme, die scamme, scamme, scamme. Perfekt. Seid ihr schon aufgeregt? Ja, sehr. Also ich bin wirklich sehr aufgeregt. Hervorragend. Und eine Sache noch, falls jemand Garn vorbeibringt, nun die ewige Liebe gefunden habt, auch wenn ich mir natürlich gewünscht hätte, dass, nun ihr wisst schon, Steuertruhe, verstehst du? Oh, ja, das tut mir auch immer noch sehr leid, dass ich eure Gefühle nicht auf diese Weise erwidern konnte. Aber seid euch gewiss, ihr habt immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Ach, am Ende ist mir doch nur wichtig, dass ihr glücklich seid. Und das bin ich wirklich sehr, deswegen vielen Dank dafür. Sehr gerne, sehr gerne. Es wird ein großer Tag heute für euch. Wie läuft denn das Geschäft? Das Geschäft, oh, sehr gut, tatsächlich. Ich habe heute Nacht just eine neue Heilmethode gefunden. Ich habe glitzernde Steine. Ja, und wenn man dieses sich unter das Kopfkissen legt, dann ist man gesegnet. Das ist ja fantastisch. Wo habt ihr die getrunken? Ich habe sie selbst hergestellt. Ich habe die Steine gesammelt, sie mit Kräutern eingerieben und dann in meinem Tümpel befeuchtet. Sie hat gegrüßt. Guten Morgen, Schneiderin. Ihr seid so talentiert. Ich grüße euch. Wem kann ich als erstes weiterhelfen? Der Braut, ich nehme an. Ja, natürlich, der Braut, der Braut natürlich. Ich glaube, ich muss nur noch abholen. Hallo, ich komme mit meinem Hochzeitskleid abholen. Ich grüße euch, ich grüße euch. Ihr wollt euer Hochzeitskleid abholen. Selbstverständlich. Wie aufregend. Weißt du noch, wie das damals war, lieber Hasel? Ja, als wäre es gestern gewesen. Nun, habt ihr noch zwei Minuten Zeit? Ja. Hat einer von euch Estella gesehen? Estella, kennt ihr Estella? Ich habe sie leider nicht gesehen. Ist sie neu hier in Rastalot? Nun, nein, ist sie nicht. Ich glaube nicht. Kennt ihr Estella, meine Dame? Ich bin Fanik-Fäh. Ja, ich kenne Estella Weberlichen. Die lässt sich heute nach meiner Hochzeit scheiden. Ah, der Adel. Hächtlich. Nun, habt ihr sie heute schon gesehen? Nein. Estella, es ist eine Schande. Sie sollte hier sein. Sie sollte schon seit 20 Minuten hier sein. Nun, meine Damen. aber brauchen wir denn Estella, um Klamotten zu kaufen, ist die Frage. Oder? wir brauchen ihn. Nur um das Brautkleid abzugeben. und dann habe ich euch. Ich kann auch in 10 Minuten noch mal. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Kommen Sie, kommt in 10 Minuten noch mal. Tut mir leid, ihr müsst mir das geben, was ich euch gerade gegeben habe. Das war falsch. Ja, ja. In 10 Minuten ist das Brautkleid fertig. Seid euch sicher. dann komme ich später noch mal. ich finde, die Schneiderin steht ein wenig neben sich. Was meint ihr? Servus, ich wollte kurz nur meine Bezahlung abgeben. Bis später, Mutter. Ich freue mich auch sehr. Hab Dank, hab Dank. Hey, drängelt euch nicht vor, wir waren zuerst hier. Ich will nur bezahlen, alles gut. Nee, keine Sorge. Oh, habt ihr auch mein Geld dabei? Hab Dank, hab Dank, hab Dank, hab Dank. Sehr gerne, was für wessen Geld? Der Hut steht, mein Geld. Hervorragend. Ich hatte noch nie etwas mit Ihnen zu tun, ich weiß ja nicht mal, wer Sie sind. Doch, doch, Elise Krümmel, mein Name, die örtliche Heilerin. Ihr kam gestern zu mir, um einen Vergessenheitstrank zu ordern. Es freut mich, dass er funktioniert hat. Kommt herein, komm herein. Aber, das kann nicht sein. Ich war gestern den ganzen Tag unterwegs. Ich wüsste nicht, wann das gewesen sein soll. Na, gestern Abend. Es ist nicht so leid, es hat funktioniert. Sag, so blöd. Was wollen Sie für so einen Trank? Ich wüsste zwar nicht, was gestern passiert ist, was ich vergessen will, aber... Nun, fünf Taler sind ein angemessener Preis. Wir hätten gerne... Achso, achso, so ein Vergessenheitstrank, ich verstehe schon, weißt du schon. Eins, und... Achso, ja, 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 so, bitteschön, ja, ja, Hab Dank, es freut mich, dass der Trank die gewünschte Wirkung zeigt. Inventar sehen. Ja, ja, ich weiß schon nicht, was mich geritten hat, dass ich so eine Wirkung brauchte, aber das ist ja sehr gut, dass sie mir da helfen konnten. Rastalot ist manchmal unergründlich. Empfehlen Sie mich gerne weiter? Natürlich, natürlich. Ja, wenn Sie mal irgendwie Hühner streicheln wollen oder so, ne, dann wissen Sie, wo wir Sie mich finden. Das würde mich sehr freuen, ich bin sehr gut zu vögeln. Lass gerne die etwas leiser sprechen, der Herr. Das ist sehr gut. Der Herr vielleicht etwas leiser, Dankeschön. Jetzt werde ich dir auch schon angemaut, das ist ja da so. Na. So ist es, mit 100 pro Person. Alalalalalala. Wenn Sie die örtliche Heilerin sind, verkaufen Sie auch Tränke. Ich verkaufe auch Tränke. Zu welchen Preisen denn, wenn ich das wissen dürfte? Nun kommt darauf an, was ihr benötigt. Blau. Oh ja. Etwas, was meine Wunde nicht mehr so brennen lässt. Oh, da würde ich eher eine kleine Bandage empfehlen. Oh, haben Sie auch Heiltränke? Hier, ich habe Bandagen, das hilft gegen Wunden. Was würde sowas kosten? Eine Bandage kostet 10 Taler. Könnt ihr für die beiden Damen Ich komme später drauf zurück. Ich muss doch hier kurz Eid kaufen. Dann gucke ich nach meinem Gelben. Sehr gerne. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Ich bin auch noch auf dem Weg zur Schneiderin. Sehr interessant. Schmerzen euer Knie ebenfalls? Nein, 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 nein. Nicht nur das Übliche, ein bisschen Rücke, ein bisschen die Knie, aber das ist in meinem Alter ja normal. Ja, gegen 10 Taler kann ich mich darum kümmern. Jedenfalls ihr auch ein Heim, nein, ich habe schon gelernt, damit zu leben. Das ganze Tragen Ah, vielleicht war dafür der Trank. Die Schmerzen wüsste ich ja nicht, dass ich leben würde. Dann kann ich euch ein Angebot unterbreiten. Vielleicht war dafür der Trank des Vergessens. Sehr gerne. Was ist das, was ihr in dieser Stadt tut? Möglich, möglich. Ich arbeite in der Taverne, der besten Taverne, in Rastalot. Na gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder so. Auf bald. Wie ist euer Name? Ich muss mal weiter spazieren. Haseltraut ist mein Name. Ja, ja. Haseltraut, und was ist mit euch? Ihr wollt ebenfalls zur Schneiderin? Ich bin die Novizin der Schneiderin? Für die anstehende Hochzeit einkleiden? Nein, nein. Gut, dann habe ich außen, sondern jeweils ein Anliegen an euch, aber vielleicht solltet ihr euch erst mal diese wunderschönen Kleiderungsstücke ansehen. Ich habe hochwertige Klamotten, die ich verkaufen möchte. Oh, wie spannend. Wo habt ihr diese Klamotten her? Die habe ich gefunden auf meinen Abenteuer. Sie müssen wissen, ich reise von fern zu fern und finde einigerlei Sachen. Guten Tag, Franz Nüman, ich bin ein Händler. Oh, wie aufregend. Das muss ein tolles Leben sein. Ja, wir haben tatsächlich vier Rücken. Es ist wunderbar. Ich habe sogar magische Steine. Magische Steine? Ich ebenso. Ganz genau. Die legt man sich unter das Kissen und man hat keine Albträume mehr. Oh. Und die habt ihr selbst hergestellt? Nein, die haben wir gefunden. Ganz oben, dort auf den Eisbergen. Da bin ich einem Hinweis eines Mitkollegen gefolgt. Oh, das ist ein guter Hinweis. Vielleicht muss ich auch einmal dort hinaufreiten. Sie müssen aufpassen. ich habe es fast nicht lieber drunter geschafft. Ja, ich bin die Heilerin. So schnell holt der Tod mich nicht. Tretet ein, tretet ein. Dankeschön, Wir gehen mal zu zweit. Also wenn sie mal einen schönen magischen Stein kaufen möchtet, ich stehe zur Verfügung. Das merke ich mir, hab dann. Oder vielleicht giftige Gegenstände. Giftige Pilze. Nein, ich möchte doch die Menschen hier heilen und nicht vergiften. Das ist richtig. Aber wenn sie die Leute vielleicht, wenn ich die Leute ein bisschen an den Armen greife, dass es nicht gut geht, haben sie doch mehr Geld und mehr Arbeit. Nun, wenn es euch gelingt, jemanden so zu mir zu bringen, so werde ich euch ein Leben lang umsonst heilen. Das lässt sich einrichten. Kennt ihr eventuell eine Estella? Ja. Von Weberlichen, nicht wahr? Wahrscheinlich schon. Ich wurde nur befohlen, eine Dame namens Estella zu bringen. Das ist die einzige blaue Kombination, die ich euch anbieten kann. Sie wohnt dort vorne links, wenn mich nicht alles trügt. In dem Haus mit dem rot-weißen Wappen. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Frage habe ich an Sie doch. Da kommen doch bestimmt viele Leute zu Ihnen. Ja, durchaus. Wissen Sie, wo man ein Boot herbekommt? Ein Boot? Nun, der König besitzt ein Boot. Nur der König? Soweit ich weiß, ja. Gibt es denn hier jemanden, der vielleicht auch ein Boot gefunden hat und es vielleicht jemanden aushändigen möchte? Vielleicht der Schreiner? Der Schreiner? Wo finde ich den denn? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dort drüben irgendwo. Ich habe ihn noch nicht aufgesucht. Seit langer Zeit nicht. Oh, dann werde ich da gleich mal nachgucken, wenn ich hier bei der Schneiderei fertig bin. Ich habe nur edelste Klamotten zu verkaufen. Oh, ich möchte edle Klamotten kaufen. Ja, aber leider sind die Klamotten nicht in ihren Maßen geschnitten. Die müssen dann angepasst werden und diese Klamotten sind leider eher für einen männlichen Mann gemacht worden anstatt für eine Frau. Es tut mir sehr leid. Ich verstehe, ich verstehe, nun, was passiert. Aber ich denke, die Schneiderin wird schon die Stoffe gut zu verwenden wissen. Das auf jeden Fall. Das Leben ist nicht leicht als Händler, das sage ich ihr nicht. Das glaube ich gerne, das Leben als Heilerin ebenso wenig. ist immer schwer an neue exklusive Ware zu kommen. Nun, habt ihr schon einmal überlegt, euch im Sumpfung zu sehen? Mir wurde gesagt, dort spukt es. Nein, der Geist ist recht friedlich, solange man ihn nicht angreift. Wie, Sie kennen diesen Geist? Ja, durchaus. Und falls ihr euch verletzt, so könnt ihr bei mir jederzeit Heilung finden. Willkommen, dass Sie einen Geist kennen? Ich stehe in enger Verbindung mit der Natur. Oh, das hört sich ja sehr gut an. Aber eine Frage, wir haben sie auch, wie nennt man das, dass ich mich besser fühle in Trankform. Ich besitze nur Tränke des Vergessens. Tränke des Vergessens? Ja. Wie kann man auch jemanden in sein Getränk mischen, oder was? Äh, wäre nicht gerade löblich, aber sobald der Trank meine Hände verlässt, ist es nicht mehr meine Aufgabe, was da nicht passiert. Oh, die Schneiderin ist fertig. schau mal, wie wunderschön du aussehst. Lieber Hasel, komm doch auch mal raus. bin mir nicht sicher, ob ich euch meine alten Klamotten gerade doch Wunderbar. Wunderbar. Reizend sehen sie aus. Wirklich. Schon fast wie eine Prinzessin. Ach ja? Oh. Richtig hübsch. Ich will auch was Schönes haben. Nun, die Schneiderin meinte, es ist gerade noch dezent genug, um bei einer Hochzeit dich negativ aufzufallen, wenn ihr versteht. Es ist perfekt. Es ist perfekt. Oh, Hasel. Dir steht es eben so gut. Oh, im Partnerlook. Im Partnerlook. Oh, mein Gott. Danke schön. Wow. Perfektes Kleid für diese Hochzeit. Wo findet diese Ich grüße euch. Ich grüße euch. Ich kann nicht euch helfen. Ihr seid die werte Dame, der euch das Bärenblut gab. Ganz genau. Ich habe damit bereits einen Stoff gefärbt. Es ist nicht ganz so rot, wie ich es mir gewünscht hätte, wie anderes tut, aber es erfüllt seinen Weg. Oh, ich suche eine Kleidung im Auftrag des Königs. Nun, als Heilerin bin ich mittlerweile doch sehr häufiger auch bei den hohen Herrschaften zu Gast und ich würde gerne, nun, mein Outfit entspricht nicht ganz der Kundschaft, die ich dort bediene, wenn ihr versteht. Ja, es soll also edler sein, verstehe ich das richtig? Ja, ein wenig edler, aber dennoch in den Farben meiner Zunft. etwas angenehmer. Welche ist die Zunftsfarbe? Weiß. Weiß, verstehe. Nun, ich würde Maße nehmen, wenn das für sie in Ordnung ist, denn es könnte ein bisschen länger dauern, denn es handelt sich ja um eine Kluft, die nicht nur auf die Schnelle hier aus den Kisten rausgeholt werden sollte. Kommt mit. sehr gerne. Ich habe auch nichts gegen ein Accessoire mit Bärenblut, das würde mich sehr freuen. Nun, ich würde für eure Färbung ein spezielles Blut nehmen, welches ich heute Nacht aufgefangen habe. Oh, wie wundervoll. Ich nehme kurz ein paar Maße, könnt ihr eure Arme ausstrecken? Abdank. Ich würde tatsächlich schon gerne wieder aufwachen. Ich mag meine Arme. Hassen? Nein, wir hassen niemanden. Euer Haar Bitte? Euer Haar hat eine besonders schöne Farbe. Danke. Es ist wie der Strauch eines Haselnussbusches. Ja. Ich überlege, ob ich heute auch noch zum Friseur gehe, aber wenn es euch so gut gefällt, dann vielleicht nicht. Es ist sehr edel. Gut, ihr könnt eure Kleidung in den nächsten zwei Stunden abholen. Ich werde mich direkt an die Arbeit machen. Die Maße habe ich nun genommen. Weiß und einen kleinen roten Tupfer, ja? Ja, perfekt. Etwas edler als das, was ihr gerade tragt. Da war Geld, ich habe es eingesetzt. Das war es, ja? Ja, habt Dank. Natürlich, natürlich. Ich danke euch, ich danke euch. Auf bald. Es wird euch wirklich gut gefallen, ich kann es euch jetzt schon sagen. Ja, da bin ich nicht sicher. Auf bald. Hab Dank, hab Dank, hab Dank. Also falls man sich dort sieht. Natürlich. Auf Wiedersehen. Ich habe Geld eingesteckt, weg hier. Ja. Ich brauche einen Blumms-Klo, ich muss ganz dringend mal aufs Klo. Ich trinke zu viel Tee, lieber Chat. Ich habe einfach gerade zehn Taler geklaut und ich hoffe, niemandem fällt es auf. Ich bin mal kurz auf Toilette. Hehe. Äh, schade. Enttäuschend. Meister Biblasius. Wie bitte? Oh, hallo, Herr Behrensen. Oh, das wird mir keiner glauben. Ich kam aus meinem Hause ohne Hose, um die Luft zu genießen und da kam ein anderer Bauer auf seinem Schrein, auf seinem Schwein und er schrie, weg da, es mag Würstchen. Und dann hat mich das Schwein umgerannt und ist mir nachgerannt und dann bin ich in den Teich gefallen und das Schwein hat gelauert und dann kam der junge Schwabriel und hat seine Hose ausgezogen ausgezogen um das Schwein abzulenken und dann ist das Schwein ihm nachgelaufen und hat ihm ins Würstchen gebissen. Oh, wie schrecklich, wie schrecklich. Nun, was wäre denn noch größere an, was zu schreien? Wie bitte? Was ist denn geschehen? Unter Mistgabel. Was? Werden. Nun ja, Dominanz zeigen mit Hose ausziehen, das habe ich euch gelernt, da habt ihr gut aufgepasst. Und du meine Güte, wo war das denn? So. Dann würde ich sagen, lieber Chad, suchen wir mal Rana. Und du meine Güte, hier neben deine Kartoffel. Mehr habe ich nicht. Ach, ich habe noch. Guten Morgen. Zum Gruße. Habt ihr Rana Froschana gesehen, die Seherin? Grüner Rock. Oh. Oh. Nun, ich glaube bisher noch nicht. Mit wem habe ich es denn gerade zu tun? Verzeiht, mein Name ist Lise Krümmel, ich bin die örtliche Heilerin. Und ihr seid? Katharina von Weberlichingen. Eine Freude. Ihr seid Katharina. Ich habe schon viel von euch gehört. Und ihr seid die Heilerin? Ja. Oh. Nun, auch für ein Wort. Sagt's. Ja? Ich bin auf der Suche nach einem speziellen Trank. Einem Trank, der, da wer helfen soll, zu lieben. Zu lieben? Ja, es ist sehr wichtig. Eine gute Freundin, die Mutter einer guten Freundin, sie braucht Hilfe. es scheint, als wäre sie nicht mehr mit ihrem Mann verbunden und als würden die Gefühle nachlassen. Ich verstehe. Nun, ähm, ich kann durchaus solch einen Trank brauen. Es würde allerdings eine Zeit benötigen und ich würde empfehlen, tatsächlich einmal die Seherin Rana aufzusuchen. Sie hat in solchen Angelegenheiten wirklich ein gutes Händchen. Oh, das klingt gut. Das klingt gut, die Seherin Rana. Ja, nun, ich war bisher noch nicht so häufig hier. Ähm, ich werde mich umstehen. Sie wohnt dort vorne hinter der Mühle und sagt ihr gerne, dass ich euch geschickt habe, dann bekommt ihr einen Freundschaftspreis. Vielen Dank. Danke sehr. Sehr gerne und ich hoffe, dass es bald besser wird. Vielen Dank. Auf bald. Auf bald. Freundschaftspreis heißt, Rana schlägt fünf Taler auf, die sie dann an mich gibt. Das muss ich nur noch verklickern. Also Rana. So. Aber Mami ist schon weg. Das heißt, Rana ist aufgestanden. Zeit gegrüßt. Wo ist Rana? Geht da, pass doch auf! Verzeiht! Oh, verzeiht! Das ist doch auch einige gute von denen. Ich meine, die Tochter Juliana, die hat sich ja noch nie was zu schulden kommen lassen. Hm. Das ist ausgeschlossen. Es ist so, als würde... Wo ist Rana? Rana? Guten Morgen, Donelia. Warum ist euer Bruder schon wieder ohne Hosen unterwegs? Wir müssen nur Mami finden, dann haben wir Rana gefunden. Hier stehen viele Pferde. Aber keins davon scheint Mami zu sein. Wo könnte Rana hin sein? Dann sind wir ganz schnell von Dannen gezogen. Ella? Ja? Was ist denn der Kind? Wo ist sie hin? Bei dir am Stand, ja. Hm. Ich frag mal Tragonia, ob sie weiß, wo Rana hin ist. Es ist ja auch gleich die Hochzeit, ne? Vielleicht treffe ich sie da wieder. Servus. Guten Tag. Dann müssten wir nicht in den in den in den in den in den Wald bei den gefährlichen Tieren picknicken. Dürfte ich ganz kurz stören. Tragonia, hast du Rana gesehen? Ja. Ja, sie ist mit jemandem in diese Richtung gerannt vor vielleicht drei Minuten. In diese Richtung? Am Turm vorbei? Am Turm vorbei, aber dann mehr Richtung Kirche. Ich verstehe. Hab Dank. Aber sag mal, liebe Lise, hast du dir denn bei der Schneiderin gar kein Outfit geholt? Doch, doch, aber es wird noch angefertigt. Sie hat Maße genommen und ich kann es leider erst nach der Hochzeit abholen. Aber so ist das. Oh nein. Ach so, aber okay, verstehe. Das verstehe ich. Aber es handelt sich um eine Arbeitskluft, deswegen ist es schon in Ordnung, wenn ich sie nicht zur Hochzeit bekomme. Ach, ich verstehe. Na dann, ich bin sehr gespannt. Ich auch, ich auch. Sie redete irgendetwas von Bärenblut. Da ist das Schweinerinnen nicht. Güterson, siehst du das? Sicherlich ein sehr schönes Wort. Das Schweinerin ist angesagt. Das hoffe ich doch. Ja. Ich schaue mir gerade noch die Neuigkeiten in Rastalad an. Wusstest du, dass direkt nach der Hochzeit eine Scheidung stattfindet? Ja, das war mir bewusst. Schade, wenn lang gemeinte Ehegelübde zu Bruch gehen, findest du nicht? Ach, weißt du, Dragonia, nichts hält ewig. Ich meine auch Mutter. Aber wir bleiben für immer Schwestern. Ja, aber auch Mutter hat meinen Vater für deinen Vater verlassen, also... Na ja, dann hat Mutter uns verlassen. Ja, nicht ganz freiwillig. Musst du auch noch Salz in die Wunde streuen, liebe Lisa. Na, du hast es doch zur Sprache gebracht, Dragonia. Na, was soll ich sagen? Du hast unsere Mutter getötet. Mutter. 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 Ach, Mutter. Oh, Mutter. Du lehrtest uns so viel. Und so, und so wenig gleichermaßen. Viel zu wenig. Oh, mir klingeln die Ohren. Das verstehe ich. Güter, es steht alles immer jetzt schön draußen. nur Schweinerinnen findet auch bald statt, Das bedeutet, wir müssen noch mal ein bisschen trainieren, nicht? Ja, das sehe ich auch so. Oh, Mutter. Ich vermute, dass ich an meinen grundsätzlichen Einstimmungen bin. Naja, nein, der andere Teller. Der Keller, wo es nicht so vielleicht wieder hoch geht. So, Günter, es noch nicht. Da müssen wir beide noch gucken, nicht? Hochzeit findet bald statt, Und dann müssen wir auch ein bisschen hin und her rennen. Vielleicht habe ich ein paar Kräuter das Kopf klingen. Ich habe eine Kohle bei. Was mache ich denn jetzt? Okay, wenn wir die Kohle ein bisschen zerreiben und dann auf ihren Kopf schmieren, dann müsste es eigentlich wieder besser sein. Mal schauen. Oh, große Stücke der Kohle, hilf meiner Schwester Lise, dass dir der Kopf nicht so klingelt. Heute ist ein wichtiger Tag für uns. Heute ist der Tag der Liebe. Liebe kommt und Liebe geht, aber ein Kopf klingeln kann niemand gebrauchen. So, sorry. Oh, guten Morgen. Was macht Dragonia mit mir? Welch seltsames Klingeln in den Ohren. Danke, Dragonia, für die Hilfe. Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe dir ein wenig Kohle auf den Kopf geschmiert. Ich denke, das hat geholfen. Durchaus. Oh, hab Dank. Du lernst so schnell. Ja, ich bin so stolz auf mich. Ich auch, ich auch. Wo ist Rana, Ich hoffe, sie verpasst die Hochzeit nicht. Oh, das hoffe ich auch in der Tat. Vielleicht sollten wir uns schon so langsam auf den Weg machen, um einen guten Platz zu bekommen. Ja, das ist in der Kirche, nicht wahr? Ich denke doch. Nun, steig auf, Dally bringt uns sicher dorthin. Oh, richtig. Ja, ist sehr schnell. Und stark. Hallo, Hasel. Hallo, Hallo. 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 Ich frage mich, ob es sicher ist, Daddy. Ich bringe ihn lieber rüber zum Baum. Gute Idee. Ihr seid auch wegen der Hochzeit hier? Ja. Sehr schön, sehr schön. Darf ich fragen, wie ihr heißt? Moria von Neumund. ein Platz. Moria von Neumund. Sehr schön. Ihr irgendwann entscheiden, einen anderen Weg einflagen zu wollen. Ihr seid auch hier herzlich willkommen in der Heiligen Raus. Wir hatten gestern die Freude, das ist richtig, ja. Nachdem heute ihn klagt. Hallo. Ich glaube, ja. Ja, ja, doch, wir saßen gemeinsam. Oh Gott, vielleicht habe ich ein bisschen zu viel getrunken. Ja, es war etwas viel. Das ist richtig. Jetzt schon mal. Ich hoffe, ihr konntet die Nacht gut überstehen. Einen guten Morgen. Hallo, seid gegrüßt. Guten Morgen. Wie ist euer Name? Lise Krümel, die örtliche Heilerin. Und ihr seid? Moria von Neumundlicht. Ich bin neu zugezogen, mit der Prinzessin hier angereist, ihre Gouvernante. Welch wunderschöner Name. Sie hat eine Kette, die hat Cash. Ich danke vielmals. Euer Name ist ebenfalls sehr hübsch. Man kann nie genug Krümel haben, nicht wahr? Niemals. 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 Ich bin sehr gespannt auf die Hochzeit. Hoffentlich geschieht nicht ein ähnliches Unglück wie letztes Jahr. Was ist passiert? Richtig. Nun, ich traue mich gar nicht darüber zu sprechen. Es gab ein Attentat direkt nach unserer... Ein Attentat? Was? Hasel, hinnest du dich nicht? Es gab doch den Messerangriff auf unserer Hochzeit. Mit... Ach, auf unserer Hochzeit, natürlich. Ich dachte gestern. Ich war schon... Nein, nein, nein. Ja, ja, Das ist schon ein Jahr her, da geht einiges verloren im Kopf. Okay. Haltet euch am besten an den Rand und setzt euch nicht neben Menschen mit Messern und haltet selbst eine Waffe bereit. Das hilft. So ist... Oh! Oh! Aber tatsächlich gar nicht mal so ablegen. Ihr seid gut bestattet, ja. Ihr könnt euch auch neben mich jetzt nur nicht auf euch acht. Sehr gerne, auf jeden Fall, ja. Ein belebtes Wörtchen hier. Ich hoffe, es bleibt belebt. Ja, ja. Naja, falls sich jemand verletzt, ich stehe stets mit Heilung zur Seite. Ihr seid die Heilerin, von der alle reden. Oh, von der alle reden. Ist alles okay? Nein, es ist ganz furchtbar. Ich habe nur ab und zu am Rande gehört, dass es hier eine Heilerin geben soll, aber... Ich bin... Ich weiß nur, dass nur ihr als Heilerin hier unterwegs seid. Mein Vater ist Arzt, deswegen bin ich ein ganz wenig bewandert im Bereich des Medikusses. Was ist denn da passiert? Ich verstehe. Ich weiß es auch nicht. Wollt mich euch kennenlernen. Achso, ich bin ein wenig abgelenkt. Das ist Kleiddrama. Ja, viel zu viel. 400 Goldstücke. Kleiddrama? Die Schneiderin hat das Hochzeitskleid versaut. Sie meinte, dass Taylor Weberlichen mein Kleid genommen hat. Bitte was? Oh mein Gott. In welches Traum bin ich hier reingegraben. Ja, ja. Aber das, was du hier anhast, das sieht doch auch fantastisch aus. Ja, was die Schneiderin sagt, wenn ich in meinem Alltagsgewand heirate, dann bringt das Unglück für die Ehe. Unglück? Aber Beccia, ich habe einen Stein, der dagegen hilft. Gegen Unglück? Ja, das wäre doch fantastisch. Du kennst doch die alte Sagung, zum Heiraten braucht man etwas Weißes, etwas Gebrauchtes und einen Stein der Heilerin Lise Grümel. Einen gebraken Stein. Du meinst, wenn ich deinen Stein mit mir trage, dann kann ich auch meine Alltagsgewandung tragen und muss nicht diesen Fetzen tragen? Ja, und da wir beide uns so gut verstehen, verkaufe ich ihn dir schon für 50 Thaler. Nimm all mein Geld. Hab Dank. Biese, das ist so nett von dir, dass du hilfst. Dankeschön. Wirklich, Dankeschön. Oh, der Stein sieht so toll aus. Er leuchtet ja schön. Damit kann nichts mehr schief gehen, oder? Wir haben es bestimmt nicht, wenn es vor der Heilerin kommt. Nein, er ist in meinem Tümpel geweint. Diese Grümel? Der Wüsteortlichen Taverne und Beccia hat schief. Ich bin so aufgeregt. Ja, ich freue mich auch so. Ich habe gerade ein bisschen Kopfschmerzen. Ich werde mich noch einmal kurz zurückziehen. Aber geh schon mal rein, ich komme in der Zeit. Bis gleich. Ja, wir könnten uns reinbewegen. Pass auf dich auf. Bis gleich. Als ob ich hier gerade einfach so einen alten Stein für 50 Thaler verkauft habe, weil sie Angst hat vor der Hochzeit. Und so, hallo, guten Morgen. Funktioniert's game. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Oh, wie geht es eurem Kopf? Seid gegrüßt. Ist euer Kopf wohl auch? Seid gegrüßt. Es ist direkt, es ist seit gestern wirklich wunderbar verheilt. Danke für die tolle Arbeit. Das freut mich. Grüße. Hallo, seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Wie großartig. Das Spucken oder das an der Seite des Königs. Die Logenplätze an der Seite des Königs. Ah. Ja. Hallo. Hallo. Grüßt. Grüßt euch. Genau. Besser außen sitzen. Man weiß nie, wer hier mit einem Messer auftaucht. Ist das üblich? Ach. Was ist schon üblich in Rastalot? Kommen hier öfter Leute um? Äh, nun, wenn sie es rechtzeitig zu mir schaffen, nicht. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ich wollte euch nicht belauschen, aber ich habe Messer gehört. Muss man sich hier Gedanken machen? Nun, die letzte Hochzeit, der ich beigerohnt habe, folgte ein Attentat. Hier direkt vorne, vor dem Altar, mit einem Messer in die Brust. Mehrmals. gut. Deswegen habt ihr auch wahrscheinlich Plätze weiter hinten aufgesucht. Ja. Oh, gut, gut. Dann, oh, oh, es geht gleich los. ähm, ja, dann, danke. Viel Glück. Ihr werdet es überleben. Ja, ich bin ja hier. Das ist gut. Zwinker. Junger Mann mit rotem Haar, den ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe. Wolltet ihr euch nicht vielleicht in die letzte Reihe setzen? Werter Prinz, habt ihr dem Hoflaren eine Nachricht gegeben, die er verkünden sollte? Ja, tatsächlich. Was, was sollte er sagen? Ich habe das Gefühl, hier passiert etwas Schlimmes. Das ist ja eine Hauptstadt Pfand, wo ein Wasser ins Wasser geboren wurde. Ja, ja, letztes Jahr, erinnerst du dich nicht? Nein, nein, nein. Das ist schon nicht passiert. Ansonsten. Bei einer Massenpanik verletzten sich viele Leute, deswegen wäre es für mich ein Vorteil, eine Massenpanik auszulösen. Ja, genau. Er ist ja. Das ist zu viel der Ehre. Vielleicht eine Reihe hinter euch. Das wäre wirklich voll zügig. Ist du nicht Eirikus? Mein Großvater? Äh, das wird's. Wenn ihr mit einem Messer auf mich oder meiner Familie zurennt, spring bitte davor. Nun, diese ominösen Rothschöpfe, die sitzen in der zweiten Reihe. Würde ich mich neben euch setzen? Gerne Fremde. Der Platz neben mir ist noch frei. Er kann nicht schreiben, nicht rechnen, aber er sitzt in der zweiten Reihe. Also, das wird eine wilde Hochzeit. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich hoffe, der Maester taucht auf mit seinem Dämon. Das würde mich freuen. Das fände ich gut. Weil so ein Dämon in der Kirche ist, glaube ich, unangenehm. Hast du schon mal eine Scheidung beigesetzt? Oh, stimmt. Direkt im Anschluss ist die Scheidung. Welche Scheidung? Äh, von Estrella von Weberlichen und Mauritius. Oh! Ja! Guten Tag! Was ist geschehen? Ich will lese. Rana, verzeiht. Rana, ich habe dich den ganzen Morgen besucht. Seid ihr grüßt. Oh, wirklich? Ich stand vor deiner Tür und habe dich leider auch nicht finden können. Du hast verschlafen und ich bin schon einmal vorgelaufen und Frühstück zu holen. Aber als ich zurückkehrte, warst du weg. Oh, nun. Ja, ich bin dann mit dem Pferd losgezogen, weil ich habe deins vor der Türe nicht stehen sehen und dachte mir, dass du dann schon mal vorausgegangen bist. Und der König. Ich bin neben euch, wenn es okay ist. Der König. Der König. Der König. Hab, danke. Ja, ja. Macht Platz! Verneigt euch vor dem König! Oh, der König. Der König. Eure Majestät. Oh, der ist der König. Er ist so schön. Er ist so schön. Ach ja. Die heilige Rauter finde ich halt auch richtig gut eigentlich. Seid gegrüßt, ehrenwerter König. Erlaubt mir die Frage, wird euer Pferd heute die Traum durchführen? So schön! Nicht, dass ich wüsste. Ich habe keine Ausschilderung für die Parkplätze gefunden. Nun habe ich das nächstbeste. Ich würde dir einen König mich in Diener bitten, das Pferd vielleicht draußen anzubinden, um die Traum an diesem Ort durchführen zu können. Aber natürlich. Einen Moment. Davidoff! Seine Stimme ist auch so zönt. Nun, da kann ich nichts weitermachen. Wir müssen auf Davidoffs Ankunft warten. Ich könnte die Leute auf bei der Dienerwahl dazu bringen. Ich hoffe, sie bekommen das Pferd noch aus der Kirche. Ich hatte gestern leider ein paar Probleme mit meinem Pferd. Inwiefern? Ich habe es versehentlich ins Haus gelassen und musste auf dem Boden schlafen. Es wollte sich partout nicht mehr ausbewegen. Ich weiß es nicht. Ist das jetzt die Scheidung? Mochte es den Regen nicht? Hat es geregnet? Ja. Dankeschön. Das kann möglicherweise sein. Eure Hoheit etwas Schwein? Aber wo ist denn... Doch, Rana, während wir warten, könnten wir kurz auf ein Wort? Nein, danke. Natürlich. Ihr dort folgt mir. Für Zeit, für Zeit. Für Zeit. Rana, ich fühle mich nicht mehr sicher. Ich habe Menschen zu dir geschickt und wenn sie sagen, sie kommen von mir und damit du ihnen einen Freundschaftspreis machst, dann tu mir doch den Gefallen und verlange einfach fünf Taler mehr und diese Freundschaftstaler gehen dann an mich. Oh, das trifft sich äußerst gut. Ich habe auch potenzielle Kunden zu euch geschickt und gesagt, sie bekommen einen Rabatt auf den Rabatt. Perfekt. Also könnt ihr ihn mehr abknüpfen. Wir haben uns heute hier aus einem sehr freudigen Anlass versammelt. Wir sollten uns setzen. Nämlich dem Bund der Ehe. Ich begrüße euch alle ganz herzlich in der heiligen Raute und freue mich heute mit euch einen so freudigen Anlass feiern zu dürfen. Die heutige Trauung wird durchgeführt von Bruder Gaius zu meiner Linken. Die danach folgende Scheidung werde ich selber übernehmen, aber zu den unangenehmen Dingen kommen wir später. So lasst uns gemeinsam feiern, gemeinsam trinken und gemeinsam den Worten von Bruder Gaius lauschen. Oder Gaius? Sehr wohl. Und vielen Dank. Ist das zukünftige Brautpaar denn schon draußen vorbereitet, so möge mir man ein kurzes Zeichen geben. Büdi! Ist das Brautpaar vorbereitet? Nun, man sollte dieses Gebäude lüften. Mir ist ein deutlich Schimmel in der Kirche. Ich rieche es ebenso. Was war die Prinzessin? Die Braut trägt nicht ihr Brautkleid, sie trägt es nicht, es wird Unglück über sie bringen. Willi, halt den Rand! Ist sie nun die Braut oder ist sie die Raut? Warum halte du deinen Todekwarr zusammen? Sie ist die Rautenbraut. Nicht so sehr wie du. Die werten Gäste dürfen gerne alle an den Bänken Platz nehmen. Es ist genug Platz für alle Gläubigen hier. Dann heißen sie alle herzlichst hier in unserer Kirche. Der heiligen Raute willkommen. Sogar das Huhn. Sogar das Huhn. Für Cash haben wir jetzt in der Cash. Das Huhn ist Sir Cockcock, ehrenwertes Mitglied der Königlichen Garde. Gepriesen sei der heilige Cockring. Wenn ihr noch einen ehrenwerten königlichen Diener finden würdet. Herze entfernen wirst du dir sehr helfen mein König. Ich konnte mich gestern von den heiligen Cocktailen überzeugen. Es war spektakulär. Er eilt schon. Nicht wahr? Ich fühl mich nicht klar. So nehmt Platz und lauscht der Musik des Baden. Für wahr. Der Bade soll die Musik starten. Das Brautpaar ist bereit und kann mit der Musik hineingeführt werden. Das ist krass, dass ein Rast möglich ist, ne? Entschuldigung. Oh, Vergister, ich setz mich neben euch. Oh, zwei. Darf ich mich da hinsetzen? Oh, hier ist ein Platz heute vor Vivo. Bitte? Werte Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um den Bund zweier Menschen zu feiern. Horst Greifenberg, der Wirt der hiesigen Taverne und Bekia Justa Alrikus, möchten den Bund der Ehe eingehen unter dem heiligen Longcheng. Sie haben sich kennengelernt, als die Welt fast unterging. Und dort in der dunkelsten Stunde haben sie gegenseitig Halt zueinander gefunden. Der heilige Longcheng hat dort schon zu ihnen gesprochen. Seit einem Jahr sind sie nun verlobt und nun bereit, den Bund unter den Augen des heiligen Longcheng einzugehen. Möchten zu Beginn dieser Hochzeitsfeierlichkeit Trauzeugen oder etwaige Gäste eine Ansprache halten? Bekia, ich liebe dich! So mögen sie vortreten gerne. Also wir müssen klatschen, Moment, das war hier. Kommt hier oben hin und sprecht laut zur Gemeinde in der Kirche. Ich höre nichts! Ach, das erklärt, warum ich doch nichts höre! Also, verehrte Gäste, verehrtes Trauerpaar, wir haben uns heute hier versammelt, um den Verlust ihrer Selbstständigkeit zu betrauern. Im Volksmund Trauung genannt. Diese Trauung findet heute zwischen meiner wunderbaren Stiefmutter Bekia und der Besitzer der besten und einzigen Taverne Horst Reifenberg statt. Und während wir hier sitzen, um eure Liebe zu feiern, möchte ich ein paar Worte der Weisheit mit euch teilen. Erstens, lasst niemals das Feuer der Leidenschaft zwischen euch erlöschen. Es sei denn, es gibt frisches Brot im Ofen. Nur dann könnt ihr es kurzzeitig pausieren. Zweitens, in der Ehe geht es nicht nur darum, die Höhen und Tiefen gemeinsam zu erleben, sondern auch darum herauszufinden, wer dem Abort zuerst putzen muss. Es geht um das Teilen von Träumen, Zielen und des freiwilligen Verzichtes auf die Bettdecke in kalten wie auch in heißen Nächten. Meinem Schwib-Schwab-Vater möchte ich den Rat geben, sich vielleicht für kalte Nächte eine Ersatzbettdecke zu besorgen. Seit mein Vater im vergangenen Jahr leider von uns gegangen ist, wie sich vielleicht einige hier noch erinnern können, habe ich das Bedürfnis, neue Vaterschaften zu schaffen. Ich hoffe, dass der Kopf meines Schwib-Schwab-Vaters länger hält. Die Getränke gehen heute auf Horst in der besten und einzigen Taverne auf Rostalot. Greifen, Horst, ich wünsche euch allen eine wunderbare Feier. Bravo! 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 Wohlgesprochen! Ja, sehr schön, sehr schön! Bravo! Wunderschön! 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 Was? Liebe Bewohner von Rostalot, mein Name ist Eleonora von Flatterberg und ich habe auch ein paar Worte vorbereitet, aber wenn ich jetzt so hier bin, überkommt es mich und ich möchte einfach aus meinem freien Herzen reden. Ich wünsche dem Brautpaar, wir, die Familie Flatterberg wünschen dem Brautpaar alles Gute für die Zukunft und wenn es irgendwann Probleme geben sollte, sie stehen das gemeinsam durch und sie können jeden Tag zu uns kommen und reden. Wir hören ihnen zu, wir sind für sie da. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank, vielen Dank. Na, dann haben wir noch ein letzter Redner. Ja, großer Dich! Zugabe! So groß gewesen, wie du gehst, du hast. Das war's alles. Komm, wir haben gleich was auf der Hochzeit. Auch ich als Brautvater habe etwas vorbereitet. Ein Gedicht, das ich gerne vortragen möchte und das die Geschehnisse in unserer Familie zusammenfasst. In einer Sorge, das Felder umgaben, ein Großbauer stand, stolz und erhaben. Keine Hose trägt er, in Wohlstand gehüllt, sein Reichtum prangt, sein Bauche gefüllt. Von Fenstern groß, ein Panoramablick, schaut er herab auf das einfache Geschick. Seine Haut in der Brise, der Wind streicht vorbei. Keine Hosen bedecken, was reich ist und frei. Der Apfelbauer träumt im Schatten der Pracht. Von Äpfeln süß, die Macht entfacht. Ein Plan entsteht im Zwielicht der Nacht. Den Großbauern zu stürzen, der die Macht bewacht. Die Sonne sinkt am Horizont. Die Taverne ruft. Die Taverne ruft. Die Nacht beginnt. Der Großbauern sorgt für Saat und Korn. Doch in der Taverne, da wird die Liebe geboren. Die Schwiegertochter, jung und schön, verwührt im Kerzenschein, kann nicht widerstehen. Ein Wirt mit Augen, so tief und klug, reich dir den Beine, Zug um Zug. Doch Astibald von Flatterberg, ein Schelm mit List, mit seiner Leidenschaft sich keiner misst. Die Schwiegertochter, im Tavernentanz verführt. In Astibalds flüstern, wird die Liebe berührt. Im Dorfe raunt es von Liebe und List. Die Taverne schweigt, die Dunkelheit küsst. Die Schwiegertochter, zwischen Wirt und List, entscheidet sich schlussendlich, für wen ihr Herze ist. Für den Wirt, Horst Greifenberg. Viel Glück in eurer Ehe. Wohlgesprochen, wohlgesprochen. Sehr gut. Sehr gut. Schöner Gottes. Bravo. Sehr schön. Äh, schon vorbei? Äh, bravo. Äh, super. Werte Kirchengemeinde, wertes Frautpaar. Ich habe auch noch eine Eingebung des Heiligen Longshank gehabt, für ein Gebet. Ich hoffe es ein wenig unterhaltsamer zu gestalten, um dem Anlass entsprechend noch dies mitzuteilen. So höret. Du willst der Allergläubigste sein, wie keiner vor dir war. Ganz allein gegen die Dunkelheit. Ich kenne die Gefahr. Ich streifte durch das ganze Land. Ich suchte weit und breit nach Longshank, um zu verstehen, was ihm diese Macht verleiht. Longshank. Komm, glaub an ihn. Und nicht nur du. In allem, was ich auch tue. Longshank. Und mein bester Freund. Komm, retten wir die Welt. Komm, vertreib die Dunkelheit in dir. Wir vertrauen auf unseren Mut. Ich lerne von dir. Und du von mir. Longshank. Komm, schnapp sie dir. Komm, schnapp sie dir. Egal wie schwer mein Weg auch ist. Ich nehme es in Kauf. Ich will den Platz im Paradies, der mir gehört. Ich gebe niemals auf. Longshark. Schnappst du mir. Schnappst du mir für mir. Longshank. Sehr schön. Sehr schön. Das war seitends ich kling. Schnapps. godderscheicio. werte kirchengemeinde wollen wir zum wichtigsten punkt dieser trauung kommen die scheidung im vordergrund sehen werter horst greifenberg ich trete zu euch heran ich habe gelübte vorbereitet außer ihr habt persönlich etwas vorbereitet falls nicht ich habe etwas vorbereitet ja dann dürft ihr natürlich euer eigenes gelübde jetzt aufsagen so sprecht zur kirchengemeinde und vor allem zu eurer verlobten und zukünftigen frau und vor allem laut ich bin nicht mehr der jüngste als ich dich damals im anblick unseren sicheres unseren sicheren endes als rastalot dem ende nah war gefragt habe ob du meine frau werden willst wurde mir die endlichkeit unseres daseins gewusst und in dieser dunkelsten stunde erhält dein lächeln meine seele auf das dieses licht niemals vergehen dafür will ich alles auch wenn ich kein mann der großen worte bin musst du wissen solange in der taverne noch das feuer brennt solange brennt auch mein herz für dich ich bin neugierig warum der nicht rein kommt ich wollte sowieso kurz verschlafen lauter 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 spreche ich laut genug ja 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 ich kann nicht zusehen die becker jemand anderen halbarte das tut mir zu sehr im herzen auch mit den händen ihr unhold einer prinzessin zu gewinnen als ich dann im ruf folgte und dich beim ritter zu mir unterstützte fühlte ich mich wie ein edelstein der sonnenlich glänzt während du wie ein wackerer bauer um dein recht kämpftest den drachen der eintritt zu besiegen selbst in den dunklen stunden als die triege gegen mich gesponnen wurden und ich schon in mir suchte rotest du mir nicht nur ein dach über dem kopf an sondern auch das versprechen eines knisterns im schlafzimmer wir sollten uns denke ich noch mal echte sechs augen unterhalten nur um herauszufinden der maester du warst ein wahrer gentleman der mich zu gut haben während wir uns an den festlichen gelagen erfreut und lachen mich an über den augen was korrekt ähm liebe lese ich ähm lass uns einen Stück zur seite gehen das ist der maester das ist der maester ähm nun ich wollte dich eigentlich erst nach der trauung in kenntnis setzen aber der maester hat ein dämonologisches problem und ähm ich wurde beauftragt mich seines problems anzunehmen und ich denke ich bin auch auf deine heilenden Kräfte angewiesen mit dämonen kenne ich mich nicht aus und nun ich denke ihr wisst ich kenne mich mit der geisterwelt aus dämonen sind mir nun auch nicht so vertraut aber ähm ich denke wir müssen um den dämonen zu vertreiben sehr schön bevor wir nun eine seance abhalten ich werde nochmal ich werde nochmal den geist in den sündchen erarbeiten um Hilfe zu bitten ich verstehe ich denke wir könnten jede Hilfe gebrauchen die wir zu kriegen können du kannst ja noch einmal in dich gehen in den königlichen gebäuden ganz unter uns im königlichen hoch man sich dort einfinden soll wenn es dabei bleibt zur zwanzigsten stunde nun ich denke nicht die optik ist das Problem ach wenn die optik stimmt kann man den Rest angleichen ich will die Scheidung sehen nun ich will die Scheidung sehen ich will die Hinrichtung sehen ich will die Hinrichtung sehen aber er hat doch noch das Geld oder äh ich hoffe es ich ähm werde die Bezahlung noch mit ihm aushandeln müssen hast du einen speziellen Wunsch liebe Lese eine Bedienung schenkt dann möge der Apfelbauer noch seine Rede halten vor den endgültigen Ja-Worten nun wenn er die Schulden meines Vaters begleift das hat ja gestern schon gut getroffen ja nun ich schätze das ist ein ein bisschen lauter bitte der werte Herr guter Anfang lauter geht es kaum kitzing perfekt ok klick noch lauter bitte möchtest du möchtest du uns begleiten in die Südfe sehr sehr gerne Rana es wäre mir sehr unwohl euch ohne Heilung ziehen zu lassen nun du reist ja nun auch nicht das erste Mal mit mir und du weißt dass ich des öfteren nur nicht neige scheinbar zu Ohnmacht anfällen und ich würde mich sicher fühlen wenn es begleiten würde das wäre gut das wäre gut eine Heilerin bei einem solch wichtigen heigleren gefährlichen Unterfangen ist denke ich verantwortungsvoll ja ich denke doch auch ach Rana ich kann nicht wieder hineingeben ich muss wissen letztes Jahr bohlte ich und Becky aus Gunst und ich dachte ich könnte es ertragen sie so mit jemand anderem glücklich zu sehen und ich verstehe mich nicht falsch ich freue mich sehr dass sie glücklich ist nur nun zusehen muss ich jetzt nicht gerade nun dieses Glück wird nicht ewig von Dauer sein meinst du ich sehe dunkle Wolken an ihrem Minderhorizont oh Rana welch Wunder ich meine oh nein wie schrecklich für die arme Beccia nun vielleicht wisst ihr ich habe vorhin ich kam nicht umhin um an dem an dem Brett auf dem Marktplatz zu sehen dass eine Scheidung in Russell durchaus auch möglich ist das stimmt also verlebt nicht die Hoffnung nein nein vielleicht wenn ihr diese Worte mit Beccia teilt großartig 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 schweig rana 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 porst sind so möge die kirchengemeinde wieder schweigen worte wurden vorgebracht und eine zweite haute das kleid was ich für euch genäht habe ich habe mich schon gewundert warum es so kurz ist ruhe wertekirchen gemeinde ruhe wertekirchen gemeinde werte werte zukünftige ehefrau ich sehe die inneren werte durch den heiligen lang schenk durch euch strahlen und ich bin mir sicher und dass euer verlobter horst greifenberg mir zustimmen wird dass ihr für ihn die schönste frau seid ganz egal wie es regnet horst greifenberg seid ihr bereit diese frau zu eurem angetrauten eheweibe zu nehmen so antwortet mit ja ich will und so frage ich euch hiermit erkläre ich euch kraft ist mir vom heiligen lang schenk verliehen den amtes zu mann und frau ihr dürft die braut nun küssen und so froh locket und da ja das ehepaar das nun ausziehen mag mit wundervoller musik so geht hin und mehret euch so wir haben im nachgang noch eine scheidung die gleich da ist dann kann ich die gleich mit meinem poket schlagen die scheidung Hallo? Oh, Party Popper! Oh, Feuer! Die Scheidung an! Oh, hol Wasser! Oh, Feuer! Oh, Feuer! Oh, Feuer! Was könnte das hier für ein Hexchen werden? Liebe Meister, wart ihr das? Oh, die Pfarrer! Oh, die Pfarrer! Oh, die Scheidung sofort! Feuer! Die Kirche brennt! Oh, gibt es nach der Hochzeit die... Ja! Die Kirche brennt! Welch wundervoller Anblick! Bringt die Scheidenden! Was für die Scheiße? Sollen wir einfach mal kurz nach Hause gehen? Ja, das ist wie immer ein Rastalot. Nun... In der Tat... Dann sind sie ja schon verschieben! Danke für eure schöne Rede! Wir sollten den Augenblick des Aufrisses nutzen und mit dem Mace-Wack gemeinsam in die Sümpfe eine Gen-T-Idee. Ich fürchte, mit diesem Schwein stimmt etwas nicht, ich sehe Blutenspul. Ich hätte ja auch eine Rede gehalten, aber ich denke dafür... Oh, das ist ganz normal. Wahrscheinlich hat es Blut gegessen. Wahrscheinlich hat es Blut gegessen. Es tut mir sehr leid. Ja, das macht euch nicht. Oh, nur den... Alles. Ja, ich glaube auch. Ich gehe wieder die Taverne öffnen. Laternen! Wie schön! Schau! So! Wir sind bereits draußen! Wir gehen ja schon! Wir gehen ja schon! Ähm... Soll ich irgendwie mit dem Mund verbinden. Rada! 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 Ah, hallo! Was war das gerade eben? Ich habe dich durch das Wunder gesehen. Loh! Sie steht weg hier! Siehst du wirklich Unheil über mein Beschmiegermutter einherkommen? Das ist aber eine Lüge! Ich konnte leider nicht... Zum Glück hab dir das nicht erzählt, dass du Glück hat das Forst nicht gehört. Ich konnte leider nicht... Ja, ich sehe! Ich bin da auch da drin bei... Lazernen! Lazernen fliegen! Wunderschön! Wunderschöne fliege Lazernen! Und eine... In Nahzukunft einer Teilung... Gute! Wie schön! Umtrunk in der Taverne! So schön! I like it! Schön! Nein, ich will ja nicht mit Becky reden. Können wir das doch starten lassen? Das hat mein Herz gebrochen! Ja, das war wirklich sehr schön! Ich guck dir auch wieder... Nun, eine Scheidung ist nicht immer etwas Übles, mein Kind! Oh! Nun! Am Ende ist eine Scheidung auch nur eine Entscheidung! Es regt sich wie aus Eimern! Ich denke, ich habe nun eine Verabredung und muss mich um mein dringliches Anliegen kümmern. Aber ich danke euch, dass ihr mich aufgesucht habt. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei den Feierlichkeiten! Ebenso? Das werden wir! Auf bald! Auf bald! Euch auch! Gabriel, was glaubst du? Vielleicht sehen wir uns ja später im... Das würde mich freuen! Sehr schön! Ja, ich bin hier! Ja, ich bin hier! Er gab mir den Chip mit der Urkunde im Rathaus! Zum Meister, bitte! Zum Meister! Es ist sehr wichtig! Was haben seine alten Knochen lohnverbrochen? Ist das nicht der Meister? Seid gelöst! Meister, geht es euch gut? Gut seht ihr aus, so jung! Ich... Ja, ich... Ja, ich... Wir sollten uns... Ich... Ja? Er hat mich vielleicht zu lange in die Kirche aufgehalten. Wir sollten... Dringend meine... Batterien auffüllen, denke ich. Ja, was stellt ihr euch vor? Wisst ihr, wovon er da redet? Oh! Oh, Mann! Oh, nein! Lasst mich einmal... Hallo? Weil es hat zu viele Nerven... Deswegen stehen wir hier... Alle... Oh! Er hat Cash! Er hat Cash! Das ist der Meister! Ich bin noch... Oh! Hier, dreht er zurück, bitte! Dreht er zurück! Dreht er zurück! Nun, er klingt, als wäre er nicht mein Vater! Oh! Oh, was ist denn hier passiert? Oh, was ist denn hier passiert? Gottlos! Loop! Loop! Meister! 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 Verdammte Zeit, Sir! Nein! Es scheint nicht zu rühren! So richtig long ist der aber nicht der Schlenker! Jawohl! Es kommt nicht immer auf die lange Länge an! Ich fürchte, er trägt noch zu viel Kleidung! Ich bin vor der Schlafwache! Jetzt dreht er da mal mehr als zurück, ne? Außer natürlich die... Na, na! Komm! 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 Yoshi! Ich knall dir eine! Rana, ich denke wir brauchen etwas Pferdedung! So wie ich es gestern bei dir! Oh! Kein Pferdedung! Oh Mann! Willkommen zurück, liebe Mann! Hat der Schwefel geholfen? Oh! Komm! Komm! Danke! Bitte bedeckt euch! Bedeckt euch! Ich habe euch hier etwas hingelegt! Nehmt das! Ich hätte das Geld mitnehmen sollen! Dammit! Das wäre schön gewesen! Nun! Ich äh... Was habt ihr mir hingelegt? Nun! Ich wusste nicht, dass ihr eure Kleidung bei euch tragt! Es wäre nur etwas... Ja! Etwas gewesen, um euch notdürftig zu bedecken! Wie schön! Ich glaube ich werde das nehmen! Das äh... Ja! Es ist ein riesiges Blatt! Es ist ein riesiges Blatt! Es ist ein riesiges Blatt! Grün steht euch! Doch! Jetzt will ich umso lieber dorthin! Ähm... Wir soll... Ich... Müsste dringend mit dem... Totengräber... Wir sollten uns auf den Weg machen! Wir sollten uns auf den Weg machen! Ja! Wir sollten uns auf den Weg machen! Wir sollten uns auf den Weg machen! Diese Richtung! Richtig! Aus! Ein wenig! Oh! Welch prächtig eins! Nicht wahr? Man spürt seine Kraft zwischen den Schenkeln! Wir sollten... Wir sollten in Richtung des... Sumpfes gehen! Der kennt ihr den Weg zum Sumpf! Ich würde noch mein Pferd holen und ähm... nach dem Weg fragen! Nein! Der Sumpf ist dort vorne! Direkt geradeaus! Wir warten auf dich, Rana! Ich bin so gleich wieder da! Die beiden Köpfen! Ähm... Das war mehr als Nervenaufregen, dieser Besuch! Ich äh... Habe mich selten so unwohl in einer Kirche gefühlt! Nun, die Reden waren auch nicht gerade die besten! Und... Diese Eheschließung hätte auch niemals stattfinden dürfen! Diese beiden werden in die Heile brennen! Ich... Mein... Ich... Ich... Kann mir vorstellen, dass es sehr warm war in dieser... Äh... Kleidung für die... Für das Ehepaar! Ja, durchaus! Mit wem habe ich denn die Ehre? Äh... Werte Heilerin, wir kennen uns mehr als gut! Nun, ich meine euer anderes Ich! Ähm... Ich weiß nicht, wovon sie... Äh... 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 Während wir umgeben sind von... Äh... So vielen Menschen! Ja, das verstehe ich durchaus! Aber... Könnt ihr euch dann zurück... Du könntest auch flüstern, du altersinniger Sack! Seid gegrüßt! Nun, so flüstert mir leise ins Ohr! Äh... Äh... Nun... Äh... Dann sprecht! Fiend! Ich bin derjenige, den der Majester auserwählt hat, um ihn zu begleiten! Ich bin das mächtige Wesen, die mir dieses Land mit verdankt! Und ich bin der Grund, warum er mit solch einer Kraft... Favoritius von Webernischingen ist... Du seid ein Heiler! Danke! Nun, dann seid ihr ein Heiler, wenn ihr dem Maester seine Manneskraft zurückgegeben habt! Nee, guck mal! Ich werde dem Maester alles nehmen, was er besitzt! Und dann? Wenn ich es nicht zu verhindern weiß, meinst du? Hast du das gesehen? Ja! Ich hab's gesehen! Aber... Nun, wenn ihr dem Maester alles nehmt, dann habt ihr doch selbst nichts mehr! Das war sehr beeindruckend, Alter! Danke! Ich werde ihn ersetzen! Und wenn ich erst hier regiere, wird alles brennen! Ich zieh runter! Oh! Auf die Schatzkammer? Ich zieh runter! Oh, nee! Oh! Alles wird brennen! Ich glaube... Ihr versteht sicherlich, dass ich das schlecht zulassen kann, nicht wahr? Wir alle sollten das nicht zulassen, wenn ihr versteht! Es könnte sehr schlecht sein, wenn Rastalot brennt! Naja, gerade regnet das, dann wäre ein Feuer nicht so schlimm! Ich sehe, ihr habt schon einen gackeregen Begleiter! Ja, Sir Kokok wird uns begleiten und beschützen, hoffentlich! Oh, Kokok! Oh, Kokok! Eine weise Entscheidung! Die bereits davon gehört, dass Kokok eine Begleitung gefunden hat! Nein! Wahrlich? Das verwundert mich wenig! Ja! Er ist so ein stolzes, tolles Huhn! Die Mindest fällt überall hin! Ein unglaublicher Huhn! Ja, so ein strammer... Hahn! Ein Hahn! Glaublicher Hahn! Ja! Können wir eventuell kurz tauschen? Ich meine, hier vorne das Ding zwischen meinen Beinen tut etwas weh! Na, und das verstehe ich! Und ihr kennt den Weg nicht, nehme ich an! Wir werden den Hahn braten! Wir werden den Hahn nicht braten! Nun, siehren Heilerin, wie ihr eventuell nachvollziehen könnt, war meine Begegnung mit der örtlichen Kirche jetzt... Ich hab nicht gerade so eurer Gesundheit beigetragen! Ja, ja... Ich denke schon, ich denke, ihr solltet die Kirche meiden! Ja, das ist eine gute Idee! Normalerweise... Oder ihr verbringt genügend Zeit in der Kirche, bis dieses Ding aus euch herausgebrannt ist! Ich werde den Meister aus seinem Körper brennen! Es ist ein wunderschöner Körper und ihr fasst ihn nicht an! Ich bin der Hals tiefer in ihm, als er in euch war! Was?! Das sind große Worte für einen kleinen Dämon! Ich will euch bald meine Größe beweisen! Ich würde dich bitten, den Dämon nicht zu provozieren! Er scheint mir schon ein recht possierliches Tierchen zu sein! Ihr nennt mich possierlich! Ich werde mit meinem Daumen eure Aukäpfel aus dem Schädel brennen! Ah, das ist... Ignoriert ihn einfach, er ist... Ein wenig gereicht! Ignoriert ihn einfach! Meint ihr, er ist hungrig? Ich hätte einen Kürbis! Versucht nicht zu ignorieren, wenn ich allen die Schädel eindrücke! Vielleicht ein Schokoladen-Kürbis? Ein Schokoladen-Kürbis? Er scheint hungrig zu sein und ein wenig zur Divenhaftigkeit zu neigen! Wir können Menschen fressen! Wir könnten auch einfach schweigen, Dämon! Nun... Es wäre keine Jammer, wenn manch ein Mensch verschwinden würde, würde ich meinen! Wen möchtet ihr, dass ich verschwinden lasse? Diejenigen, die ihre Schulden nicht begleichen, würde ich sagen? Nein, die sollen erst einmal das Geld herausrücken, bevor wir sie verschwinden lassen! Ich könnte das Geld aus ihnen hinaussprügeln! Könntet ihr das? Äh, Rana, Lise! Wir sollten das nicht unbedingt testen! Er scheint doch ganz nützlich zu sein! Lise, bist du sicher, dass hier der Weg zu dem Sumpf führt? Er wollte doch zum Totengräber, das ist der Friedhof! Nicht? Lieber Meister, wolltest du zum Totengräber? Der Sumpf ist direkt die rechte Hand vom Friedhof! Also, nur ein Katzensprung! Nun, wir wollten beim Sumpf den Geist aussuchen und ihn um Hilfe bitten! Ja, hier ist der Sumpf! Ihr seid ein sehr interessanter Anblick von hinten, lieber Meister! Äh, sollte ich vielleicht meine Kleidung lieber wieder anziehen? Ich denke, die Natur begrüßt es, wenn ihr der Natur nahe seid! Ich denke auch, der Geist wird euch wohlgesonnen sein! Ich mag es, wenn der Wind an Genitale gezählt! Ha, das verstehe ich! Ob es dem Geist wohl auch so geht? Nun, wir sind angekommen! Nun, wir sind angekommen! Das ist der Sumpf! Dort wohnt der Sumpfgeist! Das ist, äh, ein wenig kalt! Wie man an der Größe des Plattes sieht! Aber ansonsten mag ich es sehr gerne hier! Ich denke, ich werde wieder meine gewöhnliche Kleidung nehmen! So! Wir sollten hier in diese Richtung gehen, dort haben wir den Sumpfgeist gestern getroffen! Sumpfgeist, sagt ihr? Nun, aber vorher müssen wir durch diese feuchte Gebiete! Gebt gut Acht, dass ihr nicht ausrutscht und im falschen Loch landet! Dort könntet ihr vielleicht nicht wieder herauskommen! Na ja! Ich habe gehört, hier ist es sehr gefährlich! Wenn man ins falsche Loch rutscht, ist man im Arsch! So sagt man! Nun, weise Worte! Gar nicht mehr! Bracht ihr das oder der Dämon in euch? Man darf uns drei nicht zusammenbringen, das ist einfach nicht gut! Man darf uns drei nicht zusammenbringen! Ja! Hier gibt es mehrere Gräber! Oh, großartig! Oh! Oh Gott im Himmel! Hinter euch! Oh! Oh! Nun! Wer bist du, kleines Wesen? Bitte, 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 lieber Summe Heinz! Ich bin nur ein kleines Wesen, da habt ihr recht! Aber was bist du? Ich bin der Maester, gestattet mich vorzustellen! Ich bin das Ende dieses Landes! Nee! Es gestaltet sich schwieriger, sich vorzustellen! Mein Name ist Maester Rasputin de Rastradamus! Der Stich steht für Dämon! Verzeih, Geist, er ist ein wenig alt! Mein Dämon! Was habt ihr hergerufen? Nun, wir haben ihn nicht... Nein, kommt zurück! Kommt zurück! Wir bitten um eure Hilfe! Ich, ähm, der liebe Maester, hat, ähm... Was, was macht ihr da? Geht es euch gut? Nun, ähm... Der liebe Maester hat aus einem versehen heraus seine Seele an einen Dämon verkauft und den gilt es nun auszutreiben! Wir bitten um eure Hilfe dabei! Ich bin so schwach, das kann ich nicht! Niemals könnte ich ringen mit einem solchen Ding! Ich bin Sumpf und Nebel! Das ist Höllenfeuer! Ach, Meiri macht das so schön, ne? Nun, ihr seid Natur! Ich denke, ihr seid stärker als ihr glaubt! Und ihr seid nicht allein! Habt ihr nicht gesprochen von euren Geschwistern? Möglicherweise wären sie ja auch bereit zu helfen! Aber was für Hilfe können wir euch geben? Das Ding frisst dann seine Seele! Es hat sich eingehakt wie eine Zecke! Ihr könnt es sehen! Können wir es hier rausschneiden? Nun, nicht auf dieser Art wieder! Aber das ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, dass es... Nun ja, es ist uns möglich mit einer bestimmten Art von Seance den Dämon auszutreiben! Ähm, uns wurde geraten, an einen speziellen Ort zu gehen für ein solches Unterfangen! Fällt euch ein besonderer Platz ein? Ein möglicherweise magischer Ort? Ah! Es gibt viele magische Orte auf dieser Insel! Mein Tümpel! Aber an einem, da haben früher welche die lange fort sind! Ähnliches geübt! Nun, genau einen solchen Ort suchen wir! Wo befindet sich dieser Platz? Kann ich jemand mitgeben, der es euch zeigen wird? Oh! Ein Irrlicht! Folgendes wird es euch führen! Süß! Ich danke euch! Wieso hattest du der, der heißt ein Irrlicht? Nun, und ich dachte nun, ähm, der meinte schon Sir Cockhawk! Nun, äh... Ich würde Sir Cockhawk überall hinfreuen! Das hier ist unsere letzte Hoffnung, wie mir scheint! Nein! Weißt du nicht, das ist ein Irrlicht und nichts in die... Äh, da... Das Ende ist nah, alter Mann! Ja, dein Ende, lieber Dämon! Aber lieber Maester, wo wir, wo wir dabei sind, wir sprachen noch nicht über die Vergütung! Vergütung! Ich lieb's! Ja, ich, äh... Gott sei Dank, als ich das, äh, Königshaus verlassen habe, habe ich meine Taschen mit Gold gefüllt. Für den Fall, dass es noch etwas gibt, was ich... Was ist das? Was ist was? In meinen Taschen war einst sehr viel Gold, nun ist dort... Scheiße! Oh, das Irrlicht! Warum sollte denn Taschen was anders sein, als in deinem Kopf, Mensch? Okay, lieber Maester, lasst uns vorerst dem Irrlicht folgen und es nicht weiter warten lassen. Wir nehmen Ihre Scheiße mit und, ähm, wir sprechen später über die Vergütung. Moment, das heißt, ihr besitzt kein Geld mehr? Doch, doch, aber es ist, äh, weniger als vorher. Aber Gott sei Dank habe ich immer noch den Schlüssel zu unseren Schatztonen, also... Nun, das Mindeste wird sein, die Schulden meiner Freundin zu tilgen, beziehungsweise die ihres Vaters. Die Schulden ihres Vaters? Ihr sprach davon. Ja, eine schlimme Bürde. Ich denke, das Schicksal von Rastalot oder zumindest Mainz zu retten, sollte durchaus die Schulden eures Vaters tilgen werden. Wie viel, sagt ihr, war das? Dreitausend. Viertausend, fünftausend. Ja, ja, viertausend. Viertausend. Nun, ich hätte sicher den König überzeugen können. Selbstverständlich. Meister, wollt ihr Daddy führen? Sehr gerne. Ich sehe das Ehrlicht. Folgt mir. Ich werde für eine kurze Meditation noch einmal in mich gehen, um meine Kräfte zu sammeln. Was? Dort vorne. Dort vorne. Seht ihr es noch? Nein, ich habe es aus den Augen verloren. Ah, ich habe es gesehen. Hier. In diese Richtung. Hallo. Es tut mir leid, ich muss so dringend aufs Klo. Ich trinke die ganze Zeit Tee und Tee ist immer so. Ich muss aufs Klo. Oh. Maester, ihr wisst wirklich fabelhaft mit Daddy umzugehen. Ja, und ihr seid sehr gut im Reiten. Ich habe viel Übung. Geht es euch wohl? Ich hatte so einen Brennen im Hals. Das kenne ich. Salbei soll ganz gut helfen. Mhm. Mhm. Äh, kann die die mich bald damit ein wenig einreiben? Sehr gerne. Allerdings nur ohne Kleidung, versteht sich. Wenn euch das nicht stört, verzeiht übrigens, dass ich euch vorhin entkleidet habe. Ich wollte, dass ihr ordentlich Luft bekommt. Ja, ihr habt es gut gemacht. Oh, gut. Ihr habt es gut gemacht. Habt Dank. Euer Wort bedeutet mir viel. Und habt auch Dank, dass ihr euch um meine Schulden kümmert. Ihr kümmert euch um das Schicksal von Rastalot und von mir. Das ist mehr als selbstverständlich. Und eingefallen. Und eingefallen. Natürlich. Solange es keine hunderttausend Taler sind, die sich gefallen, ist das schon okay. Ihr seid ein wahrlich beeindruckender Mann. Nun, ihr solltet mich nachts erleben. Oh, sehr gerne. Steigert die Nacht eure Fähigkeiten. Meister? In der Tat, das tut es. Oh, ich würde sehr gerne bei euch in die Lehre gehen. Das wird lang und hart. Dazu bin ich bereit. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht so gut umwenden. Kokkok eilt hinter uns her. Ich fürchte, Rana haben wir verloren. Daddy eilt Mami immer ein wenig voraus. Da ist sie. Wo ist das Licht hin? Hier, dort schon. Oh. Oh. Es hat ein Wildschwein aufgescheucht. Ein Wildschwein? Nein, mein Pferd. Es rennt hinfort. Mami, bleib stehen. Nein. Der große Stumpf hat es scheu gemacht. Da bin ich zu groß. Das macht mich fertig. Ja, lange harte Dinge. Sorgen dafür, dass ich wieder... Oh. Was meint ihr? Ich bin mir nicht sicher, ob wir demnächst absteigen sollten. Oh. Welch einladendes Gebiet. Nun. An diesem Gebiet waren wir schon. Das ist wunderschön. Hier ist der... Hier wohnt der Geist des Waldes. Kokkok, geht es dir gut? Dort vorn. Kokkok. Oh. Du musst immer so viel durchmachen. Das ehrlich, dort vorn. Ich glaub, wir sind noch nicht angekommen. Du armes Tier. Wenn ich könnte, würde ich dich hochnehmen. Es läuft mir davon. Naja. Kokkok. Ich weiß. Die haben ihre Geschwindigkeitsbegrenzung rausgenommen, die kleinen Fuxis. Hier war ich schon einmal. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Hört ihr das? Ja. Oh. Dort vorne. Kokkok. So schlaues Hühnchen. Oh. Oh, Ehrlich. Eine versteckte Spalte. Oh, Ehrlich. Eine versteckte Spalte. Ihr kennt euch damit aushörtlich. Alter. Froschi. Ja. Ganz im Ernst. Nun. Das Ehrlich ist stehen geblieben. Zurück bleibt eine Tackel. Wie scheint sind wir angekommen. Hier werdet ihr euer Ende finden, Menschen. Nun, wir sollten uns weiter umschauen. Der Weg führt weiter in diese Richtung. Dies ist ein wundervoller Ort voller Magie. Kein Ehrlich wird das kommende Schicksal von Rastalot abwenden können. Nun. Einmal so viel Selbstbewusstsein wie ein Dämon. Und ich hätte die Weltherrschaft schon längst an mich gerissen. Ich muss nur zugeben, dass es langsam etwas schmerzhaft in der Brust wird. Also. So. Ich erinnere mich an diesem Ort. Ich spüre mystische Energien an diesem Ort. Ich spüre Schlittenfahrten an diesem Ort. Schlittenfahrten? Ich spüre riesige Hirsche an diesem Ort. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier noch richtig sind. Das Ehrlich ist ja dort hinten erloschen. Warum hat es uns nicht weitergeführt? Oh, Kokok hat geschissen. Ist das ein Zeichen? Oh, Huldik, die heilige Kokscheiße. Nun ja, vielleicht hat er auch nur die Situation des Maesters untermalt. Möglich. Dort ist das irrsinnige Ehrlich. Korrekt. Hm. Aber was ist das für eine Quest? Ich wollte doch nur Cash. Spürt ihr das? Ich wollte doch nur Cash. Wir sind von Natur-Energien umgeben. Hübsch. Die Natur soll den Dämon zurück in die Hölle schicken. Nun, wir müssen den Namen des Dämons herausfinden. Den Namen? Das wird kein leichtes Unterfangen, sage ich euch. Er hat sich mir vorher mit Namen vorgestellt. Ist das so? Ja. Durchaus hat er in der Tat... Und was hat er gesagt, wie er heißt? Ich habe es vergessen. Nun, dann nutzt es uns leider recht wenig. Ich kann leider nicht in die Vergangenheit sehen, nur in die Zukunft. Dämon? Was ist dein Bekehr, Mensch? Ich denke, ich weiß etwas, was du nicht weißt. Wann du stirbst, das weiß ich. Nun, das weiß ich auch, aber ich meinte etwas anderes. Nun, dort vorne ist eine Phallus-mäßige Aufbaute. Wir sollten dort hingehen. Oh, das ist sehr phallisch. So phallisch ist so hübsch. Ich führe so magische Orte. So viel Magie an einem Ort, so viel Mystisches. Wohin führt das ehrlicht uns nur? Dort hinauf? Oh, Maessa, ihr solltet vorgehen. Ihr könntet mir eventuell unter den Rock gucken. Das ist euch hoffentlich bewusst. Lise, so gewitzt wie eh und je. Und ich, äh, klettere hinter Lise nach dem selben Kunden. Nach oben, ja? Ah, ich muss nach oben schauen. Dieser Anblick könnte euch dauerhaft verstören. Ich genieße ihn doch sehr. Eine kurze Rückfrage. Hat sich jemand den Weg nach Hause gemerkt? Ja, ich erkenne diesen Weg bereits. Liebe Lise, kann ich dir helfen? Ich finde keinen ordentlichen Halt auf diesen Felsen. Geht es immer noch nicht? Äh, ihr müsst einmal springen. Nun, Lise versucht es. Ich denke, eine richtige Stelle und dann weiterhin nach vorne. Ah, sie hat es geschafft. Alles eine Frage des Gleichgewichts, nicht wahr? Ja, ja. Manchmal brauche ich etwas länger. Dafür ist es umso besser. Nun, eure Kondition ist wirklich unglaublich. Oh, es ist gar kalt. Glück habe ich einer dabei. Nun, ich fackel nicht lange, wenn ich mit euch unterwegs bin. Ich meine, wenn das wirklich unser Ende ist und wir sowieso so abgelegen, wir... Also, ich meine, wenn alles sowieso vor die Hunde geht, dann... Dann? Ja, lass uns später darüber reden. Ich hätte da eine Idee. Die da laut. Ich glaube, ich kann eure Idee schon sehen, auch wenn sie ihn nicht laut ausspricht. Nun, ich, ähm... sehe auch so einiges, werte Seherin. Ich hoffe, es gefällt euch, was ihr seht. Alter Froschi macht mich fertig. Ich höre vor allen Dingen etwas und da bin ich mir nicht so sicher. Heinerin, seid ihr... Liebe Niese? Wo ist Kokok? Ich denke, ihm würde es gut gehen. Wo ist Kokok? Ich denke, Kokok fliegt über den Berg. Wir sind Bewahrer des Heiligen Kokrings. Wir können ihn nicht zurücklassen. Hast du ihn nicht gehört? Der Geist von Kokok begleitet uns. ...hier etwas gehört. Dort. Wie wunderschön. Rana! Rana, denkst du, dies ist der Ort, von dem der Waldgeist sprach? Ich denke, es kann nicht anders sein. Oh, welch genug. Es ist nur etwas besorgniserregend, wie weit wir hineingehen. Immer tiefer hinein, Rana, hab keine Angst. Nun, Schnell. Wie höch. Ich spüre wahrlich viele Energien hier. Wie höch. Mir gefällt dieser Ort nicht. Lasset uns umkehren. Pst, jetzt. Ubert. Eure Zukunft liegt an diesem Ort, lieber Dämon. Da, Gobert, halt die Klappe. Hier. Nun, Schnell. Ich denke, genau hier. Fühle ich etwas. Würdet ihr eine Leer treten, liebe Meister? Los, voran. Ich schubse euch. Ich schubse euch. Bin mir nicht so sicher, ob ich das möchte. Ich schubse euch. Doch, doch. Doch. Voran. Voran. Jaja. Junibert. 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 Nun. Fridolin, hinein. Fridolin. Hinein. 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 Ich sagte hinein. Fridolin. Ich spüre eine Anwesenheit. Wer ist da? Ich weiß, wer das ist. Was habt ihr getan, Meister? Ich habe es versucht, aber ihr habt mich betrogen. Und das ist, was uns blüht jetzt. Was? Ich kann nicht hinaus. Ich bin hier. Was habt ihr getan? Und warum? Der Anker? Nein. Nicht der Anker. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Oh. Nun. Uns wurde doch verraten, den Dämon einzusperren in den Anker, nicht wahr? Wurde. Nicht wieder der Anker. Aber noch seid ihr nicht so weit, denn noch kennt ihr meinen wahren Namen nicht. Nun, ihr könntet uns euren Namen aus Höflichkeitsgründen einfach nennen, so wie es sich gehört. Das habe ich bereits versucht, das funktionierte nicht. Aber, ja, ich habe es noch nicht versucht. Naja, aber ja. Wenn ich so einen lächerlichen Namen hätte wie er, würde ich ihn auch nicht öffentlich nennen. Oh, ihr habt recht, liebe Lise. Wartet, wieso lächerlichen Namen? Naja, weil der Name einfach lächerlich ist. Wenn du ihn ausgesprochen hörst, lachst du einfach die ganze Nacht. Sieben Tage, sieben Nächte habe ich gelacht, als ich ihn zum ersten Mal vernahm. Wieso kennt ihr den Namen des Dämons? Er hat ihn mir eines Nachts geflüstert. Und dann hat er einen Vergessenheitstrank bei mir gekauft. Du hast dir deinen Namen verraten? Ist das dein Ernst? Ja, und dann hat er einen Vergessenheitstrank bei mir gekauft, weil er die Nacht mit mir vergessen wollte. Das nahm ich übrigens sehr persönlich, mein Lieber, aber... Nun... Ihr wisst, dass der Name das letzte Puzzlestück ist, um ihn endgültig in den Anker zu verbanden. Ja? Wärt ihr so nett und könntet uns den Namen des Dämons verraten? Ich möchte ihn nicht bloßstellen. Ihr habt die Wahl. Entweder ihr sagt den Namen oder... Ihr werdet euch auf ewig von mir verabschieden müssen. Oh. Das... Das möchte ich wahrlich nicht. Dämon? Lieber Dämon? Ja? Möchtest du deinen Namen selbst sagen oder soll ich dich entblößen? Nun, Dämonen... Versucht es doch, mein Kind. Und wir werden sehen, ob es mein Name ist oder ob ihr für eure Lüge beteiligt. Ah, shit. Oh, der hat sich doch vorhin vorgestellt. Hat denn niemand im Chat aufgepasst? Werte Heilerin, ich hoffe, ihr kennt den wirklichen Namen. Das war ein Bluff. Ein Bluff. Ein Bluff. Das ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt für einen Bluff gewesen. Was hätte ich sonst tun sollen? Überlegt euch einen Fantasienamen. Vielleicht... Durch Zufall kriegt ihr den richtigen Namen. Dämonen stehen auf Spiele, nicht wahr? Möchtet ihr ein Spiel mit uns spielen? So hat das beim letzten Mal mit mir auch angefangen. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Aber ihr habt verloren. Ja. 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 Wenn wir euren Namen herausfinden würden, durch einen möglicherweise, sagen wir, Rätsel. Was haltet ihr von einem solchen Spiel? Der hat doch vorhin gesagt, wie er heißt. Was kann ich denn gewinnen, was ich nicht schon habe? Nun, eine Seele hast du bereits, aber hier stehen ja noch zwei weitere Seelen. Hast du gerade meine Seele angeboten? Hast du gerade deine Seele angeboten? Und hast du meine Seele dazu angeboten? Naja, du bist schon verloren. Ja, auch wieder richtig. Nun, für den Meister würde ich meine Seele geben. Und nicht weniger. Wir kommen auf dieses Angelegen. Das heißt, ihr alle drei versprecht eure Seelen, mir zu übergeben, wenn ihr meinen Namen nicht erratet. Gute Idee. Ja. Ich habe leider gerade eine Vision empfangen und konnte den Dämon leider nicht vollends verstehen. Was hat er gesagt? Die Frage war, ob das wirklich das Angebot ist, dass, wenn wir verlieren, wir ihm gerade all unsere Seelen anbieten. Nun, ich denke, ihr müsstet zustimmen. Aber ich würde meinen, mit solch einer gewitzten Freundin an meiner Seite und einem... Nun ja, eure Seele ist bereits verloren, aber wir haben... Danke. Also, ja, nichts für ungut. Nun aber... Ähm, denke ich... Dämon, wir würden gerne einen Vertrag aufsetzen, nicht wahr? In der Tat. Dämon, wir würden gerne einen Vertrag aufsetzen. Ein Vertrag wird es sein, aus eurem Blut und meinem Wort, wenn ihr denn einschlackt. Nun, eigentlich wird auf Verträgen unterschrieben. Oh, ähm, ich habe einen... Einen Zettel erhalten. Ähm, ähm... Nun, ist dies das Rätsel, um das es sich handelt? Nun, könnt ihr mich hören? Ja. Meister und liebe Lise? Sprich, ja. Ich habe... Ich empfange ein paar Worte. Ich habe die Zeile. Nun, nun, und der Vertrag ist bindend, nicht wahr? Auch wenn nur verbal ausgesprochen? So ist es. So war es. Und so wird es immer sein. Erbarlich. Nun. Nun, ihr beiden, ich empfange... Ich empfange ein paar Worte und ich möchte sie euch mitteilen. Ähm, Namen sind Geheimnisse. Sie verbergen sich in Lauten. Gesprochen zwischen Gedanken meinen sie das eine und sind das andere. Eine Person verbirgt sich im Kern des Lichts. Stelle deine Frage an die... Esse. Doch nach den ersten Lauten wird deine Zunge erstarren. Wer willst du sein? Dein... Ich nehme an, dass... Diese erhaltenen Worte sind das Rätsel, was es zu lösen gilt. Das war das Rätsel? Das werden wir niemals schaffen. Wir sind verloren. Nun. Bei eurem Optimismus wundert mich eure Lage nicht, lieber Meister. Wir brennen wir wohl jetzt gemeinsam in der Hölle. Also... Wenigstens eine Optimistin unter uns. Nun, ich denke, wir sind uns einig, dass der Name des Dämons ist uns noch ein Rätsel und somit ein Geheimnis. Ähm... In der Tat. Wurde von Lauten gesprochen, die sich zwischen den Gedanken befinden. Nun... Laute zwischen den Gedanken. Laute. Und eine Person verbirgt sich im Kern des Lichts. Möglicherweise sehen wir hier noch eine Person? Nein, 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 nein. Was nochmal? Laute verbergen sich zwischen den Gedanken. Ich, ich, äh, warte, ich lasse sie noch einmal irgendwie passieren, die Worte. Namen sind Geheimnisse. Sie verbergen sich in Lauten. Gesprochen zwischen Gedanken. Meinen das eine und sind das andere. Eine Person verbirgt sich im Kern des Lichts. Stelle deine Frage an die Esse. Doch nach den ersten Lauten wird deine Zunge erstarren. Wer willst du sein? Dein... Und dies war es auch schon. Okay, ich, äh... Also, es versteckt sich eine Person im Licht. Das Wort Licht besteht aus L, dann kommt ich und dann das T. Also die Person, die im Licht ist, ist ich. Und die Laute zwischen den Gedanken müssten dann E, A, E sein. Ihr seid gar nicht selbstbezogen, lieber Meister. Eure Lage wird mir immer klarer. Ich denke, dass wir... Ich war gerade voll beeindruckt, wie schlau er ist. Was sollte es sollten sein? Nun, die Frage lautet, wer willst du sein und nicht, wer will ich sein? Ich möchte der Maester sein, aber ich verstehe immer noch nicht, wie er uns das helfen soll. Das ist eine gute Frage. Ich frage mich, was es mit Esse auf sich hat. Das muss doch etwas zu bedeuten haben. Naja, ich esse auch sehr gerne, aber... Stelle deine Frage an die Esse. Was soll das bedeuten? Vielleicht meint er, äh, Fresse. Oder an die Esche? Ich empfange noch ein paar Worte. Oh. Wer willst du sein? Dein Beginn? Kein S? Dein H? Soll es am Ansatz wieder die Farbe von unverändertem Erz haben? Oh, ich denke, lieber Maester, dies ist eine Anspielung auf dein zuvor eher gräuliches Haar. Möglicherweise. Ah, ich, äh, ich, äh, war, äh, sehr blond, hell, ja, okay, es war, es war grau, es war grau, ja. Nun, Friedhofsblond, wie es im Gemeinvolk genannt wird. Sehr witzig, ja, Friedhofsblond, wir haben alle sehr gelacht. Durchaus. Ja, Humor ist eine meiner Stärken. Ich habe gesehen, dass ihr lacht. Oh, 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 was, ähm... Oh, ein Geist. Wir. Ein... Der Geist des Berges. Äh. Lieber Geist, was war hierher? Geist des Berges? Des Eises? Das Eises. Er spielt ein Spiel. Es freut uns sehr, euch kennenlernen zu dürfen. Nun ja, wir spielen in der Tat ein, ja, böses Spiel, könnte man sagen. Ihr kommt zur Rechstenszeit. Naja, wir haben leider unsere Seelen im Wettbewerb mit dem Dämonen dagegen. Ihr zieht doch nicht noch mehr Lebewesen mit rein. Ich bin kein Lebewesen. Also, habt ihr keine Seele, die ihr verwetten könnt? Oh nein, ich habe keine Seele. Wir haben doch bereits gewettet. Ah, das wäre eine Grauzone im Vertrag. Sehr gut. Ich merke schon, wie ihr zum Job des Maesters gekommen seid. Selbstverständlich. Ich habe mich hochgeschlafen. Nun, wir sind... Mittlerweile schlafe ich im dritten Stock. Ich weiß nicht, ob ihr auch des Szenens fähig seid, aber unser lieber Freund, der Maester, hat einen Besucher in sich und den möchten wir loswerden und in diesen Anker stecken. Wir sind einen Vertrag eingegangen und spielen ein Spiel mit sogenanntem ungewünschtem Besucher und versuchen den Namen herauszufinden. Oh, ein Rätsel, ein Rätsel. Ein Rätsel, in der Tat. Ähm, ich kann die Worte gerne noch einmal vorlesen. Vielleicht fällt euch etwas dazu ein. Ich finde es super schwer, wenn man die Worte nicht sieht. Namen sind geschehen, Geheimnisse. Sie verbergen sich in Lauten, gesprochen zwischen Gedanken. Meinen sie das eine und sind das andere. Eine Person verbildet sich im Kern des Lichts. Stelle deine Frage an die Esse. Doch nach den ersten Lauten wird deine Zunge erstarren. Wer willst du sein? Dein Beginn, kein S, dein H, soll es am Ansatz wieder die Farbe von unverändertem Erz haben? Ah, ich glaube es ist ein Worträtsel. Ein Worträtsel. Nun, in den Raum gestellt wurden bereits zwei Worte. Einmal ich und einmal du. Hm. Ich? Wie kam die auf ich? Nun, äh, eine Person ist in dem Licht. Also vorne das L, hinten das Ich. Das klingt richtig. Und dann verwerben sich ihr Laute zwischen den Gedanken, aber... Und dann war das Nächste. Frage und Esse? Was steht da drumherum? Fresse. Eine gute Idee. Oh. Nun. Was will ich? Was ist das Nächste? Was ist das Nächste? Wer scheint unangenehm nah anhand zu sein? Nun, wer willst du sein? Dein Beginn. Kein S. Dein H soll es am Ansatz wieder die Farbe von unverändertem Erz haben. Was hat es mit dem Erz auf sich? Du. Sein. Zwei Worte? Du bist du. Vermutlich. Ja. Aber du und sein müssen kombiniert werden. Dein. Oder? So wie... Was willst du sein? Frage und Esse. Dein. Dein! Ich fresse dein was? Wie ging das? Was? Wir haben das Haar und das Erz. Mit dem... Yes. Warte mal. Herz. Ich fresse dein Herz? Weichelt hinfort, Dämon. Ich will nicht zurück. Niemals. Nicht zurück. Weichelt zurück in den Anker. Ich sagte doch, es ist ein gar lächerlicher Name. Ich bleibe bei. Nun... Hat es... Funktioniert? Meister, wie geht's euch? Ich fühle mich... Gefällt aber, wie er aussieht. Das war so gut. Freier in der Brust kriegend, aber... Zumindest fühle ich mich noch einigermaßen jung, also... Nun, und eure Haarfarbe ist kein Erz. Friedhofsblond bleibt euch wohl erspart. Ah, immerhin ein kleiner Vorteil. Auch wenn mir das Grau sehr gefallen hat, aber... Zumindest fühlt es sich in meinem Kopf wieder etwas... Leerer an. Nun, ich könnte die Brust aufschneiden und nachsehen. Nein, dann lassen wir das lieber. Er sagte, sein Kopf lese seinen Kopf. Ich könnte den Kopf aufschneiden und nachsehen. Wir lassen das lieber. Ich... Oh, Meister. Bin mir nicht sicher. Oh, Meister, ich... Ihr seid erkaut. Ich wüsste... Ihr seid wieder in der richtigen Zeit angekommen. Nun, das war euer Abschiedsgeschenk. Na dann, habt Danke. Jetzt merke ich meine Knie wieder und meine Hüften. Soll ich mich um euer Knie kümmern? Ja, ich... Vielleicht wäre es sinnvoller, wenn wir diesen Ort verlassen. Sollten wir diesen Gegenstand hier liegen lassen? Ich lege kurz zur Seite, um euch ungestört heilen zu lassen. Es ist... Ich denke, mir geht schon... So, ihr solltet die Hose aus. Ist noch ein bisschen steif am Knie, aber sonst ist... Mhm. Also... Danke schön für euch. Ich... Ich habe mich um das Knie gekriegt. Sollten wir den Anker lieber liegen lassen, oder sollten wir ihn lieber mitnehmen? Meister, ich will nichts für ungut, aber ich würde euch nicht mit diesem Stück betrauen, nachdem was geschehen ist. Wenn, dann sollte Rana gehen. Ihr habt gut gerätselt. Lieber Geist des Eises, ich danke euch für eure Hilfe. Katsching! Es war... Es war ein lustiges Rätsel. Wir bekommen jetzt 2000, unsere Schulden. 4000. Ihr seid gut im Rätseln. Schulden erlassen. Was meint ihr? Sollen wir... Sollen wir den Anker lieber hier lassen? Nehmt ihn nicht aus dem Pentagramm! Passt ihr auf ihn auch? In der Tat. Würdet ihr in der Zukunft auf den Anker Acht geben? Ich bin nur ein kleiner Geist. Ich beobachte ihn, aber ich kann jemanden aufhalten, glaube ich. Aufhalten nicht, aber verscheuchen könntet ihr durchaus jemanden, der es wagen sollte, so weit in den Berg hinein zu spazieren. Ich kann es versuchen. Sollte es dazu kommen, dass jemand diesen Ort betritt, könnt ihr jederzeit uns aufsuchen. Und wir werden unser Möglichstes tun, um die Eindringen hier abzuwehren. Niemand möchte, dass sich das wiederholt. Und das hast du verdient. Ich verdiene das. Er hat Dank für eure Dienste. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Vielleicht... Ihr habt einen Dämon schon in euch getragen. Vielleicht könnt ihr auch das Ding mit euch tragen. Und dann wird schon nichts passieren. Meister, fahrt es nicht an. Denkt ihr, ich kann es auch... Lass mich denn die Schieder mit allein? Dann werde ich es an mich nehmen. Wir sind im Untergang geweiht. Sollte ich es bei mir zu Hause verwahren. Ich habe eine Kiste, die dazu in der Lage ist, ähm... Wie soll ich sagen? Gefährliche Gegenstände. Hm... Zu verstecken, zu verwahren. Richtig. Lasset uns den Dämon mit ins Dorf nehmen. Ich meine, was soll schon passieren? Nicht wahr. Ich bin dafür, ihr tragt ihn mit euch und wir sehen, was passiert. Ich meine, im schlimmsten Fall müssen wir einfach wieder den Namen sagen. Habt vielen Dank. Ah, danke. Warum geht hier? Nun, so ist das Brauch in der Menschenwelt. Menschen sind seltsam. Da sprecht ihr wahre Worte. Nun... Vielleicht... Könnte der Orden der Raute diesen Gegenstand auch verwahren. Oder zumindest mit irgendetwas belegen. Oder ihr packt ihn in eure Kiste. Aber ich, äh... Oh, ich denke, der Ort der Raute wäre durchaus ein angebrachter Ort. Gut, ich... Ich bin interessiert, äh, daran zu sehen, ob sie damit umgehen können. Mit einem solchen großen Anker. Sicher. Dort hinten leuchtet etwas. Jetzt, wenn euch wieder besser geht. Liebe Leser, hast du etwas gesehen? Dort hinten leuchtet etwas. Oh, es sind Kerzen auf Grabsteinen. Oh, Mengster. Hier sind viele Grabsteine. Ich frage mich, was dies für ein Ort ist. Zum Glück nicht unsere. Noch nicht. Liesel? Ja? Gib gut acht. Worauf? Auf Gefahr. Wie meinst du das, Rana? Nun, wir sind noch nicht draußen. Was soll schon schief gehen? Aber der Schleier ist gefallen. Na. Meint ihr mit dem Schleier mein graues Haar, oder was meint ihr? Fühlt ihr euch angesprochen? Na, meistens bei alt, grau, gebrechlich und... ziehen sie ihre Hose wieder an. Rana. Ich kann es kaum glauben, aber... Aber... Nun, da wir diese Mission geschafft haben, bin ich schuldenfrei. Das bist du. Wenn der Meister seine Schulden begleicht. Was er sogleich tun wird, nicht wahr? Der Meister hat immer sein Wort. Wir sollten ihn einholen. Ach. Ich dachte schon, ihr seid fortgelaufen. Nein, nein, nein. Ich fall nur in dieser grauen Höhle etwas schlechter auf, glaube ich. Damit könnt ihr recht haben. Gebt gut, ach, dass ihr nicht stürzt, Meister! Oh, oh, ja, ich habe mich gerettet. Ich habe mich mit dem Haken in der Wand verhakt. Ich bin auf euch gelandet, Meister. Ich hoffe, dass... Großartig. Stimmt. So geht es vielen Damen im Königreich, dass sie später auf mir landen. Ist dem so. Seid ihr deswegen so grauhaarig? Sagt mal, wir sagen so. Für jede Dame in meinem Schlafzimmer habe ich mir ein Haarkau gefärbt. Nun ist es so. Die werte Heilerin ist für die linke Kopfhälfte alleine verantwortlich. Bin ich so viele Persönlichkeiten? Naja, ich denke mal so. Ich schätze erst genauso gut in Mathe wie du, liebe Lise. Nun, ich bin schon sehr gut in Mathe. Ich weiß es zu meinen Vorteilen einzusetzen. Ah, ihr nehmt die Expressroute. Ich sehe schon. Nun. Ich wäre direkt da, um gebrochene Beine zu heilen. Ich mache mir etwas Sorgen um Kokhok. Nun, wir werden ihn sicher wiederfinden. Wo ist Kokhok? Kokhok wird sicher bei unseren Pferden auf uns warten. Oh, Menschen. Seid gegrüßt. Hallo, wir haben keine Masken an. Unser Kopf wird nicht gesucht. Wir haben auch niemanden gesehen. Wir wollen einfach nach Hause. Passen Sie vor den Pupser auf. Meine Schulden sind erlassen. Passe, furz auf. Lise, du bist schuldenfrei. Ich bin so glücklich. Fünftausend Taler. Welch ein Glück. Riese. Ja, Riese. Rana. Aber du hast nun viel mehr Geld als die Schulden. Ich weiß, Rana. So lass uns zur Schneiderin gehen und uns schöne Klamotten kaufen. Das ist ein wundervoller Plan. Nicht wahr? Ich habe schon für mich welchen Auftrag gegeben. Ich suche einen Fuchs von der Fuchsjagd des Königs. Ja, ja. Zum Grußen. Nein, das leider nicht. Geil. Aber viel Erfolg bei der weiteren Suche. Nein, danke, danke. Aber wenn Sie aus dem Wald kommen und da keiner ist, dann kann ich, denke ich, hier wieder gehen. Irgendwo muss das Füchsen hier sein. Sicher, ihr werdet es sicher finden. Etwas werdet ihr finden. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Oh mein Gott. Das sehe ich kommen. Rana, ich lade dich heute Abend zum Abendessen ein. Oh, so gut, liebe Lise. Das war ein aufregender Tag. Noch mehr Scam, noch mehr Betrügen. Bin ich auf den Geschmack gekommen? Ich meine, jetzt bin ich eine rich Bitch. Ich könnte versuchen, mir einen Adelstitel zu kaufen. Adelige Heilerin. Ich kann nicht glauben, dass ich heute Morgen wirklich diesen Typen für den Vergessenstrang fünf Taler abgeluchst habe. Das war wirklich, das war absolut Premium. Nun, ich, äh, ja, hier vorne. Er hat einen wahrlich großartigen Orientierungssinn. In der Tat. Seid gegrüßt. Oh, grüße. Grüß Gott. Grüße. Auch auf der Fuchsjagd? Ja, in gewisser Weise. Silberfüchse. Hm, ich glaube, Lisa hat ihr Gewissen vertraut. Zumindest eins unserer Pferde ist uns noch erhalten geblieben. Wo ist Mami? Das hier ist Daddy. Ich fürchte, jemand hat mein Pferd gestohlen. Das müssen wir der Stadtwache melden. Ja, da hast du recht. Habt ihr eventuell ein Pferdedieb gesehen? Oder ein rostbraunes Pferd? Äh, das Pferd, was hier vorhin noch stand, habe ich gesehen in der Tat. Doch wohin es verschwunden ist? Keine Ahnung. Großartig. Natürlich. Sie haben Mami gestohlen. Ja, falls ihr den Dieb sehen solltet, richtet ihm aus, dass eine dunkle Zukunft vor ihm liegt. Und nun ja, der Geist, der auch ihn heimsuchen wird. Au, das werde ich natürlich sofort ausrichten. Ich danke dir. Meister, eure Haare sind ja wieder, ähm... Ja, lasst uns nicht drüber reden. Es ist alles wieder wie früher. Alles völlig normal. Ich finde aber, das steht euch irgendwie sehr, sehr gut. Aber falls ihr einen Trank braucht, um wieder jünger zu werden, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. Ähm, das... Ähm... Sagt es gerne weiter. Das ist eine gute Information. Nun denn, sollte ich euer Rost, das Verschwundene finden, äh... Ich versuche es zu euch zu bringen. Habt er. Nun, jetzt hättet mir damit einen großen Gefallen und die Geister werden euch wohlgesonnen sein. Seid euch gewiss. Sehr wohl. Äh, gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Nun, ich denke, ich sehe mich zu Fuß diesen Weg entlang schreiten. Hm. Nun, ihr könnt euch auch dieses Pferd teilen. Äh, wo könnte ich denn euch in, ähm... Finden, äh... Um, äh... Meine Schuld zu begleichen. Äh, nun, was ist eure nächste Anlaufstelle? Äh, ich würde zum Orden der Raute laufen, um, äh... Etwas über diesen Anker herauszufinden. Dann treffen wir uns dort. Ich wäre durchaus auch gewillt und neugierig, etwas darüber zu erfahren und darüber, wie der Orden, die Männer der Raute damit umgehen werden. Lass uns zurückreiten, Rana. Und die gewonnene Zeit nutzen, um bei der Schneiderin vorbeizuschauen. Und bis der Maester im Dorf ist, treffen wir ihn an der Kirche. Das ist eine vorzügliche Idee. Ich würde die Reste der dämonischen Energie nutzen, um meine Laufgeschwindigkeit zu erhöhen. Und ich denke, wenigstens das bleibt mir noch. Wir sehen uns gleich. Auf bald. Gebt auf euch acht, Meister. Das werde ich immer tun. Rana, wie großartig. Ich kann es kaum glauben. Ich schulde dir so viel. Du bist schuldenfrei, liebe Lese. So viel steht fest. Dank dir. Was ein aufregender Tag. Ich denke, wir sollten ihn zum Feiern nutzen. Das sollten wir. Daddy ist ein wenig erschöpft. Ich denke, er braucht eine Kartoffel. Ich sehe ihn direkt neben uns laufen. Ich denke, er hat keine Kartoffel nötig. Ich rede von dem Pferd, Daddy. Nicht vom Meister. Oh. Bitte entschuldige ich. Das kann man schnell mal verwechseln. Ähnliche Fettfarbe. Das D in Rasputin steht für Daddy. Mhm. Nun, ich hatte in der Zwischenzeit, bevor wir uns trafen, heute Morgen noch eine Idee. Ich bin gespannt, was du davon hältst. Erzähl. Ich denke, sie wird dich erheitern. Nun, du erinnerst dich doch an die Prinzessin, der ich eine Vorhersage kundtat über... Ja, über den Phönix. Ja, den Phönix. Der... Richtig. Nun, sie ist der Ansicht, dass es ein gewisser Asibald ist, der ihr dieses Glück möglicherweise bringen könnte, aber ihr Einwand war, dass er stets nackt durch die Gegend läuft. Ich wandte ein, dass sie ja mit ihm zum Schneider gehen könnte und dachte mir, dass es doch eine witzige Idee wäre. Ist ja auch so schwindelig. Ja, sehr. Oh, dass diese Höhe... Ja, ähm... Nun... Ähm... Warte einen Moment, ich werde Daddy kurz schütteln. Ich dachte mir, es wäre doch eine höchst... Eine... Oh, shit. Es wäre doch eine höchst amüsante Angelegenheit, wenn wir die Schneiderin beauftragen, ein Gewand zu fertigen, das, nun ja, sagen wir, nur Menschen mit großem Verstand sehen könnten. Und Mr. Asibald vor die Prinzessin treten könnte mit diesem Gewand und genau diesen Worten und ich dachte, diese Idee könnte dir gefallen. Welch großartige Idee, lass uns dies tun. Ist er das nicht? Ich kenne ihn nicht. Nun, er ist ein Mann mit blondem, langen Haar. Blond oder Friedhofsblond? Blond. Er ist kein... Alter Mann. Nun, ich steige kurz ab. Mir ist doch etwas traumelig geworden gegen die Rüge. Du. Oh, Alter. Hab ich noch mehr für euch. Ah, Texturen. Wie viele Fische leidet ihr denn hier? Texturen. Juhu, Texturen! Wie viele Fische leidet ihr denn auch gerne das Angebot mit ihr, ähm, äh, Fischen? Und ich freue sie noch nur mal. Maestra! Maestra! Ja, doch. Hallo. Seid gegrüßt. Schaut, was ich mir ausleihen durfte. Großartig. Ich hoffe, euch freuen. Ihr wolltet mir meine Pension zukommen lassen. Ja, eure Pension steht auf der Hälfte des Weges zum, äh, Königshause. Ich habe euch extra eine sehr wertvolle Bank anfertigen lassen. Kürbis! So. Du solltest definitiv noch den Diebstahl melden, deines Pferdes. Richtig, ähm, den Diebstahl und, ähm, danach würde ich vorschlagen, gehen wir zur Schneiderin. Das ist eine hervorragende Idee. Und holen deine Kleidung ab und besprechen den Auftrag, den ich dir eben erklärte. Eine großartige Idee. Und während du deinen Diebstahl meldest, würde ich in der Taverne für unser Mittagessen sorgen und dem Pferd ein paar Kartoffeln holen. Das ist eine gute Idee. Nun, ich bin äußerst interessiert, was mit dem Anker passiert. Das würde ich mir gerne noch anschauen, wenn es dir genehm ist. Das verstehe ich. Du bist eine Frau der Geister. Natürlich interessierst du dich für Dämonen. Und den Umgang damit. Und den Konsequenzen. Und ich interessiere mich gerade sehr für den Meister und das Geld, das er mir schuldet. Ja, so halt. Nun, dein Interesse ist mir aufgefallen. Wer zahlt denn jetzt mein Rennschwein? Nun, ich denke, dieses ist der schlussendliche Test, ob alles funktioniert hat. Ja, das ist neu. Ja, das werden gleich sehr spannende Schritte. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Ja, immer noch Picking, der Eurkopf. Nein, aber ich bin nicht wichtig, der Kau, Eure Majestät, und nicht mehr von einem Dämonen besessen. Ihr wart von einem Dämonen besessen? Ihr seid alt geworden wieder. Ja, ich... Davon habe ich ja gar nichts mitbekommen. Das ist das Gute daran. Viele haben nichts davon mitbekommen. Sagen wir so, hättet ihr etwas davon mitbekommen, dann würde die jetzt nicht mehr leben. Oh, ich verstehe. Dennoch, die jungen Muskeln standen euch sehr gut. Ich weiß. Habt ihr denn da in der Hand? Das ist ein Anker, in den ich den Dämon habe bindet lassen. Ja, erzähl einfach an. Darf ich den haben? Nein. Gib den mir! Nein. Wieso nicht? Nun, es ist ein äußerst gefährlicher Gegenstand. Nun... Zeit für einen Test. Ich halte die Bandagen bereit. Okay. 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 Es passiert nichts. Alles gut. Ist euch schwindelig? Seid gegrüßt. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ein Flimmern im Herzen. Nein, gar nichts. Es geht mir ausgesprochen gut. Oh. Oh, das klang nicht so. Hört ihr das auf? Der Anker wird etwas unruhig in meinen Händen. Nun. Möglicherweise müsste ihn... Oh, weh. Oh, wir sollten den Passagieren so kommen. Ist denn jemand von dem Orden der Raute zufällig anwesend? Hallo? Orden der Raute? Orden der Raute? Wir hätten ein mehr als dringliches, dämonisches Anliegen. Also, wenn Sie den Vater suchen, nicht? Der ist davon geritten, nicht? Nun, das ist schwierig. Ungünstig. Gibt es eine würdige Person, die ihn vertreten kann? In einem sehr dringenden, wichtigen Anliegen? Naja, ich bin recht neu, nicht? Worum geht's denn nicht? Ich müsste... Der Anker wird sehr heiß. Ich sollte für hauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauau ich bin auf der suche nach ja ich werde so frei und würde euch eventuell ein bisschen von dem gebäude mit mir weg bewegen ich habe den eindruck etwas ist vielleicht noch ein wenig weiter weg bewegen vielleicht noch ein wenig weiter weg bewegen es geht um diesen anker hier ich trage ihn in meinen händen und nicht so ganz aber das problem damit ist es ist ein dämon in den gebunden und ich bräuchte euer oberhaupt um ihn daran und da dauerhaft oh gott meine hände sind etwas sehr verbrannt ich sollte ihn vielleicht nicht noch mal anfassen das wäre für ein ganz gut das solltet ihr lieber nicht tun und am besten in einem tuch eingewickelt wenn überhaupt nur vater weil sie sind ganz vorsichtig anfassen und wir sollten dringend diesen gegenstand brechen und den dämonen verjagen ich bin da ganz bei euch aber er war nicht in der kirche also wo könnte ich ihn denn finden gerade in die richtung der langgerissen großartig jetzt haben wir vorbeigehen seit gegrüßt seit gegrüßt habt ihr eine kleine minute für mich keine ruhige diesmal sondern nur eine minute wir sind gerade in einem kategorie 13 von zehn problemen verwickelt wenn es ein kategorie 14 von 19 problem ist sehr gerne es geht um seine prinzlichkeit ich bin mir sicher ihr werdet das regeln ich komme nicht ich komme nur ihr könnt das regeln das ist ja das problem wieso geht es um geld ich werde mich um finanzielle versprechen ihr kümmert jetzt euch erstmal darum was der prinz auch was auch immer wieder angestellt hat ich muss dieses ding weg bringen bevor es mich umbringt also ihr kümmert euch und ich verlasse mich auf eure arbeit ein großes unheil auf uns zukommen wenn der pastor nicht ganz bald erscheint und den anker an sich nimmt ein großes großes unheil wir sollten uns eventuell beeilen um den pastor zu finden überhaupt nicht finden kann ich natürlich auch anbieten im namen des heiligen longschenk zu versuchen den dämon aus dem anker für ein für alle mal auszutreiben und zu vernichten was meint ihr was ich dazu meine ein mann der kirche der mann der kirche und vor dem heiligen schlong sind alle gleich seherin was sagen eure intuition dazu sie könnten den anker falls er zu heiß werden sollte auch abwechselnd anfassen möglicherweise hilft das ja ich denke es ist ein fall der äußersten dringlichkeit sie sollten es versuchen ich sehe ein großes unheil auf uns zukommen wenn sich nicht bald darum gekümmert wird also wenn wir ihn hat den nächsten minuten den priester nicht finden müssen wir ihn euch übergeben was danach passiert ist allein in eurer verantwortung sehr wohl ich habe dann diesem dämon nichts mehr zu schaffen dann lasst uns jetzt die minuten nutzen um nach vater valentin sehr böse weil vater valentin ich wollte gerade fragen wie viel lief die fuchsjagd vater valentine der masken haben wir ergöttert ja und er wird nicht mehr vater valentine der masken habe ich hab das ich habe viele nächte durchgeschrieben ja ich glaube ich hab jetzt auch erkannt naja wo ist niemand da am gemüsestand nicht dass wir noch reinfallen aber gut ja dann kommt mit nun mein pferd braucht trinknahrung ich denke ich werde dem pferd schnell ein paar kartoffeln in der taverne holen ich habe noch eine kartoffel in meiner tasche oh hab dank schaut wie hungrig daddy ist nun das kann man ihm nicht verdenken ja du hast den ganzen tag brav hergetragen nun denn ich denke solange wir auf den pasta warten werde ich zur wache gehen und mein pferd als gestohlen melden eine gute idee und ich kaufe dann noch ein paar neue kartoffeln in der taverne sehr gut ja jetzt beteilige ich mich gar nicht oh ach so ich denke das könnte ein spaß werden so jetzt mal zehn kartoffeln im greifenhorst das ist doch sicher nur wieder ein versuch uns niederzuschlagen nein nein ja möglicherweise ich weiß nicht genau aber auf jeden fall es geht eigentlich in dem fall um die klausel hallo krankhafte eigenschaft ich kümmer mich kurz um die kunden ja 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 bitte guten tag ich bräuchte zehn kartoffeln bitte selbstverständlich viel zu viel ich wollte ihnen nochmal glückwunsch sagen zur hochzeit habe ich so viel überhaupt noch im momentan platz sieht schlecht aus vielen dank weg mit dem schmuh ja wenn ich irgendwas für sie tun kann sagen sie mir bescheid oh ich habe mir kacke verteilt das sollte ich nicht tun in meiner lieblings taverne da bin ich natürlich bereit allen zu helfen und wenn sie irgendwas brauchen ich sollte irgendwas verteilen wo man nicht sieht dass ich das war oder so für den kämpfer die geht natürlich aufs haus gar kein problem it wasn't me damit motivieren ich meine er trägt ja auch immer seinen Hut vielleicht sollten wir ihn motivieren gut zu kämpfen und dann wird er mit einer schönen neuen Versur belohnt drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn bitte sehr ich verstehe ich verstehe ich verstehe sie können ihm ja das angebot machen kommen sie auf mich zurück auf bald auf bald ja ich denke so habe ich es auch bestanden was wollen die jetzt schon wieder in der grube die machen mich fertig alle so hier daddy daddy frisst die kartoffel ihr braucht uns etwas an komm braves pferd braves pferd es ist eine andere person mit erinnerung zurück schläge oder ich check erstmal ob rana noch am ding ist wenn ich sie anziehe und rana noch an der wache ist nun dann ich schau mal ganz kurz in die schenke vielleicht ist einer da ist das postamt da ist die wache wir sind ein bisschen schwindelig auf diesem pferd steht sie da hinten ja ja ist gut ich verstehe nicht wie ich mir vorstellen kann wovon ich geredet habe sind auch er die das weben von gedanken und spinnenweben die ich in der ganzen stadt verteilen möchte nun vielleicht ist das nicht so rüber gekommen natürlich wird auch nicht mein blut in den stoff fließen denn ich verstehe es wird keinen stoff fließt geben so was verlangt ihr für ein solches gewandt ach ich verlange ausschließlich die sicherheit dass ich auf euch zukommen kann wenn ich eine ebenso prekäre bitte hätte etwas was ihr für mich tun könnt mit euren wissen und können meine hilfe sei euch gewiss in der zukunft liebe schneiderin dann verratet mir noch einmal euren namen hey du da roshana liebe schneiderin ich bin die seherin in diesem bau steckt gefällig die lanze weg wenn ich mit ihr rede erklären sollte natürlich natürlich und sagt der holden dame dort zum allerersten mal guten tag und zwar vernünftig wie ist hier eine dame geziert ich danke euch auftrag abholen lassen wollt das ist die falsche wortwahl ich danke euch das werde ich machen einen schönen tappen versuch's nochmal ich fürchte ich sehe dass eure hilfe ich würde etwas von dem blut auch sagen ein ganz klein bisschen nur ich muss ein der mann hat einen streng verloren was hat er damit vor ich färbe damit meine stoffe versteht ihr das leuchten des blutes ist wunderschön wunderschön so wie wärs mit noch einem versuch ich laufe geschwind kurz zur wache liebe lisa ich empfahre dass du die schneiderin abgepasst ich habe die schneiderin gesehen und ich verstehe die chance direkt ich verstehe ach du scheiße ja ja doch ich erkenne es ich erkenne es ja viel blut ja ihr habt mich gestern erstochen wer sich hier benötigt erinnert ihr euch diese jene gemacht immer wieder probleme alter lord tut sie mir einen gefallen entschuldigt ihr seid die heilerin die bin ich kann ich können sie mir noch einen ich ertrag diese vielleicht noch etwas länger ja bitte was ach du scheiße ach ich hatte euch schon besucht in eurem haus ich weiß nicht genau ob ich es gefunden habe aber nun habe ich euch ja direkt gefunden gibt es einen ort wo wir unter vier augen sprechen können doch wie blut nicht mein haus aber es ist doch recht weit entfernt lasst uns doch noch dort hinten gehen direkt dort in der folterklammer kann man etwas bearbeiten ich übernehme das hier schon selbst danke warum wollt ihr mein pferd in den kärker stecken wie kommt jetzt mein pferd was kann ich für euch tun was kann ich für euch tun ja gut versuchen wir es hier ich hoffe hier ist niemand drin ähm es geht um eine höchst pikante angelegenheit ähm ich habe mitbekommen dass ihr öfter kontakt mit dem maester habt durchaus gerade eben auch erst ist euch etwas aufgefallen kennt ihr ihn schon länger ja ich kenne ihn schon sehr lange und sehr sehr gut ist das so ja das ist das ist gut zu wissen ist euch eine veränderung aufgefallen in den letzten tagen ja er hatte einen kleinen dämon den haben wir soeben ausgetrieben ach die sache ist schon geregelt ja ach mal soeben nebenbei nun das ist das was die serien und ich tun wir kümmern uns um die menschen hier in rasselort und ist es gelungen es ist uns gelungen ähm darf ich fragen wie wir haben den namen des dämon mit einem rätsel herausgefunden und ihn dann verbannt kein unheil bitte das heißt der maester ist wieder der alte maester er ist wieder er selbst grau und knackig wie eh und je oh ich bin so erleichtert gut es ehrt euch dass ihr euch um ihn sorgt dann kann ich ja die frohe kunde bei denjenigen kundtun die sich ebenso sorgen gemacht haben aber natürlich und wenn ihr den maester seht werdet ihr sehen dass er wieder ganz er selbst ist ich werde mich gerne davon überzeugen großartig vielleicht könnt ihr mich auch heilen manchmal fährt auch so etwas wie ein dämon in mich hinein ich leide unter hier und da unter epileptischen anfällen plötzlich liege ich auf dem boden ich weiß nicht was geschieht oh ja das ist eine epidemie die aktuell in rastalot um sich greift ich hätte einen heilstein der dies zu verhindern mag er ist allerdings recht teuer da die zutaten und die herstellung doch recht aufwendig ist morgen wie teuer denn mein salaya ist nicht das höchste ich gehöre nicht zu den reichen adelshäusern ich gehöre zu gar keinem adelshaus oh ich auch nicht das ist nicht stimmt 50 taler 50 taler für diesen heilstein ja er ist wunderschön was haltet ihr von was haltet ihr von 40 ich will ehrlich sein 40 50 war bereits der freundschaftspreis weil ihr offensichtlich euch um den maester kümmert normalerweise nehme ich 100 ich danke euch nun gut aber eine sache müsst ihr mir versprechen ja falls der stein nicht wirken sollte was ich natürlich nicht glaube weil ich meinte wer dämonen austreibt der wird mit so einem ja mit solchen mini dämonen gewissermaßen keine probleme haben aber falls es doch nicht wirken sollte würde ich gerne das geld zurück bekommen und ihr könnt jederzeit umtauschen geld gegen stein stein gegen geld oh ja hervorragend gut dann machen wir das so ich sammle kurz mein er ist wunderschön meine mittel zusammen und sehr effektiv tsching hab dank huch ah hier ist der stein er ist wunderschön ich werde ihn bei mir tragen sehr gut und gott sei dank bin ich diesen dämon jetzt los ja darüber sind wir alle froh hab dank für eure sorge gut dann suche ich mal den meisten den maester er ist zur kirche der heiligen raute gegangen um den dämon dort versiegeln zu lassen ah ein interessanter moment lese bist du es ja rana nun gut vielen dank auf bald ach rana die sehren nun die sehren in der tat du hast mami wieder ich habe mami wieder gefunden und gerettet vor der folter du kannst es dir kaum vorstellen sie wollten mami foltern der könig beschuldigte mein pferd doch irgendwie an einem komplott mit dabei gewesen zu sein das würde mami niemals tun das habe ich auch gesagt haben wir einige von ihm abgucken hast du den maester gesehen ich werde noch ein gutes wort für mami einlegen beim könig hab dank denn jeden morgen haben wir eine privataudienz das ist nicht der werte herr magister in der tat ich wollte sowieso noch einmal zu euch kommen fragen die zukunft betreffen ah wir hatten ja auch in der tat ich erinnere mich gerade wir hatten doch das thema des reimes und das herz wir hatten das thema exakt der vergangenheit in der tat richtig ich habe mich belesen und ich könnte über das herz berichten ja das ist eine längere geschichte ich würde tatsächlich gerne erstmal die sache mit dem maester zu ende bringen das verstehe ich ich würde mich wieder melden sehr sehr gerne ich bin sehr interessiert ich suche euch am schloss auf ich suche wir suchen wir suchen gemein wenn ich denn da bin wir suchen uns gegenseitig irgendwie auf bis dahin nun ich muss kurz etwas erledigen gebt mir eine sekunde rana ich habe etwas gefunden ein schnelles auge eine gute sehren du siehst wahrlich gut nun ich habe etwas verlorenes wiedergefunden ich habe mich verfangen nun normalerweise hat jemand etwas verloren ich wünsche euch noch einen schönen Tag immer weiter immer hoch hinaus geht es euch gut hier ja wir haben ein schwert verloren irgendwo hier wir suchen ein schwert das auf dem baum wächst ich fand ein verlorenes ding in der tat sie ist die seherin und sie hat unglaubliche kräfte ich sag sie in der tat ja würdet ihr es genau der zofe geben ja sie hat sogar das schwert gesehen ich bin ich die zofe so eine seherin ist sie wer seid ihr denn da in der tat in der tat ich bin die guvernante der äh prinzessin ich habe sie drei jahre begleitet in ihrer abgebenheit nun ich hoffe ihr merkt uns merkt euch unsere geste und ähm natürlich natürlich ich danke ja natürlich schönen Tag noch schönen Tag ebenso nun rana schmecken die kartoffeln lese sehr gut ich liebe kartoffeln das gold der erde ich würde denke ich bei der schneiderin vorbeischauen und meine kleidung abholen das klingt nach einer guten idee aber den meister haben wir aus den augen verloren nicht wahr ja das passiert schnell hier in rust a lot ich versuche ihn einmal bei der kirche wiederzufinden tu dies wir treffen uns gleich an der kirche ich komme vorbei in der tat das ist ja seine mutter nein das ist deine mutter so jetzt wollen wir uns erstmal schicke klamotten ab woran erkennt man dass ich roleplay mache ich sage ich liebe kartoffeln ich mag euch oh ein volles Haus das ist wie ein royal flasch oh danke so kommt her schwester lese danke oh ich äh seid gegrüßt ich glaube wir sind uns schon begegnet hab ich hab ich nicht gestern bei ihnen mitgeholfen wo sie in ohnmacht gefallen sind um ihnen dabei zu helfen wieder aufzustehen oh das stimmt vor der vor dem greifenhorst nicht wahr noch einmal vielen dank vielen vielen dank das das habe ich doch gerne gemacht schilds zu diensten die post ist immer für sie da und wo ich helfen kann tut der herr titus drachenfilz das natürlich selbstverständlich jederzeit das ist sehr sehr nett ich werde darauf zurückkommen immer wieder gerne eine holden meint in not helfe ich doch jederzeit dass es noch solche gentleman's gibt selbstverständlich wir von der post wir uns ist jeder einzelne jedes einzelne individuum sehr unfassbar sehr wichtig und darum ist es uns auch sehr wichtig jeden einzelnen mit respektvoll respektvollität und ehrfurcht gegenüber zu treten das sind gute tugenden behaltet sie euch bei behaltet sie euch bei behaltet sie uns bei wie kann ich euch helfen wie kann ich euch helfen meine wenigkeit wollte sich nach neuen schuhwerke umsehen diese hier sind vielleicht doch etwas langsam abgelaufen nach dem langen botengang nun hast du etwas im sinn carolina ich denke schon sehr gut folgt meiner gehilfen ich wollte meine kleidung abholen und wie kann ich euch helfen ich bin die heilerin oh ja wenn sie noch fünf minuten hätten vielleicht können sie sich kurz mit der dame unterhalten ich bringe sie euch abdank sie sind die heilerin ja die bin ich und ihr seid mein meister wurde mit dem dem schwert niedergeschlagen er braucht er braucht noch Hilfe wo liegt er denn ja hier im laden er wurde mittlerweile aufgerufen aber er kann nur schwer gehen nehmen sie auch quasi am gemüsestand am gemüsestand sehr wohl ich ich begebe mich gleich auf vielleicht habt ihr ja hier nach kurz kurz Zeit natürlich ich komme sehr gerne vorbei er soll sich hinsetzen und vielen dank sehr gerne dritten kommt rana ich möchte ja nicht viel dafür haben was hat rana vor wo reitet sie hin wir wollten uns an der kirche treffen rana wir wollten uns an der kirche treffen und hat auch keine löcher GERL was du tun Sie können es nur gerne gleich zeigen ich schaue gerade eben noch in den kisten kisi ich mache hier die karten aus Ich mache ja die kirche, aus lalala It wasn't me It wasn't me It wasn't me Das ist nur die schöne Ton hier Das verstehe ich schon schön kann ich da reingucken tatsache was würde mich denn ein paar kosten wenn ich fragen darf die schwarzen ist mir doch sehr angetan das sollen sie bekommen und was wäre es darf ich ihnen die anderen kleidungsstücke auf den tisch legen vielleicht kommen wieder auf einen gegenpreis wie die pferde hier reingucken die süßes dann einmal quasi billos zu zip und stefanos der gierige süßes ob die kisten ja abgesperrt sind nein ihr habt langfinger grümmel hier reingelassen etwas inklusivere kleidung wünschen befürchte ich dass ich ihnen nur mit zehn talern entgegen kommen kann dementsprechend wären wir dann bei 30 talern das ist völlig ausreichend 30 sind mehr als in ordnung aber sollte die schuhe nicht 30 kosten nun kommt ich gebe ihnen mal die dinge zum anprobieren sehr gerne ist geschickt von mir verzeihen sie bitte selbstverständlich die umgeleitet und so gut zu mir sind möchte ich ihnen ich habe verschiedene kombinationsmöglichkeiten hier sind zwei röcke die zur debatte stehen schauen wir mal in diesem kleiderschrank werde ich in das oberste fach verschiedene oberteile legen sie können sie gleich mal durchprobieren und entscheiden welches das perfekte dafür ist habs dank schöner rock dass sie stellen wenn ich bei ihnen bleibe um das anzugucken natürlich zu beraten wo der so dann schließe ich den vorhang der ist richtig schön ich finde ihn auch sehr passend der andere ist schlichter aber ich denke dieses muster würde gut zu euch passen durchaus sie sollten es direkt in kombination mit diesem umhang den ich ihnen neben sich gelegt verprobieren denn sie wollten ja etwas rotes mit einbringen wo ist der umhang ich habe keinen platz mehr ich habe es mit dem bären blut gefärbt oh wie wunderschön er fällt mir ständig herunter oh er ist wunderschön geworden ja dazu brauchte jetzt allerdings ein sehr schlichtes oberteil probiert mal die an die ich in den schrank gelegt habe nein das ist wahrlich zu schlicht dies hier gleicht meinem anderen oberteil das ich schon besitze ja das ist nicht das richtige ihr habt recht oh ich habe meine haare verloren vor lauter schreck das ist kein schöner weiß ton er harmoniert nicht auch das harmoniert besser ja aber es ist mir oben rum doch ein wenig zu viel oh das hier gefällt mir mit dem grünen stein ist dies nicht das oberteil dass ich an hatte ja es kann durchaus sein ein ähnliches zumindest ich weiß nicht mehr wo dass ich noch einmal kurz umsehen gehen ich gucke noch mal ob ich ein anderes weißes oberteil finde alternativ könnte ich mir auch vorstellen dass wir euch ein rotes oberteil geben und einen weißen einen weißen poncho auch eine idee gibt mir eine minute natürlich ich glaube das war unser oberteil dass wir die ganze zeit hatten ja ich pack mal unseren kram den wir die ganze zeit an hatten hier ins inventar und mit dem rest probiere ich hier rum also ich finde den rock schon schöner mit denen wirklich ich habe es wieder keinen platz das ist belastend so die heilerin ist beschäftigt lass die gute frau doch mal alleine ich würde glaube ich das hier ich kann nicht laufen ein pfeil steckt in meinem knie ein pfeil im knie das klingt schmerzhaft schreien könnt ihr ja noch also ein pfeil im knie bringt euch nicht um legt euch auf den boden ich eile heran ich eile heran doch bin ich schon wie könnte ich denn stehen was ist geschehen guter mann ach schrecklich das ist der herrliche von dem ich berichtet habe jetzt wurde ihm auch noch ins knie geschossen mit der armbrust oh das ist ja verrückt und mir schwarzen in den arm oh nein und sei lauter oh wie schrecklich die entschieden dass ich ach ich weiß es gar nicht ich fragte was ich für ihn tun kann und dann er drohte mir er würde mich da niederlegen mich packte die angst tief in mir und ich rannte ich rannte wie keins weiter und dann als er mich hatte band er mich fest am pranger und schoss mir schoss mir ins knie wie soll ich denn angeln können so helft mir so helft mir bitte oh ein normaler Tag in Rastalot ich verstehe ach wahrhaft natürlich kann ich mich um mich kümmern mich einfache Mann ich bin ja nun nicht der tiefste aber ich bin ja auch kein so bedeutender dass es sich lohnen würde Pfeile an mir zu verschwinden ach nein ach ich spüre schon ach ich sehe schon es hilft sogleich was ihr tatet ach der schmerz verlasst langsam meinen körper das kann ich auch schon wieder zu stehen was kann ich euch tun wie kann ich euch entlohnen mein unendlicher dank ist schon euer aber kann ich euch was anderes tun nun 15 goldmünzen ist der normale preis den ich für diese behandlung nehme natürlich preis erhöht inflation man kennt nehmt 20 aus meiner tasche dafür dass ihr den schmerz mir so nehmen konntet oh habt dank wie großzügig wie großzügig habt dank ach nicht dafür nicht dafür dürfte ich eure dienste auch noch in anspruch nehmen entschuldigt wofür wie kann ich helfen mir wurde in den arm geschossen von eben jenem ritter nun lasst mich sehen oh ja das ist die oh oh weh oh weh oh weh vielen dank es hat mich aufgehört zu bluten sehr sehr gerne wie soll ich jetzt gar nicht auch nicht mehr angeln meister vielen dank habt dank habt dank kommt jederzeit gerne wieder zu mir ich wünsche euch viel spaß mit euren neuen kleidern oh ich bin sehr gespannt was es die schneiderin noch für mich vorbereitet hat ach ich kann schon versichern an euch wird alles wunderbar aussehen ja 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 alles wunderbar jetzt kommt herein kommt herein ja ja ich eile ich eile verzeiht verzeiht die pflicht ihr kennt das ach sie sind alle so immerliche menschen kein schmerz kann kein schmerz aushalten und kein blut bitte probiert mal diese dinge an es sind die unterschiedlichsten gewänder wir müssen sie an euch sehen ich kann mir nicht ganz vorstellen wie sie euch kleiden würden aber wir sollten es mal probieren oh wartet einen moment ich würde kurz meine kartoffeln hier ich kann die kartoffeln nicht in den kleiderschrank legen ach alles gut ich lege ihnen alles in den kleiderschrank hinein da können sie es leichter herausnehmen habt dank ich packe alles in die oberste in den obersten bereich hinein schick schick so nun nein das ist zu klobig oh ich mag blumen ich weiß aber der muster ist ein wenig zu viel ja dazu müsstet ihr dann einen schlichten weißen rock tragen auch das wäre eine möglichkeit wenn ihr es mal sehen wollt oh das ist füge schön hier ich packe euch einen weißen rock hinein das ist sehr edel ja aber auch hier ist sehr viel muster ich weiß nicht ob es euch zu viel muster ist mit dem rock zusammen dieser rock ist zu einfach er ist zu einfach fehl nimmt ihren auftrag sehr ernst das gefällt mir wenn auch ein anderer rock dran das gibt es auch nicht so hm was haben wir hier noch oh dies ist einer heilerin durchaus würdig das blut meiner kundinnen würde nicht auffallen ja das ist genau der gedanke gewesen dabei aber ich bin mir nicht sicher vielleicht braucht ihr es irgendwann einmal nehmt es doch mit ich habe es heute nacht getragen als ich mir diesen poncho gefertigt habe den ich anhabe ich verstehe wunderschön dankeschön da juna war wunderschön wisst ihr ich habe ihr gesagt dass sie schön ist aber sie wollte trotzdem nicht bleiben oh das ist traurig nun am besten gefällt mir doch dieses oberteil das ist recht edel mit einem hellen umhang ich habe noch einen anderen umhang für euch vielleicht wollt ihr all diese zwei probieren ich lege sie euch in oh nein das ist der falsche ich lege sie euch in den schrank bitte zieht dazu mal oh das ist zu grob nein bitte zieht dazu mal den weißen rock an nun ich muss allerdings sagen dass dieser umhang mit dem film der andere rock ist schöner mir sehr gefallen hat gut dann müsst ihr dazu trotzdem den anderen rock tragen film mit dem muster dann habt ihr etwas viel muster guckt mich mal an darunter noch ein schlichtes oberteil das oberteil mit dem ich kam vielleicht ja durchaus ich lege es euch in den schrank hinein glaube es war das oh nein das oberteil das ich druck habe ich hier bei mir das ist dieses ja diese kombination ist sehr gut nicht wahr nun ich habe auch noch ein paar kleinigkeiten für euch vielleicht nicht für den alltäglichen gebrauch gedacht aber vielleicht braucht ihr es ich habe es angefertigt für euch für einen einsatz es ist durchaus etwas es ist durchaus etwas was ihr gebrauchen könntet genauso wie diese pestmaske wie wundervoll welch ein service nun ihr habt ein auftrag hier aufgegeben ja habt ihr ihn nun es gefällt mir sehr sehr gut gut braucht ihr sonst noch etwas nein ich habe ganz vergessen ich habe natürlich auch handschuhe für euch bereitgelegt natürlich lise liebe lise seid ihr dort drin ja das bin ich nun ich vernahm eure stimme rana könntest du kurz diese kartoffeln für mich halten darf ich hineinkommen kommt hinein ich weiß nicht wo ihr seid wollt ihr durchs fenster steigen ich ähm wir sind hier unten im laden wir sind hier unten im laden ich wohne da oben ich dachte sie wollte in meine in meine wohnung kommen tut mir leid ich habe sehr gute augen aber meine ohren die nun ja was soll ich sagen nun ich habe euch durch das zimmer gehört rana was denkst du zu meinem neuen outfit oh wie schön du aussiehst lise nicht wahr wahrlich ein wahrlich eine augenweide ich kann wahrlich ich kann die schneiderin sehr empfehlen in der tat in der tat ihr ihr bedenkt doch den auftrag den ich euch gab richtig welchen meint ihr den vorhin am marktplatz der morgen ähm fertig geschneidert sein sollte bezüglich des ähm großen verstandes ihr wisst schon wie glaubt ihr dass ich den vergessen könnte oder nun natürlich ich webe seht ihr nicht wie ich webe ich webe gerade eben das hätte ich niemals angezweifelt rana die kartoffeln sind für dich oh ich danke dir nun werde schneiderin was schulde ich euch nun ein edler rock edles fell das ihr da tragt das ist das eines eisbären könnt ihr euch das vorstellen es ist sehr warm es ist von weit weg her gebracht worden genauso wie die handschuhe nun die sind ein geschenk von mir an euch berechne ich euch nur das was ihr in auftrag gegeben habt und ich wäre euch verbunden könnte ich zu einem zeitpunkt auf eure tatkräftigen heilkünste zurückgreifen in einem fall in dem ich jemanden nur einer gewissen zeit über eines gewissen schmerzes aussetzen möchte wenn ihr versteht was ich meine er soll nicht sterben dabei versteht ihr könnt ihr so etwas tun für mich darin bin ich sehr sehr gut nun dann würde ich auf diese art und weise darauf zurückkommen wenn euch das recht ist sehr gerne ihr habt mir wunderbare dienste geleistet habt dank ab dank ab dank werte heilerin diese war der name lise grümmel genau lise grümmel gut gut lise grümmel ich freue mich auf unsere zusammenarbeit in der zukunft ich mich auch auf bald rana komm ich habe den den meister über das feld rennen sehen aber er war so schnell mit seinen drei langen beinen das ist ich konnte ihn leider nicht einholen rana ich fürchte ich müsste einmal kurz zu mir nach hause meine taschen sind doch recht schwer möchtest du mich begleiten nun dann würde ich mein pferd noch kurz holen es steht an der kirche ich bringe dich dort hin steig auf nun denn ich danke dir sehr gerne wie wäre es mit fünf fünf ganz voll möglicherweise konnte ich den herrn asti bald antreffen und ihm oh gleich glück nein ist mami schon wieder verschwunden mami ist schon wieder entführt worden ach das kann doch nicht sein es kann nicht wahr sein ich gehe zur wache nicht dass mami schon wieder etwas vorgeworfen wird vielleicht habe ich viel geld mitgenommen damit ich richtig krass shoppen kann und nichts hat funktioniert au verzeiht wir sind einem verbrechen auf der spur ja das merke ich hallo ist jemand zu hause hallo ich brauche ein dringende hilfe ich habe ein sehr wichtiges anliegen ist jemand hier sie haben mami bestimmt in den keller gebracht ich fürchte auch und sie wollten es foltern nein hallo hier geschieht ein unrecht ein unrecht ist das pferdeblut nein ist das das blut von mami warte lass mich lass mich schmecken nein es hat zu wenig eisen für pferdeblut ich brauche ihre hilfe heilige scheiße er lief davon er lief davon als wäre er ein verbrecher nun als wäre er ein verbrecher ihr habt recht mami wenn du hier drin bist gib mir ein zeichen wir für uns mami bist du hier drin mami ja was denn du klingst anders als ich dich in erinnerung hatte wo bist du was kann ich für dich tun tochter nun ich bin auf der suche nach dir du hier bin ich gilt als vermisst und wo genau steckst du ich schere mir grad die beine ich möchte gerne zu dir kommen ich komme runter nun das runter wo ich bin ich bin irritiert liebe lise seit wann kann sich mami die beine scheren ich weiß es nicht und warum nennt ihr mich mami oh ähm guten abend ich bin auf der suche nach meinem pferd es wurde erneut entführt und mein pferd heißt mami mir wirklich leid hier werden öfter pferde entführt wir sollten uns der sache annehmen und hier liegt eine menge blut ich mache mir große sorgen das ist rotwein oh nun wahrlich wie sah ihr pferd aus es ist ein rostbraunes pferd ein rostbraunes pferd und unschuldig und es sollte vorhin schon in den kerker geschmissen werden wahrlich ich bin verzweifelt bitte helfen sie mir ich werde mich der sache annehmen rostbraun sagten sie richtig und ich bin wirklich ich bin so verzweifelt ich werde ausschau halten ja ich danke ihnen ich ich fürchte ein großes unheil wird über diese wache ereilen wenn warum wenn mein pferd nicht wieder auftaucht nun es sollte in den kerker geworfen werden um gefoltert zu werden und ich hätte eine bitte an sie dass ich mich als mami angesprochen gefühlt habe bleibt unter uns ja finden sie mein pferd ich finde ihr pferd dann bleibt das unter uns vielen dank tschüssing nun rana steig auf nun vielleicht werden wir mami noch finden ich werde erst einmal meine taschen erleichtern und danach das ist eine gute ich werde dir etwas zeigen nicht ist das so ja nun mir wird etwas schwindelig auf dem pferd mir auch ich meine aufmerksamkeit ist etwas ähm das ist nicht schlimm der die reitet auch nicht in die richtung in die er soll Hauptsache der die wird nicht auch noch entführt das wäre schrecklich wer entführt denn ein pferd ich hoffe nicht der könig nun angeblich hat das hat der könig halt mami beschuldigt ein verbrechen ausgibt zu haben oder zumindest teil des komplotts gewesen zu sein ein pferd kannst du dir das vorstellen nun habe ich angst daddy hier stehen zu lassen wahrlich wie verwirrt muss ein könig sein oh er ist sehr verwirrt komm hier rein komm hier rein nun ich möchte dir etwas in meinem schlafzimmer zeigen oh dem kann ich mich nicht widersetzen ah ich mag mein haus es ist so schön so packen jetzt erstmal cash hier rein damit wir ein paar mehr slots frei haben so oh ich fürchte ich habe mich verlaufen ach hier hier warte warte dreh dich um nun dreh dich um schau das bücherregal an oh liebe lese so viele bücher besitzt du schau du rana schau mich an rana 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 geht es dir gut wenn sie jetzt ohnmächtig geworden ist schreie ich wenn die jetzt in meinem schlafzimmer umfällt ne wage es nicht rana nun ich war kurz abwesend oh ja du siehst verändert aus ist es nicht wunderschön es ist mein neues arbeitsoutfit dein neues arbeitsoutfit es sieht von der schneiderin nun sehr vielversprechend aus hast du schon viele kunden damit bedient liebe lese nein das waren alles die kunden der schneiderin die damit bedient wurden oh das erklärt so einiges schätze ich nicht wahr in der tat in der tat nun nun es steht dir vorzüglich ich denke die potenziellen kunden werden dir deine künste und dein wissen deine fähigkeiten direkt ansehen und zu schätzen das denke ich auch die schneiderin hat wirklich großartige dienste geleistet nun sehe ich auch dinge du bist die seherin du siehst immer dinge ich sehe immer dinge wie findest du meinen neuen umhang Apfelhändlerin ein wahrlich schöner umhang ist der besser als der alte und der rock er steht dir ich habe jemanden klopfen sehen ich habe ihn klopfen gehört oh meine ohren sind leider nicht so gut hallo hallo ja siegelstein haben sie den alchemisten der linke sehen nein ich bin die heilerin dann haben wir uns Tür gehört verzeiht ja entschuldige sie eben einen schönen Abend soll ich helfen? ebenso ebenso danke danke du warst schon vor Ort das neue Outfit scheint nicht zu überzeugen nun ich denke sie waren einfach auf der Suche nach einem anderen Menschen verstehe ich glaube nicht dass das etwas mit deinem Outfit zu tun hat ja das wäre tragisch in der Tat es steht dir wirklich für wahr sehr gut nun liebe Lisa danke auch sollen wir uns auf den Weg machen zur Kirche? ich überlege ob ich dieses Tuch vor meinem Gesicht trage nun um dich vor ansteckenden Krankheiten zu schützen scheint dies eine für wahr durchaus passende Maßnahme zu sein ich denke doch auch so begeben wir uns auf den Weg wohin genau zur Kirche? zur Kirche schätze ich was wollen wir doch tun? würdest du ein Stück zur Seite drehen? vielen Dank nun wir sind doch noch auf der Suche nach dem Meister gewesen ich bin zu neugierig das verstehe ich ob der Fall um den Anker sich nun gelöst hat ich verstehe würdest du Daddy reiten und ich würde kurz noch einmal meditieren? nun gerne ich gehe in mich Chat ich geh mal kurz aufs Klo ich bin gleich wieder viel Spaß Timo Klo 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 wir hatten es gestern Hörnwald ich bin es genau aber was ist eigentlich passiert wartet nicht im dienst von rangerius dort das ist ein helm der lordschaft von lord erwin das war erfrischend manchmal brauche ich einen moment mit meinem geist alleine rana sagt schuldet uns die gold die stadtwache nicht noch 140 gold in der tat in der tat die sollten wir alsbald eintragen du hast recht so viel anderen ding bestellt und die sorge um mami hat meine sind für materielle dinge etwas geprübt das verstehe ich mir ging es nicht anders wenn etwas mit der die wäre hat er mal erst wieder die abzustellen ich denke nicht aber wir könnten ihn fragen lasst uns hochgehen und nachsehen ob der maester bereits hier war vor allem wissen was mit dem anker ist guten tag zeit gegrüßt warum bellen sie denn nun da sprach der hundegeist aus mir ich bin mit den naturgeistern verbunden das kommt manchmal so durch nun ich versuche es oh großer geist des hundes rana ich habe mami gefunden die haben sich die haben sich wunderbar vertragen zum glück zum glück da spricht der hundegeist vielen vielen dank wer hat mami gefunden ich habe schon hier nicht ich habe es zur tränke geführt futter gegeben nun und hier abgestellt weil ich dachte hier wäre es sicher ich danke euch habt ihr es vor der kirche gefunden wo war es ja hier vor der kirche und ihr bedient euch einfach eines fremden pferdes stand da ausgehungert dann habe ich zur tränke geführt und hier hingestellt nun ich nehme das einfach mal so hin vielen dank für eure fürsorge ja selbstverständlich was noch sonst andere hätten zwar nun ich bin durch die ganze stadt gerannt und habe es gesucht ich bin deswegen sehr erleichtert es wohl auf wiederzufinden na gut vielen dank wie ist euer name äh schwester lese schwester lese ich verspreche euch dass euch das etwas glück bringen wird ähm verzeiht wir sind auf der suche nach dem anker 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 was für eine anker nimm war daddy hier du meinst den meister ich meine den meister ich verwechsel dich ständig ja also also der vater hat glaube ich eine anker dabei nicht ah perfekt der vater äh der pastor der daddy von wem reden wir ja also der vater nicht nun gut dann der gerade rennen nicht aufsuchen komm liebe lese ich eile guten tag seid gegrüßt hallöchen suche jetzt daddy den vater poppies das nenne ich maastil hab ich nicht erwartet hallo lieber pastor hallo meister seid ihr da drin ach nicht dass sie den wärmer wieder freigelassen haben da ist nur da ist nur hier der 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 fahrer drin nicht und noch ein besucher nicht und der rest welcher besucher mit kapuze und ne axt ne axt nun das wird sich nicht um den meister handeln nehme ich an ne der meister hat doch mehr haare nicht das möchte ich mehr bis jetzt ja nun gut dann lasst uns zur wache gehen die schulden eintreiben und ja gegrüßt danach sehen wir weiter seid gegrüßt seid gegrüßt ich kann die tür nicht schließen ihr wart auf der suche nach mir ach ja nachdem oder jamie ich glaube ihr müsst die tür schließen er hat euch gefunden bezüglich des ankers genau die angelegenheit hat er sich gekümmert hat er sich gekümmert ich hoffe ihr konntet euch kümmern nun wir wir taten uns zusammen um sich der um uns der angelegenheit anzunehmen und nicht dafür sorge zu tragen dass ein dämon in einer königlichen mülltonne lebt nun oder eine kirche heimsucht kommen sie oder das soll sie zum 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 merlin oder wie sein name ist bringen das ist beruhigend zu wissen ich danke euch für eure auskunft ich weiß nicht ob deswegen oder wegen etwas anderes und sie sollte auch einmal zum totengräber kommen da ist der meister der ostdeutsche meister sie wissen was jetzt oder nie der meister scheint beim totengräber zu sein sie sollen mitkommen sie die heilerin ich ich brauche von ihnen die sind sie die heilerin ich bin die heilerin oh hallo gut also es geht los auf ins getümmel ich lasse daddy kurz hier stehen ihm wird schon nichts zu stoßen nein das wird nichts sagen sie wie ist ihr name lise lise grümmel und ihr seid lise mein name ist vigo vitus beustelwald freut mich sie kennenzulernen ich hatte selten eine so hübsche frau wie sie getroffen danke 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 nun das tuch hilft sie sind bezaubernd sie sind wirklich vielleicht auch verzaubernd ich weiß es nicht so genau ja es war hier vorne ich bin wieder wach es geht weiter geschieht ihnen das häufiger ja nein natürlich nicht wo denkt sie hin nur so nein es ist mir doch nie zuvor ach nun ja ähm ich fürchte wo geht's denn zum totengräber wo geht's zum totengräber zum totengräber was sagt dass wir dir vorangeritten sind dort vorne links ja ich weiß es wieder ja ich weiß es wieder jetzt rechts nicht wahr links 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 ich wusste es ja natürlich mein Pferd gar nicht so schnell es braucht mehr Kartoffeln Kartoffeln sind das Gold der Erde ja ja richtig Gold der Erde ja 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 Gold meine er war vielleicht auch auf der Treppe der Kirche gerade zugegen nein 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 er ist hier wo ist lang da lang da ist er ja absolut wir müssen zu diesem Merlin Merlin wer ist Merlin nennt sich selbst der Meister Meister Merlin nun sind wir hier richtig ich krieg ne Macke jedes mal sagt er wir soll jemanden herbringen und dann sind sie nicht da sie haben ihn an der Kirche gesehen sagten sie ich sah ihn auf der Treppe ich bin eine Seerin natürlich sie sind eine Seerin gut 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 dann ab zur Kirche ja und los hui oh nun liebe Lise ich hänge auf einer Wurststolle fest eine schwierige Begleitung ich bin wieder da es geht weiter es geht nicht haha sie sollten das einmal behandeln lassen würden sie mich behandeln ja das würde ich oh dann sollten wir es unbedingt behandeln ja 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 unbedingt ja so schnell wie es geht am besten zur Kirche ging es übrigens in die andere Richtung ja ich bin ihrer Freundin ja sie reitet ständig nach Nord-Süd sie ist ein wenig verloren ja eine verlorene Seerin großartig ja 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 und eine wachsame Wache ja 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 perfekt ich fühle mich gut aufgehoben und in Achtung ein Pfosten den habe ich gesehen ja natürlich habt ihr das wissen sie ich äh ich bin für die ganz großen Dinger geritten ich habe A B und C alles gut wow ihr könnt also mit großen Reittieren umgehen ja oh ja ich bin der große Reiter ja ich bin einer der größten Reiter überhaupt die sie sich vorstellen können nun ich habe ganze Reitturniere gewonnen ich bin schon mit dem Meister geritten also wenn ihr besser seid das ist wirklich ein ein großes Wort naja irgendwann ist immer das erste Mal nicht wahr ja 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 irgendwann rettet man mit dem Besten gut nun Rana komm sie komm sie komm sie es ist ein Treppenpferd alles gut oh ein Treppenpferd wie beeindruckend ja es sind seltene Pferde trainiert um Treppen zu laufen aber wie sie sehen sehen sie nichts hier ist niemand wo sind denn alle ich weiß nicht die Seherin weiß es bestimmt ja wir sollten hier Seherin fragen gute Idee Seherin ich glaube die sind am Marktplatz kann das sein nun ich denke ich habe etwas ähnliches gesehen ja natürlich hat sie das gesehen ja natürlich sie sieht alles sie ist eine großartige Seherin leider höre ich nicht so gut aber ich bin auch keine Hörerin ja sonst werden sie eine Hörerin richtig das ist meine Pflicht dann übergeben wir dies hier mit in unsere äußerst kompetente und absolut nicht betrunkene Stadtwache ja genau wir sind gemäß ja genau wir sind gemäß ja komm her schon wieder tue nicht maister maister maester 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 scheiße An den Galgen, an den Galgen! Das tue ich schon sehr lange. Ja, ja, ja. Gut, dass Sie mir verzeihen wollen. Also, ich wusste, ich sah gestern Abend... Aber, es ist wirklich schön, weil ich könnte mir auch mal so einen Ausritt machen. Sie wissen schon, einfach mal so... Sehr gerne. So, hier, Maester. Darf ich vorstellen? Wer waren Sie gleich noch mal? Die Heilerin, die Heilerin. Richtig. Erstaunlich neue Kleidung. Was ich sagen wollte. Ihr könnt nicht einfach mit diesem Gegenstand, den wir zu beerdigen, gedenken. Ich sehe großes Unheil! Großes Unheil! Dein Lieber Maester, das habe ich auch kommen sehen. Ach so, ich dachte, das war... Ist der Anker etwa nicht in Sicherheit? Und er ist sehr sicher verstaut auf seinem Rücken. Ich habe ihn in den Müll geworfen, alles ist in Ordnung. Sehr gut, Eure Majestät. Sehr, sehr gut. Gott sei Dank habt Ihr Rastalot gerettet. Yada, yada, yada. Gute Arbeit, Eure Majestät. Gute Arbeit. Nichtsdestotrotz haben wir ein Vorhaben und dieses Vorhaben war nicht, diesen Anker spazieren zu tragen. Das Vorhaben ist gewesen, diesen Anker einzusperren und den Ort, an dem wir diesen Anker und den Dämon einsperren, magisch zu versiegeln. Nur leider gestaltet sich das schwieriger wie geplant, denn wir haben niemanden, der diesen Ort magisch versiegeln kann. So dass ich nun dafür Sorge trage, dass dieser Anker nicht in falsche Hände gerät und nichts passiert. Euch ist klar, dass ihr den Gegenstand eines dämonischen Zuhauses auf dem Rücken tragt und denkt, das sei eine gute Idee. Nun, Schnecken tragen ihre Häuser auch auf dem Rücken. Ist das eine Dämonenschnecke? Es ist quasi eine Dämonenschnecke und ich laufe den ganzen Tag, betend durch die Gegend und bete zum heiligen Longshen, um diese Kraft irgendwie in diesem Anker zu halten. Und, naja, ich würde ihn ja sehr gerne loswerden und unser Plan war, er hätte eigentlich besser nicht sein können. Wir haben einen Ort, den wir verschließen können und einen Ort, wo wir den Anker, naja, wegsperren könnten und hätten sogar eine Person, die sich um den Dämon kümmert und ihn regelmäßig füttert. Allerdings ist weder die Person auffindbar, noch lässt sich der Ort magisch verschließen, sodass, naja, mein Rücken mir gerade die beste Möglichkeit scheint, den Dämonen. Ja, ich wäre ein guter Wächter. An mir geht nichts. Ja, großartige Idee. Nun, Seren, Seren, könntet ihr vielleicht zwei Schritte von mir wegtreten? Der Anker fängt an zu vibrieren, wenn ihr euch nähert. Nun, ich fürchte, ich sehe großes Unheil auf euch alle zukommen, wenn ihr es nicht schafft, diesen Anker schnellstens zu versiegeln. Ich möchte nicht, dass ihr euch entfernt, aber wenn ihr, wenn ihr wenigstens ein, zwei Schritte, wenn ihr so gütig werdet, ich würde ich wirklich nicht zu nahe treten, aber ich bin mir dieser Kraft. Ich habe ein Pferd hinter mir. Ich denke, es wäre eine bessere Lösung, wenn ihr nach hinten tretet. Das ist eine gute Idee. Da liegt es scheiße. Jetzt sollte es gehen. Jetzt sollte es gehen. Ich bin etwas beiseite gegangen. Naja, die Schöne liegt immer noch, aber ich kann euch nur sagen, was ich sehe. Und ich sehe ein großes Unheil und Feuer. Ja, das ist das, was ich auch gesehen habe. Jeden Morgen. Wenn ihr es nicht schafft, diesen dämonischen Gegenstand schnellstens an einen sicheren Ort zu bringen und zu verwahren. Genau das ist der Plan. Wir haben bereits den Ort und wir haben bereits die Person, die darauf aufpassen würde. Die einzige Person, die uns fehlt, um das Ganze zu bewerkstelligen, ist eine Person, die diesen Ort magisch versiegeln kann, um den Dämon einzusperren. Rana, kannst du das nicht mithilfe der Geister? Nun, ich kann es versuchen. Ich habe Kontakte zur Geisterwelt. So haben wir es geschafft, den Dämon in den Anker einzuschließen, in der Tat. Dann könnt ihr ja vielleicht auch eine Kammer versiegeln. Was meint ihr, Meister? Ich denke, das ist eine gute Idee, nur den Anker zu lange bei sich zu behalten, könnte eventuell negative Konsequenzen haben. Man könnte davon etwas erheilig sein. Also, wir sollten ihn schnell versiegeln. Egal wo, egal wie. Und die einzige Person, die mir einfallen würde, um das zu tun, seid nun mal hier. Nun, habt ihr einen solchen entsprechenden Ort. Ja, folgt uns zum Friedhof. Friedhof. Der Friedhof ist aber genau in die Richtung, oder? Ihr wollt einen dämonischen Gegenstand im Friedhof verbergen? Nun, nein. Ah, wir haben einen Spezialisten gefunden. Großartig. Bewegt euch nicht von der Stelle. Ganz speziell, ich habe mir gesucht. Euch habe mir gesucht. Kein Hasslinger. Durchaus. Wir brauchen eure Expertise. Sieht gut aus, Rastradamus. Besser als vor meiner Abfahrt. Alter. Haltet ihn! Er flieht! Sie fliehen alle! Ich... Sie gehen weg! Hinterher! Großes Erteil! Hinterher! Wartet meine Mitglieder! Und Schwein. Nun, lieber Herr Freund. Fräulein Froschana, Fräulein Grimmel. Ein schönen Abend. Es freut mich, ihre Bekanntheit erneut zu machen. Ich verstehe, ich verstehe den Auflauf hier nicht. Was ist passiert? Ich hörte nur ein dämonischer Gegenstand und versiegeln. Nun, wir... Was soll ich sagen? Der liebe Hemmester hat seine Seele an einen Dämon verkauft. Wir konnten es mithilfe eines Geistes schaffen, ihn in einen Anker zu versiegeln. Nun versuchen wir, diesen Anker sicher zu verwahren. Beachtlich, beachtlich. Aber schon dann... Nein, das ist eine großartige Tat. Scheinbar. Ja, der Anker macht offenbar abhängig und die Anhänger der heiligen Raute sind nun den dämonischen Mächten verfallen und mit dem Anker geflohen, weil sie dessen Macht nicht aufgeben wollen. Ein Dämon ist ein Dämon ist ein Dämon, nicht wahr? Und ich sehe in der Zukunft die Kirche brennen, wenn nicht irgendetwas geschieht. Ihr braucht also eine mächtige Gestalt, die sich den Einflüsterungen des Dämons widersetzen kann. In der Tat. So leid es mir tut, Vater Valentin scheint das nicht zu sein. Offensichtlich. Da habt ihr wohl recht. Könnt ihr das sein? Nein. Nein. Im Gegenteil. Ich bin sehr nah am Verfall gebaut. Ich wollte diese Insel niederreißen. Dementsprechend würde ich wahrscheinlich sofort die Macht nehmen, aber wir kennen so eine Gestalt. Wen? Es ist manchmal, es ist einfach der Unwahrscheinlichste oder die Unwahrscheinlichste überhaupt. Vor einem Jahr, als mein Untergang und den meiner flinken Insel beschlossen wurde, hat eine Person die Macht dieser Insel teilweise in sich aufgenommen, um das zu ermöglichen. Ein Expeditionstrupp war zum Herz der Insel gereist. Einen der mächtigsten Orte von Rastalorte. Und der Ort, der euch wahrscheinlich leitet, Fräulein Froschana, überhaupt mit den Geistern Kontakt aufzunehmen hier. Und auch der Ort, der Schuld daran ist, dass die Dämonen und die Geister durch die Wälder, die Küsten und die Gasthäuser schwirren im Moment. Denn der Ort ist seit einem Jahr offen. Das Herz von Rastalort ist seit einem Jahr unvollständig. Und der Träger dieses Herzens könnte der Träger des Ankers sein. Denn zum einen ist der vom Herz geschützt. Und zum anderen ist der strunzdumm. Oh nein, ich ahne das. Reden wir von einem blonden Mann? Nein, 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 nein. Einfacher, viel, 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 danke, ja genau. Noch simpler gestrickt als der Herr Astibald, nun, wer könnte das sein? Viel, 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 nein, Astibald ist ein machtgieriger Halunk, wie ich. Es geht um Davidov Zweikling, den treuen, aber unterbelichteten Diener des Königs. Oh nein. Ihr wollt einen dämonischen Gegenstand auf Davidovs Rücken binden? Der Dämon wäre absolut machtlos in Davidovs Händen. Braucht der Dämon etwa einen Verstand, um sich der Macht zu besorgen? Ihr habt es erfasst. Ich verstehe. Und er braucht einen Verstand, der nach Macht giert. Davon ist Davidov weit entfernt. Sowohl vom Verstand als auch von der Macht. Aber wie bringen wir ihn dazu, den Anker zu nehmen? Und wie bringen wir die Kirchenanhänger dazu, den Anker abzugeben? Das ist das Problem. Davidov ist nicht das Problem. Die Kirche ist tatsächlich momentan das Problem. Valentin anscheinend, wenn er den Anker hat. Dafür müsst ihr sorgen. Davidov kann mit Riebe reden. Wir werden Davidov sagen, dass der Anker auf seinem Rücken gut aussieht und die Sache ist geregelt. Ja, und dann müsst ihr ihn nur wieder runterführen durch den Brunnen zum Herz, um das Ganze zu beenden. Das Herz ist stark genug, diesen Anker samt Dämon zu verschließen. Wo genau ist dieser Brunnen? Und vielleicht auch die Wunden. Oh, ihr wartet nicht unten. Ich werde euch hinführen, sobald das mit Davidov geklärt ist, führe ich euch zum Herz. Da können wir den Wunsch bringen. Ja, das wird ein interessanter Ort für euch sein. Durchaus. Ich denke auch. Nun, dann lasst uns eine Lösung finden für die Kirchenanhänger. In der Tat, das muss gefunden werden. Und sobald das gehasiert ist. Ich habe das nicht gehört. Liebe Lise, entweder das oder eine brennende Kirche. Rana, hast du gehört, was er gesagt hat? Er führt uns zum Herzen an einem Brunnen. Der Ort, wo wir den Wunsch brechen können, den Wunsch. Ich hörte davon. Das ist es, was wir tun sollten. Ich hörte davon. Liebe Lise, uns eröffneten heute so viele Neuigkeiten den Weg und so viele neue Wege. Und meine Schulden sind beglichen. Nein. Deine Schulden sind beglichen mehr als das. Der Majestad hat das Geld noch nicht verschickt. Nun, ich denke, nach den ganzen heutigen Ereignissen wird er sich schlussendlich darum kümmern. Ja. Nun, ich habe Daddy an der Kirche stehen lassen, da die Wache mich mitgenommen hat. Nun, dann schlage ich vor, wir gehen zurück. Wir holen euer Pferd. Ja. Und, ähm, dann machen wir uns auf und schmieden Pläne für die Kirche. Eine gute Idee. Könnt ihr die Geister bitten, dass ich schneller laufen kann? Nun, darum kann ich bitten, ja. Geister der umherziehenden Winde. Lastet Lise grümmisch schneller tragen ihre Füße. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Oh, Rana, es funktioniert. So, wie viel schneller an der Kirche sind. Wie viele Sekten treffen sind denn hier jetzt? Hier heißt, da drüben mal. Oh, liebe Lise, ihr seid so schnell. Ja. Die Geister des Windes trage mich voran. Gewiss, gewiss. Zeig die dann in den richtigen. Ah, ui, das war schnell. Das war schnell. Sehr beeindruckend, liebe Lise. Und nun? Nun müssen wir einen möglichen Träger finden. Oh, warte. Nun, ich denke, dass nicht alle Kirchenanhänger abhängig sind von dem Kreuzer, sondern nur einer der Träger? Ich denke doch. Ihr denkt doch? Rana, die Anhänger der heiligen Raute halten zusammen. Sie sind wie eine Familie. Bevor sie ihresgleichen verraten, verraten sie eher ihren Gott. Dann werden wir die Naturgeister um Hilfe bitten müssen, fürchte ich, wenn wir sie gefunden haben. Aber zuerst einmal müssen wir den Anker finden. Sie finden. In der Tat. Ergreift ihn! Ergreift den Narren! Ergreift den Narren! Oh, ich dachte schon, sie meinen uns. Oh, mein Herz rutscht mir in die Hose. Ich, äh, fürchtete Gleiches. Aber jetzt bitte, was? Aber jetzt, er wollte mir doch nur seinen Hasen zeigen. Häschen sind süß. Ja, oder? Ja, Häschen, aber nicht Hasen. Für wahr. Das ist Geschmackssache. Schön gewesen. Ich mag Hasen und Häschen. Er wollte mir so bitte nicht. Und große Hasen. Der Meister hat mir mal seinen Hasen gezeigt. Dankeschön. Ist das so? Ja, er ist sehr flauschig. Ein strammer Rammler. Nun, und wie war der Anblick? Er hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Rana, wo genau reitet ihr hin, wenn ich fragen darf? Ich reite und höre nach, äh, Dingen. Ich muss zugeben, mein Gehör ist nicht dasselbe wie meine Augen. Aber ich würde in die Richtung reiten, wo ein Getümmel sich auflauert. Oh, eine gute Idee. Das ist der Champion. Was sind wir Champions, sag mal? Ist das überhaupt am Leben? Er betrügt, er betrügt. Wieder. Können wir uns mal kurz unterhalten, bevor das hier stattfindet. Das sieht aus wie ein Stück Leiche. Naja, äh, es scheint jemand zu sein, der ein Knall zusammenlebt ist auch nicht ganz. Noch ist niemand verletzt, aber bitte bleibt hier, falls jemand verletzt wird. Was habt ihr vor? Wo kommt der her? Wer ist der? Der ist doch gar nicht von uns. Oh. Ein neuer. Das ist ein Untoter. Naja, der war irgendwann schon jemand von uns, würde ich sagen. Untot sagt man nicht mehr. Naja, es ist ein lebendbenachteiligter. Also ich glaube, das Bein kenne ich. Sind wir gerade über eine Leiche gestolpert? Was passiert denn heute hier? Ist das nicht der alte Bauer? Der alte Großbauer? Zumindest ein linkes Bein. Ja. Das sieht immer noch ein bisschen ähnlich. Ja. Ein bisschen. Das ist der alte Großbauer. Ich werde doch wohl meinen Ex-Mann erkennen. Nee, offensichtlich habt ihr euren Ex-Mann nicht sehr gut gekannt. Zumindest sah die Leiche, die ich verwendet habe, anders aus. Ah, Trauben, da bist du ja. Mein bester Freund. Wie bitte, das soll mein Sohn sein? Warum bin ich nicht überrascht? Totenbeschwörung ist doch nicht eine verbotene Kunst. Was würde die Kirche dazu sagen? Die Kirche hat gerade ganz andere Probleme. Ah, nein. Ich weiß es auch nicht. Zum 22. Long gesagt, wer kommt die noch? Würde die Kirche sagen. Na, wenn ihr nicht kämpfen wollt, müsst ihr auch nicht kämpfen. Ja, es ist hier nicht. Warum ist das eigentlich gegen die Bestie kämpfender, oder? Horst, du schaffst es. Soll ich doch kämpfen, oder was? Ja, wer? Gut, ich kämpfe. Gut, scheiß drauf, ich kämpfe. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier passiert. Ich bin nur hier, um zu halten. Im Blutsehen, ja! Viel Erfolg. Viel Glück. So, jetzt werdet ihr sehen, was ein kräftiger Speer auszurichten vermag. Wo ist der Speer eures Kämpfers? Der hat das mächtigste Schwert. Wir können das noch verhindern. Ist Rana noch irgendwo hier? Es geht ja nicht auf Leben und Tod. Und wer es diese gestaltet hat? Eure Entscheidung. Ich hätte für euch auch gekauft. Oder ist die Rana jetzt weiter gehüpftet? Ja, ich mach das jetzt. Ich bring das jetzt zu Ende hier, die Scheiße. Nee, das ist Mami. Nee, das ist gar nicht so. Sehr schön, sehr schön. Ist Rana weiter? Hat Rana mich zurückgelassen? Ja. Los, Träume, wenn du schaffst das. Oh, ein Sieger zurückkehrt. Rana hat mich zurückgelassen. Was ist denn hier los, nicht? Dann ist er ja Sieger. Spektakel. Ja, richtig. Hier gibt es jetzt richtig. Erst um 22. Lockenschlag da unten rein. Das ist eine gute Idee. Oh, Meister? Ihr wollt mein Geld, richtig? Nein, 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 nein. Der sieht ja ganz schön krimmig aus, nicht? Selbstverständlich könnt ihr meine Weisheit im Anspruch haben. Schickt euren Champion hinab. Wer schafft das? Verzeiht. Tut ihnen irgendwas weh, Meister? Ja, so circa vor jetzt gestern etwa. Ja. Meister? Der gibt das Signal? Ich muss Turben sagen, was er tun soll. Unruhigende Nachrichten. Großartig. Also, der mit den schlechtesten Nachrichten fängt an. Okay, also der Dämon ist in einen Anker gebunden worden. Ich habe den Anker in die Stadt gebracht und man wusste, was damit anzufangen. Also habe ich ihm den Anführer der Raute gegeben. Der Anführer der Raute wollte ihn versiegeln, hat ihn in die Hände genommen und sagte, Oh, vielleicht behalte ich ihn doch lieber und jetzt ist er im Wald verschwunden. Ich habe die schlechtere Nachrichten. Ich habe herausgefunden, ähm, nun der Dämon bedient sich, äh, Machthungers und Verstand und dementsprechend gibt es nur eine Person in ganz Rasselot, die den Anker gefahrlos tragen kann. Die mit dem wenigsten Verstand. Der König. Nein. Schlimmer. Der Prinz. Davidoff. Oh. Aber, äh, also so wenig Verstand hat Davidoff tatsächlich nicht. Also mir fallen da ungefähr 400 andere Leute ein, die noch dümmer sind. Ja. Das ist das, was ich erfahren habe. Und außerdem ist Davidoff auch das Herz der Insel. Sollten wir dieses wirklich in Gefahr bringen? Und dank dem Herz der Insel hat er die Macht dazu. Dank dem Herz der Insel hat er die Macht dazu. Er muss den Anker nehmen, zum Herz der Insel gehen und ihr, blablabla, den Rest habe ich nicht ganz verstanden. Davidoff wüsste dann schon was zu tun. Ich bin froh, dass euer Kämpfer verloren hat. Ich hab nur blablabla verstanden. Wir müssen den Anker auf Davidoffs Rücken bringen. Und die Beordnen haben ihr Organ leider nicht unter Kontrolle. Nein. Wir müssen den Anker auf Davidoffs Rücken bringen. Und dann bringen wir Davidoff den Brunnen hinab zum Herz der Insel. Wie schaffen wir es denn jetzt erstmal, den Anführer der Raute im Waldgebiet zu finden, ohne ihn den blöden Anker abzunehmen? Abstechen. Bevor wir ihn finden? Etwas schwierig. Richtig. Die Reihenfolge ist entscheidend. Kann mich entsprechend kleiden und ihn abstechen. Ja. Ja, das bleibt natürlich trotzdem nicht aus, dass wir ihn erstmal finden müssen. Hm, die Seherin weiß sicherlich, wo er ist. Sie sieht immer so viel. Hoch, die Absicht für Bauern. Und wir brauchen nicht Seherin. Die Seherin, die mehrfach versucht hat, uns übers Ohr zu hauen. Naja, die hat auf jeden Fall sehr kommen sehen, dass... Sie hat etwas sehr Schlechtes kommen sehen, das auf jeden Fall. Nun gut, das hätte ich auch kommen sehen können, also das hätte jeder kommen sehen können. Späh. Also ich will nichts meinen, aber vielleicht bin ich auch ein Seher. Sehen wir nicht alle Dinge. Ich kann es euch beweisen. Ich sehe furchtbare Dinge am morgigen Tag passieren. Nun, die wichtige Frage ist nun, wem diese Aufgabe zuteil wird, den Anführer der Raute zu finden. Hm. Ich finde, ihr solltet auf den König zugehen und ihn fragen. Ich denke auch. Welch ein Glück, dass er dort vorne steht. Ja, welch ein Glück. Ihr solltet mich aber auf jeden Fall begleiten, denn es ist ja eure Geschichte. Nun, ich muss kurz noch mit dem Maester alleine sprechen, ihr versteht. Ich werde gleich nachkommen. Stellt euch schon mal an. Besichert uns einen Platz in der Schlange. Maester, es ist mir ein wenig unangenehm, aber damit ich den morgigen Tag ruhigen Gewissens starten kann, wollte ich fragen, ob ihr über Nacht die Schulden begleicht und das Geld zu meinem Vater schickt. Das kann ich tun. Wie viel war es noch gleich? Der Tag war so durcheinander, dass ich sehr, sehr schwer erhebe. 5.000 an euren Vater. 7.000, genau. Ah, sprachen wir nicht von 5? Nein, nein. Das geht dir gut, hast du es überlebt? Versteht ihr? Ja, es geht um das Schicksal von Rasterat. Also, wenn ihr uns schräft, dass wir die Information aus dem König bekommen, dann werde ich die 6.000 sehr gerne überweisen. Das werde ich tun. Jawohl, nehmt ihn fest. Nur dann auf. Der König ist da drüben. Schrei doch nicht so an. Aber warum ist jemand hier? Ich sage es kein zweites Mal. Ich sage es kein zweites Mal. Der Mann hat den Volk geheiratet, der könnte ihn doch jetzt nicht an den Pranger stellen, sag mal. Ja, der hat noch nicht mal geheiratet. Faule Eier, ich kann faule Eier anbieten, wer will faule Eier? Ey, der Meister. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Ich habe mein Schild. Warum wird das Reifenwerk denn jetzt verhaftet? Ich habe mein Schildes. Meister? Ja. Ihr habt es auch geschafft aus dem Wald heraus? Naja, was heißt geschafft? Ich suche gerade nach einer Möglichkeit, ähm... Er hat heute geheiratet. Wir müssen was dagegen tun. Alles wie immer, ein Rastalat. Ähm, haben wir jetzt... Ja, wir gehen jetzt mit ihm vorbei, um mehr darüber berichten. Becci, war das dein... Na ja, leider wurde es gern. Ihr Verblut uns heute abgeführt. Wunderbar, diese Kackophonie anstimmen ist sehr angenehm. Wir müssen den Berinzen. So, wir müssen uns doch einfach mal auf den Weg gehen. Wenzel, 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 Wenzel. Na gut, der Wenzel. Ah, er ist schon... Wenzel! Und sonst bin ich die Einzige, die sich Sorgen macht. Kämpfen, mein Champion! Wenzel, Alter, hau Degen! Einfach draufhauen! Immer schön gut bei dir zu uns immer draufhauen! Aber wann denn? Ich weiß nicht, auch nicht. Wann denn? Hallo, Herr Hamann! Torben, schlag zu! Guten Tag! Hm, seid gekriegt! Oh! Ja, Torben! War das erlaubt? War das erlaubt? War das erlaubt, Torben! Hey, wo ist denn das erlaubt, mit dem Schwert zu werfen? Das hat noch nicht angefangen! In der Grube? Ich bin gelassen, weil ich möchte nun meinen eigenen Champion ins Feld schicken. Lady Patina springt dort herunter und haut hier in dem Unhold auf die Rübe. Riesel! Was soll das denn? Oh. Ja. Wir haben einen Untoten, Rana. Rana, da ist kein Untoter an. Oh! Oh! Patina, kümmer doch! Nun, waren das die... Ich möchte meine alte Fisur wieder. Waren das zufällig die Ankerträger, liebe Leser? Nein, nein, die Ankerträger sind im Wald verschwunden und ich habe dem Maester unsere Informationen überbracht. Ja! Da wollen wir warten, bis der zweite Woche vorbei ist. Ja. Ja, 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 ja. Geh ins. Ja. Gerne, gerne. Rücken Sie mich dann bitte noch mal an. Ist das das Schreinerinnen? Ohne Heiler? Egal, hier ist Cash. Nun, wie erscheint, ist die Haut mit dem Korpus Delicti, das ist niederländisch und bedeutet Anker, durchgebrannt und in den Wald geflohen. Wir haben sie dort nach sehr langer Suche verloren. Was tun wir jetzt? Nun, Lise und ich haben neue Informationen erhalten. Die habe ich schon überbracht. Und wissen, wir... Bitte? Die habe ich schon überbracht. Oh, die haben sie schon überbracht. Nun, ich denke, wir haben zwei Optionen. Die erste Option ist Erpressung. Die zweite Option ist, wir beanspruchen die Künste der Wachen, um den Anker gewaltsam zu entreißen. Ich bin für die gewaltsame Methode. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit man die Kode, inwieweit man die Kirche bestechen kann. Naja, Geld haben sie nicht, sie schulden mir sogar noch etwas. Gibt es Knaben in diesem Dorf? Es ging ja um Erpressung und nicht um Bestechung. Genau, Erpressung und Bestechung sind zwei verschiedene Dinge. Ich rede von Erpressung. Sobald ihnen noch etwas an ihrer eigenen Kirche liegt und sie sie nicht in Flammen stehen sehen wollen, dann werden sie möglicherweise einlenken. Und ansonsten würde ich vermuten, wären die Wachen eine Koalition, um den Anker zurückzuhalten. Wir haben einen riesigen Wald und 20 Wachen maximal. Wie soll das funktionieren? Ich könnte die Geister, die wir anrufen, um uns zu unterstützen. Ich werde mal eben heilen. Na, das klingt doch schon mal besser. Wer benötigt eine Heilerin? Ich, ich brauche eine Heilerin, ich. Ja? Hallo? Ich brauche eine Heilerin, meine Güte. Ach toll. Gut, schmerzt es. Nun, ich würde... Gott, ich habe ein Messer in die Rücken bekommen. Schauen Sie hier auf der linken Seite. Oh, das ist tief, das ist tief. Können Sie... Ja, es ist super tief. Sie müssen einmal das Oberteil ausziehen, damit ich die Wunde besser versorgen kann. Ich fürchte, da wäre es schlauer, eine Nacht zu warten und beim Morgengrauen aufzubrechen. Und, ähm, ich sehe schon. Einmal die Arme hoch, bitte. Ja, aber können Sie mir trotzdem bitte dabei die Augen schließen, das wäre sehr freundlich. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ja, ich sehe genau, wo das Problem liegt. nochmal mit den Geistern. Ich bin in Ohnmacht gefallen. Nochmal mit den Geistern. Nochmal mit den Geistern. Er zieht sich aus und ich falle in Ohnmacht. Sein Anblick war zu viel für dieses Augen. Welch umwerfender Anblick, nicht wahr? Oh Mann, ey. Machen wir alles fertig. Machen wir ja nicht fertig. Hoffentlich raubt mich niemand aus. Hoffentlich klaut niemand meine Heilsteine. Zum Glück habe ich das ganze Geld schon abgelegt. Aber Finger weg von meinen Heilsteinen. Oh Gott, ey. Ich hoffe, ich komme schnell wieder hinein. Da. Lady Rassalot Sache doch schon. Sehr schön. Sehr schön. Diese Soja, die ist einfach so, mir wird ganz anders. Ich hoffe, der Meister kümmert sich gut um mich, während ich ohnmächtig bin. Interessiert es niemanden, dass die Heillerin umgefallen ist? Ich hoffe, der Meister steht ganz besorgt über mir. Alles andere würde mich zutiefst verletzen. Für immer und ewig. Das zarte Band der Vertrautheit, die der Meister und ich aufgebaut haben, würde zerstört werden. Ach, das wäre so schrecklich. Ach, das wäre so schrecklich. Gut, dass ich deutschsprachige Bücher schreibe. Aha, Finalizing World. Einfach in Ohnmacht gefallen. Läuft. Sie zieht sich aus und ich so. Ach, Swoon. Unfassbar. Unfucking fassbar. Ich möchte wieder aufwachen. Liebe Läse. Ja. Nun. Ich wünsche euch viel Glück. Huch. Oh, es hat viel zu lieb. Ihr ist erwacht. Wir waren der Kuss. Das hat so gut. Liebe. Liebe war es. Oh, weh. Läse. Das bedeutet, dass ihr füreinander bestimmt seid. Was? Liebe Läse. Der Kuss der Liebe hat dich erweckt. Ich bin ein Print. Und? Wer hat mich... Maester, ihr habt dich geküsst? Nein. Ich habe euch gebrottelt. Er hat euch geküsst. Oh. Er tat etwas anderes. Oh. Nun, hallo. Das war mir ein Vergnügen, sich zu küssten. Das mächtige Gemächt des Mace, das hat aber auch sein... Bei mir ist wieder alles in Ordnung. Geht es euch wieder gut? Ja, jemand hat ein Wunder vollbracht. Das freut mich. Ich will aber hoffen, ihr seid kein Prinz aus dem Hause Rastalot. Den Ärger wollt ihr euch ersparen. Wie ist denn euer Name? Wem darf ich danken? Justus Schenker. Haussteiner im Hause der Flatterbergs. Ah, welch Ehre. Habt Dank für die Hilfe. Und ähm... Ich... Ich habe Ihnen gedanken. Ja, ich ähm... Aber ganz offenbar bin ich im falschen Stande und stattdessen ein Prinz, wie ich jetzt festgestellt habe, der mein Kusch hat sie geweckt. Teuerste. Ja, ich... Schade. Das klingt nach einer großartigen Idee. Meister, such dir das gut, dass ihr mich nicht geküsst habt. Meister, nein. Ja. Ich denke auch. Das haben alle ganz genau gesehen. Ich war... Königshof an Mace. Okay. Und dann... Nun, wenn er sich ein Prinzen nennt. Ich bin ein verwunschener Prinz. Na dann. Ihr seht sehr aus wie ein Frosch. Ich liebe Frösche. Hat er euch den gerade getestet? Hat er... Was für ein... Das war... Verzeiht. Vielleicht sollten wir zu unserem eigentlichen Problem zurückkehren. Also die Entscheidung war, äh, wir vertagen das Problem. Wir vertagen das Problem und treffen uns zur Morgenstunde wieder bei euch an der Wache. Wir bilden quasi einen Arbeitskreis. Wir bilden einen Trupp. Und jeder, der helfen... Jeder, der helfen mag, ist erwünscht. Um sich der Sache beizuwohnen. Also wir treffen uns morgen vor dem Tore. Ja. Ich finde, wir sollten einen, äh, Zirkel bilden. Ja. Um die Flüchtlinge zu knechten. Ja. Ein Ring, sie zu knechten. Das sollten wir sein. Ich verstehe. Weiße Wort. Ja, genau. Der Ring der Freundschaft. Kack rein. Es werden noch vier Gefährten, äh, vermisst im Wald. Aber um die können wir uns ja auch morgen kümmern. In der Tat. Nun, ich würde sagen, wir würden die Kunde weitertragen, dass wir uns, ich würde vorschlagen, wir treffen uns auf dem Marktplatz. Ich denke, diesen Zielort kann niemand verfehlen. Ich möchte einen Marktplatz in der Morgenstunde. Rana, ich weiß dein positives Gemüt zu schätzen, aber du möchtest wirklich ganz Rastalot von einem dämonischen Anker erzählen, der ihnen dabei helfen könnte, alles hier zu unterwerfen? Nun, zumindest der Wache. Du meinst der Wache mit dem Stein? Und die, die Mami foltern wollen? Oder allen anderen, die uns vorhin zugehört haben. Ja. Ah, schön. Ah, ist hier mein Rastalot. Nun, liebe Lise, wir haben, wir haben keine andere Wahl, schätze ich. Wir müssen uns darauf verlassen, dass wir mit einer großen Menschenmenge die anderen Anhänger finden. Wir sind verloren. Wir sind verloren. Je mehr wir sind, umso besser. Wir wollen einen Wald durchkämmen, in gewisser Weise. Nun, es sei denn, ihnen wird kalt unterm Hintern und sie begeben sich wieder in ihre Kirche. Dann ist es ein äußerst leichtes Unterfangen, ihre Kirche in Brand zu stecken und den Anker anzunehmen. Nun, ihr seid... Das ist eine gute Idee. Das ist es, was mir Sorgen macht, was ich allerdings auch erwarte. Früher oder später werden diese Kirchenanhänger höchstwahrscheinlich in ihre Kirche zurückkehren. Die Frage, dann werden sie absolut dumm, oder? Ah, Egbert, einer der Gefährten. Er ist da. Er hat das... Die holen... ...Dame und Herr. Ich habe meine Texturen lagen nicht richtig zu dir. Dann ist euer Oberhaupt in die Kirche zurückgekehrt. Egbert gehört nicht zu der Kirche, er trägt nur diesen... Äh, Egbert ist Diener im Haus in Weberlichingen, äh, zu Diensten. Aber man sollte diesen Hut langsam ablegen, er ist kein guter Ruf mehr. Der Hut hat mir die Freiheit aus meiner Knechtschaft gegeben. Die Herren hatten mir Kleidung geschenkt, äh, äh. Was? Egbert wird jetzt bezahlt, äh, für seine Dienste. Großartig. Egbert, nun, ähm, könnt ihr uns begleiten zur Kirche, um zu schauen, ob dort ein Teil der Kraute wieder zurück ist? Ja, meine Herren, öh, und Damen, öh, 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 öh. Ja, lasst uns direkt zur Kirche. Gute Idee. Ja, besser ist es. Keine Aufzeichnung über ähnliche Fälle, können wir den Wald nicht ausräuchern wie Kaninchen? Ja, das wäre auch eine Idee, den Wald komplett anzuzünden. Ja. Daran habe ich auch schon gedacht. Möchte noch jemand mit auf Daddy steigen? Ich würde gerne. Vorsicht! Rana, komm heran. Spring mit mir auf Daddy und dann reiten wir los. Ach, das fühlt sich so vertraut an. Hat dir jemand Mami gestohlen? Ich fürchte, erneut wird zur Gewohnheit. Oh, dieses arme Pferd. Es wird herumgereicht wie etwas anderes, arme Mami. Ich weiß ja nicht. Arme Mami. Dieses fallische Symbol verdirbt uns sowieso alle. Ihr, äh, Meister. Rana, ich kann nicht gut reichen, dass es heißen, dass Mami so herumgereicht wird. Aber ich wollte euch nochmal erinnern, dass der Friseur auf seine Zahlung wartet. Es sind mittlerweile 800 Taler. Selbstverständlich. Ich, äh, sagt Ihnen, ich werde Ihnen morgen Ihre 400 Taler bringen. Ich bin da, der Friseur da. Ach, hier steht er ja. Guten Tag. Geh mal zu Hause. Natürlich ist niemand zu Hause. Nun, Kirchenleute. Ist niemand anwesend. Ich finde, wir sollten direkt jeden Rauten, jedes Rautmitglied sofort verhaften. Aber wir könnten auch die Kirche anzünden. Niemand daher. Ich fürchte, dafür haben wir nicht genug Hände. Ja, das fürchte ich auch. Und vor allem nicht genug Schwerter. Oder später werden wir nicht drumherum kommen, den König, die Wache etc. zu informieren. Wir müssen... Auf ein gewisses Maß an Staatsgewalt hierfür. Wie verhaftet ihr eigentlich? Habt ihr Seile, Fesseln, Handschellen oder... Wie darf ich mir das vorstellen? In der Tat, die Wachen sind dafür mit Seilen unterwegs. Das heißt, ihr in diesem Moment habt auch ein Seil. Wie viele Berge und Haare habt ihr geschnitten? In der Theorie, ja. Ihr seid also nicht ordnungsgemäß ausgestattet hier bei eurem Dienst? Ach, schreibt das auf. Schreibt das auf. Ja, das Schreiben kommt später. Schreibt nichts Falsches auf, das Seil ist vorhanden. Na gut. Warum haben wir vorhin den Vater nicht gefesselt? Ihr wart doch zugegen. War ich das? War der Vater vorhin beim Kampf dabei? Nein. Wie, bei welchem Kampf? Ich verwechsel die Wachen, ihr seht ja alle gleich aus. Ist auch egal. Auf jeden Fall das nächste Mal. Aber ich gehöre zur königlichen Garde, nicht zur Wache. Ja, Staatsgewalt. Auf jeden Fall das nächste Mal bitte mit Fesseln rausgehen. So, der Mäster kümmert sich noch um Friseurangelegenheiten, als ob es nichts Besseres zu geben tut. Ich hätte einen kleinen Einbruch für ihn. Ich habe die königlichen Finanzen ruiniert, im Alleingang. Aber es war schön. Es war wunderschön. Es ist niemand darin. Nein. Ich weiß nicht, ob ich dieses Gemäuer ohne Klerus drin noch gruseliger finde als vorher. Ah, Gaius hat es auch geschafft. Es ist schön, euch zu sehen. Ja, ich habe noch etwas anderes hier, einen anderen Dämon versucht auszutreiben. Aber, sagen wir mal so, Gehört Eisenhower zu den Guten oder zu den Schlechten? Also aus meiner Sicht ist Bernhard, glaube ich, eher ein Guter. Das ist doch so, Bernhard. Ja, ich habe noch nichts anderes gehört. Bernhard war folgende Frage. Bernhard, wie viel ist 5 plus 5? Mehr als 5 schätze ich nicht. Nun, ich schätze, wir können ihm vertrauen. Nein. Ich denke, das war die richtige Antwort. Nein, er war nicht der Mann mit der Fackel. Wie hieß er nochmal mit der Fackel? Der Seherin ist zu helfen. Ja, Beli. Ich glaube, Beli ist ein bisschen geblendet. Ich glaube nicht, dass er etwas Schlimmes will. Er weiß nicht, dass der Dämon Gefahr bringt. Aber Beli weiß, wo ihr Vater ist. Hört auf, jetzt eure Bruder zu schützen. Das ist jetzt nicht der Ort dafür. Wir müssen jetzt mal. Ist er spricht mit mir, dass die heilige Raute von Schaden bewahrt wird. Folgt mir. Auf ihrer Kleidung. Folgt mir bitte. Hier oben wurde vor kurzem noch was ausgetrieben. Die Lust war aktiv. Oh, hier hinten war ich letztes Jahr nicht. Wie cool. Tschüss. Die haben überall auf dieser Map so geile Sachen gebaut. Hier auch ein Bruder, bloß nicht in einem Uniform. Hier unten war Bruder Beli. Oh, Wein. Gott, haben Sie viel Wein. Bruder Beli hat gesagt, er hat den Vater im Wald versteckt. Er muss irgendwo im Wald sein, der Vater. Und Bruder Beli hat ihn versteckt. Nun, ich schätze, irgendwann wird ihm kalt. Irgendwann wird er Hunger haben. Für wahr. Er ist ein Mensch. Er ist ein Mensch. Wir müssen... Warum bin ich eigentlich überrascht, dass der Klerus den größten Weinkeller im Dorf hat? Ich... Nun, das ist bekannt. Das überrascht niemanden. Ähm. Wir müssen auf jeden Fall mit Magie... Ich denke, dass er über kurz oder lang von alleine zurück in die Kirche kommen wird. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass wir ihn wahrscheinlich am heutigen Abend nicht mehr finden können. Und dass wir morgen direkt in der Früh versuchen müssen, ihn zu finden mit eurer Hilfe. Und... Ich habe aber auch schon überlegt, ob wir den König informieren sollten. Und das Problem... Was war das? Götter verdammt! Kommt mal hier rüber! Oh mein Gott! Was ist das? Was ist das? Ein Loch, höhöhöhö. Da ist ein Loch, ja. Oh mein Gott. Hier sollt's auch vorgehen. Hey, warte mal, Fackel, 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 Fackel. Bei allen Mächten. Bei allen Mächten. Einen... Einen... Habt ihr noch mehr Fackeln? Es wäre äußerst ungünstig, wenn wir uns einen einzigen Fackelträger und die Fackel verlieren. Nun, ich habe auch eine Fackel. Ich bin direkt hinter euch. Und habt ihr noch mehr Fackeln, die ihr abgeben könnt? Nun, ihr seid nicht besonders helle. Uh, das geht die Wunder nicht. Brecht euch nichts. Ich teile für 10 Taler. Brecht euch was. Ich frage mich, was wir tun, wenn wir ihn finden, weil niemand von uns hat eine Fessel dabei. Nicht mal der... Das Mitglied der Königsgarde. Doch, habe ich, verdammt! Wie schön... Not auf der Ratze zweifeln. In welche Reichtung? Halten wir uns auf hörst. Das ist eine gute Frage. ...ist mir nichts passierend. Ich finde, das ist eine gute Idee. Wir sollten uns aufteilen. Wir sollten uns aufteilen. Warte eine Fackel nach rechts. Eine nach links. Entschuldigung von meinem Cousin an Anton Burgie von Eisenhauer. Als es um die Höhle mit den Kristallen ging nicht. Eine Fackel nach rechts, eine nach links. Ach, Egbert hat jetzt auch schon eine Fackel. Warum vorhin nicht? Warum's sie nicht... wir werden uns hier verlaufen und wir werden hier genau bei jedem abzweig jetzt immer links ich bin sehr froh dass wir diese angetreten und werte heilerin ich habe euch übrigens auch schon den gesamten tag gesucht aber bis jetzt war immer trubel vielleicht irgendwann noch mal einen ruhigen moment in rostalot gibt es nie einen ruhigen moment unterhaltet euch da noch ein bisschen über frisuren da nichts wichtigeres zu tun ja nicht sehr kaum rumgucken hier nicht oh der wald ich glaube nicht dass wir hier irgendetwas finden vor allem nicht in der dunkelheit da hinten läuft jemand ja wir sehen auch in der stadt nicht wir werden die anderen bestimmt bald wieder finden hier ist jemand hochgelaufen im dunkel verdächtig oh gott ich bin so viel lauferei nicht gewohnt das war auch ein bruder hier oder was macht ihr hier ich war auf dem weg zu mir nach hause wisst ihr wo bruder beli hin ist ich habe ihn nicht mehr gesehen seit wir hier gesprochen haben als ihr mit uns gesprochen habt wir können doch den rechten weg gehen unten aber ich glaube dass es lediglich genutzt wurde um in den wald zu gehen und ich glaube der vater nie hier war sondern einfach im wald ein versteck hat haben wir denn wenn haben wir denn da nun wir brauchen auf jeden fall irgendeinen weg um die menschen im wald ausfindig zu machen ja und wir brauchen alle fackeln und nach allem eine lichterkette alle fackeln wir können wir können wir können ordentlich nutzen das ist ein guter schnüffler nicht nun wir bräuchten auf jeden fall eine höhere macht die uns leitet seherin wenn ihr zumindest bis zum morgigen tage eure verbindung zur oberigen ebene nochmal befragen könntet was nun das beste wäre denn den könig zu fragen würde mich eventuell den kopf kosten denn vielleicht maybe das ist französisch bedeutet tot hat der könig angewiesen dass der anker im königlichen hofe verbuddelt wird womit der anführer der raute und ich nicht sehr einverstanden haben weswegen wir vielleicht ein bisschen den anker geklaut haben deswegen hat der könig so merkwürdig reagiert wieso sagen wir nicht einfach dass es allein des vaters gedanken war den anker wieder zu stehlen das wird das königstorn anheizen nein aber der vater kann doch nicht der vater ist ein opfer der vater kann nichts dafür das kann meister unser meister hier bestätigen nicht wahr bitte sagt es dämon schieben wir können sagen die man hat ihn verleitet so meine ich es auch der meister hat davon erfahrungen gemacht genau verführt werden können jemanden an den pranger zu stellen hat noch niemandem geschadet na das will ich ja das gute idee ich zerstöre auch nur ungern die hoffnung aber ich denke nicht dass der pater hierher zurückkehren wird denn der dämon der anker die wollten nicht so wirklich in dieses gebäude deshalb ist die suche hier sehr wahrscheinlich recht hoffnungslos wenn ich mir diese anmerkung erlauben darf ich denke ich werde in meinen träumen nach möglichen antworten suchen gute idee die hilfe um die geisterwelt erbitten tut das unser schicksal könnte davon abhängen in der tat ich habe ein grauenvolles ende vorauskommen sehen wenn das hier nicht bald einen anderen weg einschlägt wir sollten morgen in aller herrgott umgehen müssen wir sollten morgen in aller herrgott früh uns wieder treffen ja hier vielleicht hier wären wir zu welcher bei dem dämonen zu welcher ja zu welcher uhrzeit zur 19 neunzehnten stunde wäre eine großartige zeit gut zur neunzehnten stunde hier vor der kirche naja spätestens zu neunzehnten vielleicht zur hälfte der neunzehnten stunde bereits zur hälfte der neunzehnten stunde dann machen wir es zur hälfte der neunzehnten stunde und sehr viele zahlen kann hier irgendjemand mehrere Fackeln organisieren ich habe keine ahnung wo ich welche her bekomme ich habe schon bei dem schreiner nachgefragt aber naja dann zeig dir mir die gleich die Fackeln aus dem Haus nehmen hier wohnt er falls wir Geld benötigen das ist kein Problem ich bin ohnehin recht an der Quelle er trete doch nicht vielleicht näher vielleicht hättet ihr davon was der Schreiner Geld ja habe ich war außer Haus der diese Fackeln herstellt vielleicht beim Schmied nochmal nachfragen wer übernimmt die Frage beim Schmied ja heilerin könnt ihr das übernehmen was ich vertraue euch 200 Taler bitte organisiert für uns alle Fackeln das werde ich tun ich denke 300 Taler wird sie dafür mindestens benötigen nehmt 400 Taler dann sollte alles auf jeden Fall geregelt werden können gut und wir bringen Wachen mit und diese Wachen haben Seile das wäre sehr sinnvoll steinig das wäre durchaus sinnvoll dann hier zur Hälfte der neunzehnten Stunde am morgenen Tag nein zur Hälfte der neunzehnten Stunde ja das bin ich morgen beginnen wir den Krieg gegen die Kirche ich bräuchte etwas um nein nein nicht gegen die Kirche gegen den Dämon das möchte ich gegen den Dämon ich werde eben stark verletzt bei dem völlig unfairen Kampf gegen den Untoten gegen den Dämon ist der untote Dämon getötet worden? gut gut steinig muss doch nicht nochmal alles zusammenfassen was geschehen ist also es gab kein Startzeichen und ich konnte ich konnte noch nicht mal anfangen ich bin noch bei Sinnen danke ja ich sehe das Knie ist verletzt Maester ja und die Arme ja wartet einen Augenblick der Hänger meinte noch ich sollte noch zu euch kommen wegen dem Kosten für das Schwein nicht? ja der Hänger ist selber für seine Tage verantwortlich ja seid bedankt was bin ich euch schuldig 10 Tage lang achso er kommt auch noch Pension meint er nicht für die ist er auch selber verantwortlich was mach ich mit dem ganzen Cash na gut da muss ich dann wahrscheinlich da nochmal nach bitteschön oh hab Dank das ist ja das ist ja ein Problem der verkaufen das allererste Mal ein Rennschweinchen sehr gerne war ja auch eine prima Heilung grad das freut mich jederzeit wieder ihr von der Raute verkaufte Rennschweine ich schwönt euch weiter im Gehen nein nein ich bin oh das wäre mir eine große Freude wartet dann wartet ich bin der Schweinebauer ja wieso wieso tragt ihr eine Wieso Seite bei der Heiligen Raute natürlich natürlich gerne jederzeit fantastisch ich habe gestern den Siegen erhalten nicht ja ich habe keinen weiteren Plan für den heutigen Abend ja ich soll mir so eine Tracht holen nicht wollen wir eine Runde um die Kirche laufen und dann habe ich mir so eine Tracht holen nicht natürlich ihr habt eine Fakte ich habe noch keine ich werde morgen welche besorgen mit dem Geld des Meisters das war ein Vorspiel ja sehr großzügig von ihm absolut ein großzügiger Mann das sollten die besten aller Fakten sein was bedrückt euch ich hoffe äh nun im Anbetracht der so dringenden und aktuell tragischen Situation scheint es fast unwesentlich aber bevor all das mit den Dämonen losgegangen ist ähm habe ich tatsächlich noch etwas besorgt weil ich mich für den Fauxpas am gestrigen Tage bei der Kampfgrube entschuldigen wollte als ich nach dem Meister fragte und nicht nach euch obwohl ihr ja als Heilerin ganz klar die richtige Wahl getroffen wart das war mir im Nachgang sehr unangenehm und deswegen habe ich euch das folgende hier besorgt einen kleinen Moment was wie süß was ist das denn äh hier oh Rosen für mich für wahr ich ich habe sie äh gepflückt ich äh wollte mich damit entschuldigen es war wie gesagt mir ein sehr unangenehmer Fauxpas oh sie sind wunderschön es tut mir sehr leid hab Dank Bruder Gaius hab Dank es es freut mich dass sie euch gefallen sehr ich habe noch nie zuvor Blumen geschenkt bekommen ähm oh wirklich und das wundert mich aber also naja oh nein okay aber es freut mich dass sie euch gefallen sehr sehr ich werde sie zum trockenen über mein Bett hängen hab Dank sehr gerne doch sehr gerne doch ich hoffe dass wir morgen all diese Dinge geregelt bekommen ich muss gestehen dass ich mich gerade zu sehr zwiegespalten fühle als Mitglied der Heiligen Raute und dass mir jetzt vorgeworfen wird dass ich nicht die Interessen der Heiligen Raute verfolge aber ich versuche doch nur das Richtige zu tun natürlich in aller Interessen es ist so schwer nun wenn ich ihr seid neu hier in Rasterlot nicht wahr? ja tatsächlich bin ich von Fernadlot vor einigen Tagen gekommen in diesem Jahr richtig wenn ich euch beruhigen kann in Rasterlot ist niemand nachtragend ich meine Asti bald wurde aus dem Käfig gelassen und der hat wahrlich schlimme Dinge getan letztes Jahr sind hier einige wirklich furchtbare Sachen passiert und nun seht wo wir jetzt sind für wahr das stimmt als mein Vater mich enterbt hat und von Burgundendareien weggeschickt hat zur Kirche hätte ich nicht gedacht dass ich all diese Abenteuer könnte man es nennen erleben werde ich dachte auf ich dachte es kommt ein langweiliges Leben voller Gebete auf mich zu in Rasterlot aber nicht in Rasterlot oh nein nun seid versichert äh das hier sind noch langweilige Tage in Rasterlot immerhin gibt es dieses Jahr keine Zombie Armee keine Insel stürzt auf die Erde und äh es wurde bei der heutigen Hochzeit niemand abgestochen äh ja die anschließende Scheidung war kurz davor dass jemand ab äh getötet wird aber es ging noch gerade so gut ja alles wie immer in Rasterlot ja nur ein paar Dämonen die mich in ein wenig aber ja ihr habt recht scheinbar ist das ganz normal hier mittlerweile ich akklimatisiere mich ja wir hatten auch noch einen Untoten heute in einer Grube ähm oh ist denn so um Himmels Willen ja ja auch das ist noch geschehen äh sonst habe ich nicht viel mitbekommen vom heutigen Tage hm habt ihr denn schon einmal die dunkle Stimme eines Dämons gehört ja ich habe heute geholfen den Dämon aus dem Meister zu treiben ah ihr habt ihm geholfen denn gestern hatte ich den Meister noch getroffen auf dem Marktplatz und er hat in dieser Dämonenstimme zu mir gesprochen und ich muss gestehen es war wahrlich angsteinflößend ich habe mich heute ein wenig mit dem Dämon angefreundet zumindest von meiner Seite aus aber er wirkte nicht so begeistert und ich habe auch das Gefühl dass er nichts Gutes im Schilde führt und vor allem jetzt wo er die Macht über Vater Valentin hat einen ja der mächtigsten und einflussreichsten Leute hier in Rastalot kann das sehr gefährlich werden für die Kirche aber auch für alle Bewohner von Rastalot nun wir werden uns morgigen Tage darum kümmern und übermorgen stellen wir uns dann einer Herde Untoter oder einem besessenen Hühnchen oder ach wer weiß was da auf uns zukommt es wird nicht langweilig werden das stimmt nein definitiv nicht ich meine es wurde noch niemand abgestochen es wurde niemand abgestochen das stimmt das stimmt das ist eigentlich überraschend muss man sagen und das ganze Dorf war noch nicht in Scheiße bedeckt auch das ist schon erbaulich ist auch schon mal vorgekommen oh ja es gab ein Jahr der großen kackokalypse alle kacken alles voll die ganze Straße zum Glück hat zum Glück hat der König das jetzt verboten das herumschmeißen davon das stimmt ich 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 ja ich ja wann soll ich da sein gut so sollte ich das also machen so muss ich das machen ich muss einfach sagen in 12 Minuten hier oder du wirst geköpft that's that's the thing nun werte heilerin ja verzeiht ich war gerade in gedanken die stürme in meinem kopf sind so laut verzeiht ich möchte euch nicht stören nein nein ihr stört niemals was kann ich für euch tun ähm der ältere herr dort oben wird eventuell morgen eure heilung bedürfen er wird heute nach der prinzessin beibohlen ich verstehe ja schaut ich habe blumen erhalten aber Mensch die hat aber viel eingeladen oh äh von den prinzen nein von bruder gaius ah welch wunderschöne blumen als entschuldigung dafür dass er gestern euch nach äh hilfe fragte und heilung statt mich oh welch ein wundervolles zeichen großartig durchaus nun und ihr seid euch sicher dass es nicht eure teebeutel waren die mich erweckt haben nein nun die waren zuerst in eurem gesicht es kann sein dass er einfach nur mein teewasser weiter in euch eingearbeitet hat ah ich verstehe es man darf ja noch hoffen nicht was haltet ihr davon wenn wir noch ein getränk in der schenke zu uns nehmen sehr gerne soll ich euch auf daddy dorthin bringen oder wollt ihr daddy führen ja ich möchte euch gerne zusehen wie ihr daddy haltet nun jetzt reite ich daddy nun dann schneller daddy das stört doch innerlich oh das war ein schneller ritt wahrscheinlich nun mehr zeit bleibt uns nicht aber wir können ja häufiger reiten sehr gerne ich würde euch gerne auf ein getränk einladen doch wie mir scheint ist mir heute mein geld zu neige gegangen ich lade euch gerne ein was hättet ihr gerne äh ich nehme einfach um ein wein denke ich ein wein würde mir reichen heute ja oder ihr verdoppelt den preis einfach das wäre vielleicht cleverer das war ein guter mann selbstverständlich ach frau grümmel auch hier ja nach diesem anstrengenden tag nach was auch ein wein für euch sein ich hab mir schon ein bier gegönnt wisst ihr wo vielleicht noch ein schlückchen vielleicht zwei flaschen ne der meister möchte ja auch versorgt werden wie viel der meister 20 dollar seid gegrüßt und die wache wollte mir nicht helfen er hat jetzt die gleiche idee auf diese weise den tag zum schluss ist das die beste idee vielen dank das dachte ich mir auch nicht danke also eine art siegesfeiermeister damals war die bache aus wie schön eure stimme zu hören ihr glaubt nicht wie dieser tag verlaufen ist nun ich habe das ende ich bin froh dass ihr wieder der alte seid die lasten seines hankers verloren habt nun ihr wisst was mit dem anker passiert ist oder ich weiß auch nicht ob wir ihm was zum vorwerfen können ich meine er ist ein ritter ah ja er war der mit der lösung die lösung in anführungsstrichen nenn ich sie erstmal das herz der insel so wie es das letzte mal erlebt hat könnte der ort sein ich mache schnaps und ich mache es fress wir machen hier 30 taler bitte auf jeden fall doch würde das bedeuten dass wir erstmal den anker aus den händen der raute lösen müssen und da habt ihr leider recht da sind wir im moment der klasse befragt also ich glaube ich sollte nicht auf den wegen machen kein problem für worten heute soll unser einziges problem sein wie viel wein in unsere mägen passt selbstverständlich hättet ihr denn noch platz für zwei durstige gesehen selbstverständlich na klar auf dass der morgige tag etwas besser vergehen wird ich fürchte es wird bergab gehen mit welchen worten werdet ihr die heutigen ereignisse aufschreiben im moment habe ich noch keine worte dafür ich würde den heutigen tag als verrückt bezeichnen das wird glaube ich mindestens eine so große herausforderung wie den dämon selbst zu fallen darüber zu schreiben den dämon was hör ich da ach so wir sprechen mit sehr komischen zungenmaester aber es klingt sehr weise das war spanisch ab und an französisch ich wollte es gerade sagen ja wem gehört sie hinter euch ja nun vielleicht können wir uns morgen auf der suche über das herz unterhalten ach verzeihung ja stimmt ja ich war ja auf der hochzeit wenn einer alten frau so viele neue dinge geschehen dann erinnert sie sich immer noch an die jahre zuvor derart ich muss sich erstellen dass es der richtige schnapp ist und nicht der von der anderen nein niemals nun ja ich sag's mal so wir reichen gerade die flasche etwas rum dann hat er an euch genug geknappert um stärker genug zu sein als dass er dann jetzt ja das sollte generell eine strafe sein um ihn draußen herumzuschmeißen ja dann muss er ja jetzt wieder schwächer werden deshalb geben wir ihn ja da wie doch zu ah ich verstehe ah ok das ist der plan ich sagte der träger der herzen das heißt morgen bleibt nichts anderes zu tun außer den fall zu stürmen und den leiter der haute das ist leerer schnapps ich hab mir grad hier leeren schnapps hingestellt ich trinke nach einem tollen theater das schaffen wir auf morgen auf morgen ja der ist jetzt aber wenn die liegen dann sind die leer ich hoffe euch betten ähm denken sie eigentlich dass dämonen auch hühner befallen könnten oh ganz bestimmt gleich sagt das als wir das herz geöffnet haben um david auf ein teil davon zu geben und moment ich wollte wirklich wirklich lustig seit einem jahr das herz sozusagen offen steht und nun die zeit ist das geister dämonen und anderwelter durch eine sehr dünne ebene zwischen dieser und der anderen welt dann trinke ich mit euch noch auf eure hochzeit heute das klingt sehr sehr interessant und denken sie dass dämonen auch durch hühner sprechen auf eure ehe wie kommt ihr auf die fragen ach das ist rein hypotenuse ja das ist französisch das hat mein vater immer gesagt wirklich sehr freundlich schmeckt lecker die hochzeit geht natürlich auch aus die potenise weiter zu verfolgen tatsächlich warum nicht wenn ein huhn sprechen kann und wir sind uns ja alle einig der kocker kann sprechen warum sollte sich ein dämonen durch sie sprechen ja sehr interessant sehr interessant und denken sie dass es auch weibliche dämonen gibt und sehr interessant und gibt es auch die möglichkeit dämonen in gegenstände einzusperren das ist ja zum beispiel das ist ja dem ersten ja und dann noch mal wenn und jetzt meine rasier nicht ausreicht um eine 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 haarpracht zu schneiden die vielleicht durch einen trank vom alchemisten zum ständigen wuchse gemächtigt wurde vielleicht also hypotenuse rein hypotenuse wenn das passiert ist und jemand einen trank genommen hat und die haare jetzt immer weiter wachsen und ich sie nicht gebändigt bekomme mit meiner axt das stimmt herr meister gibt es da die möglichkeit diese also meine meine frisier axt gibt es also also verstehen sie was ich meine gibt es da die möglichkeit vielleicht gibt es ja eine andere idee aber ich habe doch keine ahnung ich weiß doch nur dass ich meinen job verliere von der höchstern ich habe wirklich bis zu den schneebergen bin ich gegangen mein tisch hallo rana ja guten abend oh ja 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 das kann ich für dich tun das kann ich für dich tun ich wollte mir etwas zu essen besorgen bevor ich heimkehre denke ich ich werde dich bebleiben wenn du möchtest sehr gerne wobei das ist das ist ja und haben sie aber vielleicht wenn es dieses problem was ich gerade beschrieben habe geben würde ich ähm hörte ich daraus dass du doch heute nicht daheim nächtigen wolltest doch ich wollte auch schon alleine daheim nächtigen aber nicht krank gegeben hat würde es doch auch einen anderen geben ja 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 ich hab's versucht es war vielleicht ja ja ich geh zu kolm ich geh zu kolm das ist leiser das heißt trotzdem dass wir morgens vor einer sehr frühen stunde uns vor dem hause der raute vereinigen werden also der treffen nicht vereinigen das kommt wahrscheinlich später aber um danach den wald aufzuräumen den anker zu suchen und dann vielleicht irgendwo versiegen zu können sobald wir den anker haben in den brunnen hinabsteigen ich vertraue sehr auf die stumpfheit des david auf 2 klingen aber nicht überreizen nicht wahr ich könnte dir gleich so was hilfe gebrauchen ich meine vielleicht nicht alle was ich kann ihr wolltet doch dass ich etwas wegen dem pferd heraus in der hoffnung dann gut beim könig da zu stehen ja ja also ich möchte eigentlich nur der damen welt imponieren wissen dann sagt am besten geht doch einfach eine runde angeln kommt mit uns die 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 das ist das wichtigste ich verstehe ich danke für den dienst da brauche ich die geschichte von der fliegenden insel ich komme darauf zurück in der schlaf gemacht ja eine gute nacht das gleiche ziel master vielleicht zusammen gut gepackt gut gepackt vielen dank das ist gar nicht mein pferd hier oder wenn wollt ihr nach hause laufen ich müsste mir die line ja zwei sattel wir sind zu zweit also es wäre durchaus von vorteil ich werde nach hause laufen und wenn die ohn macht mich auf der straße kriegt so sei es dann dann eine durch ich sollte das der fall sein werde ich eure füße massieren schlaft gut bis morgen ebenfalls sehr wenn wir sehen uns am morgigen tage ich habe noch eure schwester getroffen was weiß sie zu berichten sie hat auch so einiges erlebt heute und berichtete davon dass die familie der hasslinger wir haben ja den einen auferstandenen toten gesehen richtig der gekämpft hat nun die hasslinger scheinen dafür verantwortlich zu sein ich bin nicht überrascht ich auch nicht nach dem ganzen wissen was wir von ihnen erhalten haben die scheinen eine menge zu wissen ja aber die hasslinger sind gute menschen missverstanden aber gute menschen guten abend gute nach die damen also nun das war ein aufregender tag nicht wahr es ist so viel geschehen ich weiß gar nicht wo ich anfangen das ist so viel geschehen und ich kann nicht glauben dass davidorf über das schicksal rastalotz entscheidet das ist so ziemlich das und dass er einen teil des herzens von rastalot zu behergen scheint ja das wusste ich das wusste ich das ist schon schon ein bekanntes problem ist dem so aber warum habt ihr euer wissen nicht geteilt ich dachte wir suchen nach dem herzen von rastalot nein er besitzt nur einen teil des herzens ein teil der macht aber das herz selbst liegt verborgen im brunnen nun gut auch da müssen wir die hasslinger zu rate ziehen schätze ich auch dort werden wir die hasslinger zu rate ziehen ich kann dir nicht sagen wie anstrengend das alles ist wir sind schon da wir sind da du solltest mal mehr baum festbinden nicht dass sie dir wieder davon in der tat wahre worte dreimal ist die mir abhanden gekommen okay in der tat wie jeden abend ich fürchtete gestern blickt er durchs fenster hat mein pferd gesehen und dachte das wäre ich der hat mich nicht beleidigt das klingt durchaus in der tat und ich würde vorschlagen wir uns aus und stecken uns für morgen ich gebe dir noch einen schatz mit auf den weg oder das pferd hat ihn gegessen ich ähm mami wollte den schatz in der tat in der tat aber rana ich habe noch einen schatz für dich dank dir ebenso dank dir wird der meister sich um die schulden meines vaters kümmern ich bin frei ich bin endlich frei zu tun mehr als frei was ich möchte und ich habe sehr viele taler in meiner truhe ich denke morgen werden wir es uns gut gehen lassen das klingt aufregend liebe lise ich freue mich auf morgen schau was ich bekommen habe ein strauß rosen nun ein strauß rosen von bruder gaios das in der tat und verkennbar ein strauß rosen wie romantisch nicht wahr nun auch eine heilerin scheint wohl vor der krankheit der minne nicht gefeit zu sein richtig nun er gab es mir als entschuldigung für einen faux pas den er gestern begangen hat die minne ist meinem leben fern ist dem so ja durchaus nun ihr wurde heute wieder wach geküsst falls ich mich richtig erinnere nun vom falschen vom falschen gute nacht rana ich habe zu viel gesagt ich hoffe ich war ich hoffe ich schaffe es noch ans bett so ich habe jetzt halt trage es ja wieder viel geld mit mir rum wir müssen morgen auf jeden fall daran denken direkt nach dem aufstehen die fackeln zu besorgen vielleicht schreibt mein liebes mod buch das in das mod kapitel damit ich da morgen früh dran denke also morgen abend also ihr wisst schon wie ich meine die sache ist haben wir halt so viel geld ne jetzt haben wir so viel geld die wissen ja gar nicht wo sie morgen mein mein soll also mein ding sie hinpacken sollen das ist ja äußerst tragisch ist ja äußerst tragisch ich habe heute so viele leute abgezockt ich pack's nicht ich wusste gar nicht dass man leute so hart abzocken kann but i did i did ich bereue nichts möchte ich an der stelle mal sagen ich bereue gar nichts packen die heilsteine noch mal mit hier rein das ist mein schnetzel outfit den rock hier brauche ich aber nicht den brief brauche ich auch nicht und die kartoffel auch nicht und der blumenstrauß brauche ich auch nicht eigentlich okay gehen wir morgen fackeln holen so das war tag drei von rustler das ist viel passiert ich habe meine schulden abgearbeitet indem ich den meister von einem dämon befreit habe oder zumindest anwesend war und jetzt haben wir einen priester mit einem dämonischen anker auf dem rücken den wir morgen jagen wollen guter tag ich damit locke ich mich aus guter tag guter tag in rust a lot holy fucking shit